Ah, look at this background, it looks deliciously. Delicious. Yes, Freunde, eine gute Nachricht. Der Prezi, er hat gepressured. Er hat gesagt, wie? Ich darf nicht das Spiel livestreamen, wie? Ja, der hat nochmal ein paar Zwannis gezückt. Und danach? Danach ging's. Rudern. Danach wurde gerudert. Aber so weit nach hinten wurde gerudert. So, zurückgerudert. Bis nach Meppen. Rein da. Knabe rein. So nehm dich. Knabe ist richtig. Wir sind wieder an der Ekstase des Übersteuerns. Oh, Alter, ich mach dich direkt auf. 30 Prozent hier, so. Das ist der Splash-Bruder-Nerve. Ich schütze eure Ohren, meine Freunde. Yes! Ja, jetzt kannst du so laut sein, wie du willst. Jetzt ist gut, jetzt ist gut. Das war gar nicht so laut. Nee, war gar nicht so laut. Mann, Alter. War gar nicht so laut eigentlich. Alright. Wir haben erstmal ein bisschen Show-Ma-Show. Ich bin mal gespannt. Fünf Minuten. Mal gucken, ob wir eine geile Intro-Show haben. Guck mal, diesen Star-Robbie-Hunker an. Ja, Mann. Wie er wirklich dazu fühlt. Wild. Komplett wild. Uh. Stark. Äh, ja. Erste Frage. Die hast du bestimmt schon gestellt. Sind wir gut drauf, oder was, Chad? Seine gut drauf. Final Four, Baby. King Sarah und King Sola. Einfach mit ER. Wie fühlst du dich, wenn jemand deinen Namen falsch schreibt? Sola mit ER. Sola mit ER. Das ist okay. Das ist in Ordnung. Ich bin liberal, was das angeht. Du bist liberal. Alle Schreibformen sind okay. Hauptsache, die meinen dich. Mann, Alter. Ich hab echt so Bock, ne? Das macht richtig heiß hier. Du bist einfach in so einem Stadion. Das ist krank, ne? Von hier aus, genau gerade gegen zu, im Oberring, oder in diesem mittleren Ring, Eintracht Spandau Ultrakultur des Grauens, ja? Der Fanblock. Es ist crazy. Er hat sich auch als erster gefüllt, ne? Unsere Fans waren direkt als erstes da. Sofort. Sofort. Wir haben hier gerade noch so eine Panna Challenge gemacht mit dem Präsi. Und ohne Spaß jetzt. Ohne Spaß jetzt. Kein Cap. Also no Cap danach. Ja? No Cap. No Cap. Laut als RB Leipzig. Ist das der Maßstab, den wir erreichen wollen, aber ist die Frage. Ja, weil du bist laut als RB Leipzig schon mal. Das ist schon mal was. Das ist schon mal was. Das ist schon mal was. Zeig mal den Block. Das ist schwer. Ich kann nicht. Das ist schwer. Könnte noch on the road sein kurz, wa? Wann wäre das denn am gechilltesten für dich, dass wir on the road sind kurz? Wenn du mir 10 Minuten Vorbereitung zeigst. Du kannst auf jeden Fall auf dem Platz und hier so entlanglauern und alles, was du siehst. Alles, was du von hier siehst, kannst du laufen. Okay. Okay, wir wollen auf jeden Fall mal unsere Ultras checken, die da sind. Lassen wir mal da rüber gehen. Das Problem ist, wenn ihr aufzug seid oder alles kurz, wenn ihr die Halle verlasst. Also hier rüber, bisschen fangen weg. Wenn ihr wieder an der Stunde seid, fangen wir da rüber. Ja, reicht ja, wenn wir da kurz mal hin zeigen, oder? Also wir müssen ja nicht in den Block gehen. Es reicht ja, wenn wir die einfach mal zeigen, glaube ich. Dass die Leute mal sehen, so wie die Halle. Wobei, sieht man ja nachher eh auf dem Feed, ne? Ja, man sieht's auf dem Feed, aber mal so ein kleiner Sneak-Peak über die ganzen Eintracht-Ultras, die hier sind. Wäre auch schon was. Hätte was, ja. An sich nicht schlecht, würde ich mal sagen. Also am besten... Ansonsten kann ich ja hundertfach Zoom mit meinem Samsung Galaxy S23 Ultra. Ja, der hat wirklich tausendfach Zoom oder sowas, Digga. Wirklich, der kann einfach Mond... Du kannst einfach so... Du kannst ja jetzt eine Landung von Dings sehen, von Nils Armstrong oder wie der heißt. In die Vergangenheit kann ich reinzoomen, ja. Du siehst einfach dann... Weil Zeit ist ja auch so ein Ding, ne? Ja, Zeit ist relativ, ne? Wenn du irgendwo hin guckst, dann ist die Zeit, die dort war, woanders als die hier ist. Facts, Digga. Okay, jetzt ernst nochmal. Am besten... Ich sag dir nochmal Bescheid. Du brauchst 15 Minuten, meinst du? Zehn, weil ich muss den Kameramann verkabeln. Okay. Und der springt sonst die ganze Zeit rum, weil sonst gleich hält. Okay, ich sag dir Bescheid und dann haben wir zehn Minuten sozusagen, ne? Auf entspannt. Ja. Wenn ich komme, wenn ich nicht komme, dann weißt du wieder, wie der letzte war. Geiles Hemd übrigens, sieht richtig fresh aus. Ja. Hat er nicht gehört, schade. Aber ist egal. Props habe ich trotzdem gegeben. Wenn ich vorbei nochmal, dann kann ich den Chat auch was sagen, ne? Sieht wirklich gut aus. Also ich bin nicht so der Fan von Kurzarmligen. Aber er rockt's. Er rockt's, weil er hat auch so einen gefährlichen Körper dazu, dass man sagt so, Tamam, er kann's rocken, würde ich sagen. Präsident würde es auch rocken, glaube ich. Der hat auch die Oberarme vom Präsidenten. Ich finde, bei ihm ist es krass, dass seine Schultern... Die sind breit. Sein Buckel ist krass trainiert. Ich finde, mancher hat das Gefühl, der Präsi, er macht so Übungen, wo er so ein Gewicht auf seinen Kopf legt und so macht. Das ist alles hartes Training. Hartes Training. Chats, ganz kurz für euch nochmal, weil die Fragen aufkommen. Übersicht. Also wir haben Showstart 18.45 Uhr in einer Minute. Der Countdown geht schon runter. Wir schalten gleich rum. Erstes Match 19.25 Uhr. Kalische Berlin gegen Lasilias. Ladies. Da können wir schon mal scouten fürs Finale. Dann haben wir Eintracht Spannau gegen Streets United um 20.40 Uhr und Finale ist 22.45 Uhr. Also da werden wir wahrscheinlich eine dicke Halftime-Show haben. Wir schalten mal ganz kurz wieder rüber aufs Program hier. Ich bin gespannt, was da kommt. Der Countdown läuft. Wollen wir anfangen, irgendwann mitzuzählen? Willst du? Das ab 5. Ab 5? Okay. Ja, ich weiß nicht, was zwischen Halbfinale und Finale passiert, aber wilde Dinge auf jeden Fall. Können wir Chat groß machen? Chat groß? Also so, dass es ein bisschen besser zu lesen ist. Come on jetzt! Come on jetzt! Zählen wir runter 10? Nein, nein, noch nicht. Ab 5. Jetzt ab 5. Haben wir doch gesagt. Na gut, na gut. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go, Männer Co! So, aber wir haben kein, wir haben kein Program Sound, oder? Na jetzt gibt es erstmal Highlights. Warte mal. Okay, Tourgeist Tor. Guck mal, da kommt PGM, was ist das? Aber da sehen wir uns nicht mehr. Habt ihr Soundchat? Ne, ihr habt kein Program Sound, oder? Habe ich irgendwas gedrückt? Ich habe nichts gedrückt eigentlich. Ja, kommt gleich, kommt gleich. 1 in den Chat, wenn ihr Sound habt. Der musste nochmal rüber kommentieren, jetzt. Nochmal die Highlights der Final Four. Sah es aus. No muted. Ja, ist okay. Ein Highlight von Kramer, wie er irgendwas kritzelt hat. Nicht geholfen, aber da gehört. Wo seid ihr? Da war noch eine offene Rechnung, ja? Da haben wir noch eine offene Rechnung. Mit wem? Na, mit Street United. Rematch. Das ist nicht Streets, oder? Das war nicht Streets. Stand doch grad da. Ja? Ja. Nein, das war doch nicht Streets. Da stand doch grad da. Dass wir gegen die Spiele, ja? Aber ich glaube, das war nicht Streets. Doch, wir haben noch verloren, als Spieler gegen die. Aber das war nicht die Streets. Stand doch da. Okay, okay, okay. Okay, alle haben zwei gewinnen. Das war Lass Liga. Aber da stand Streets. Ja, dass sie gegen die Spiele, aber. Wow, aber nein, das ist doch Dingens gewesen, so grün, oder? Die haben noch so helle. Wer? In der Lass Ligas. Die haben noch so grün, irgendwas. Ja, doch, doch. Das war doch das Lieder. Das war doch das Lieder. Das war das Recht. Das war Street United. So, wo ist der Sound? Das war Hollywood. Ach komm. Das war Hollywood. Ja, gut. Wo ist der Sound? Sound? Wo kriegen wir jetzt Sound? Haben wir hier Sound? Nee, das sind wir. Nee, nee, nee. 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 Rufen wir vielleicht den Bremen auch mal, oder? PGM Streamer Sound. Nee. 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 Kai? Ja, unser Feed ist zu clean gerade. Zu clean. Der ist viel zu clean. Der ist viel zu clean. Warte, ist hier vielleicht noch, warte mal. PGM Ton leise. Nee. Ich fasse hier gar nichts an, sonst geht alles kaputt. Kai, mach mal den Ton an. Ich rufe mal den Bre. Ruf mal diesen Bre, der mit dem heftigen Hemd. Also mit der heftigen Statur mein ich. Hemd war auch heftig. Heftemd war auch heftig. Ihr müsst die Stimme, ihr hört es gar nicht. Nee. So, wir sind jetzt hier in Baller League Zeiten. Conan ist an meiner Seite. Ja, Mann. Wir sind jetzt hier gerade. Machst du, machst du, machst du. Achso, ich dachte, wir machen durch. Machst du, machst du. Okay, du machst Conan. Okay. Ja, ich bin hier so voll freizeitmäßig und dachte mir so, Baller League übertrieben geil. Ich schwöre, ihr müsst auf uns zu Hause aus einschalten. Keine Ahnung, wer jetzt redet, aber Conan, du geile Sau. Ja, Mann. Hier sind Couches. Da sitzen Menschen. Wo ist der Böse? Da ist Trybix. Ich dachte kurz, Papa Platte auch. Ja, vielleicht sehen wir den auch später. Aha. Knorsi, The Legend. Haben es leider nicht geschafft. Aber mega korrekter Typ, muss ich sagen. Habe ich den das erste Mal getroffen? Mega lieber Typ. Richtig geil. Jens, oder? Heißt der Jens? Ja, Knorsala. Jens Knorsala, glaube ich, ne? Ja. Sehr korrekt hat er, Jens. Hat richtig sympathischen Eindruck gemacht. Bro, wir haben keinen Sound. No sound in the building. Unser Sound ist zu clean. Wir können auch einfach weiter nachsprechen. Ist auch gut eigentlich. Also, ich dachte, du machst es jetzt. Achso. Das ist wirklich ein heftiges Finale. Achso, ihr habt es einfach leidig gesagt. Ihr müsst es schon voll machen. Ah, du. Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht. Alter, Falter. Ah. Du hast da Technik studiert, oder? Haben wir ein bisschen mehr erwartet diese Saison. War leider nicht so gut. Aber sie haben alles gegeben. Vor allem hat er alles gegeben. Ja, wir können ja noch ein bisschen einpegeln. Chat sagt, es ist zu laut, zu leise, gut, schlecht. Auf seiner Box streamen, aber auch mit dabei sein. Ja, die machen das nicht ernst. Wir machen das nicht ernst. Wir machen das nicht ernst. Wir machen das nicht ernst. Die sagen dann irgendwie, ja, Platz zu laut, dies zu laut. Ja. Man muss auch einmal ehrlich sein. Einmal ehrlich sein. Ich habe kurz Trymax. Ja, sehr gut. Nachsprechen war besser Quatsch. Und jetzt macht mal bitte ganz laut Lärm für Montana Black. Monte ist natürlich auch mit dabei. Für Gernergy All Stars. Da sitzt er auf der Couch. Wird natürlich auch später für euch. Habt ihr einen Lärm gemacht? Yes. Sehr gut. Ich glaube, dann können wir langsam auf. Ich finde auch alleine, wenn ich in der Halle sind. Allein dieses Echo hört es schon geil an. Das ist so luminös. Ja, ist schon geil. Rasen zu leise. Warte, 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 warte. Sorry, ich habe gewollt. Ich bin in meinem Element gerade. Ich bin auch wieder mute und voice auf einmal. Nö, kommt das mal rein. Das ist respektvoll. Wo sind denn die Fans von den Las Ligas Ladies? Ja, sind auch einige am Start. Aber noch ein bisschen ruhig. Da ist dann nicht zu tief rein. Selina ist auf jeden Fall da. Juli leider verhindert. Liebe Grüße gehen aber raus. Hat sie schon Eintracht gesagt? Nein, oder? Nein, nein, kommt noch. Kommt noch. Ich sag euch, das wird eine Wand. Wir rassen. Oh ja. Oh ja. Also Leute. Also Leute. Da hinten habe ich sie nämlich schon gespottet. Eintracht Spandau, wie gewohnt. Yes. Krass zum Support. Schön, dass ihr da seid. Maschallah. Da oben. Das ist die Ost. Ist es die Ostkurve? Die Ostkurve. Da sitzt die Eintracht. Krass ist das Support eigentlich. Was sollten wir ohne ihn machen? Der Kommentator der Baller League, Robby Hunke. The one and only. Dankeschön, ihr Lieben. Hallo. Und herzlich willkommen. Dankeschön, ihr Lieben. Tor und Platz. Zwölf Mannschaften wollten es also hierher schaffen. Vier Teams haben es am Ende geschafft. Kalt zu Berlin. Warst du schon mal ein Film? Ja. Ja. Mal schauen, ob wir die 500er Marke hier heute noch knacken nach den ersten drei Spielen. Es wird ein Manager-Spiel geben vor dem Finale. Ist schon geliebt worden, oder was? Ja, ja, ja. Also wir sind da praktisch gesehen. Warte, wo ist meine Kreativität? Wir sind auch Team-Manager faktisch gesehen, ne? Wir treten auch auf. Wechsel mich ein, Coach. Sohle hätte den gehalten. Da ist der Fahrplan nochmal. Screenshot. Schreibt es euch auf. Tätowiert es euch ein. Galaxy All-Star-Game wird das sein wahrscheinlich, ne? Das ist nicht der Fahrplan, sondern der Skischkel. Genau der. Präsident auch? Oder Hans? Wahrscheinlich Hans, oder Manns? Boah, Hans im Mittelsturm. Wir haben Hans nicht einmal gesehen dieses Jahr. Das war schon mies. Der ist schon im Modus. Hans ist schon Backstage mit dem Team. Die machen noch Einschwörungen. Ja, eigentlich müssen wir die Jungs noch sehen, ne? Ich muss die einmal anschauen. Ja, aber wir wollen die auch nicht aus der Zone bringen, ne? Du musst ja auch groß Fokus der Zone bringen. Nein, 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 nein. Die sind nämlich nie in der Zone. Die sind nur in der Zone, wenn wir da sind. Ja, wir sind ja da. Die müssen uns einmal sehen, dann sind die in der Zone. Wir sind beim Robo-Keeper und heute mit keinen geringeren All-Zone. Wir müssen uns, warte mal, wir haben auch noch ein paar wichtige Timings. Da müssen wir mal ganz kurz gucken, hier. 20, 53. Ja, eigentlich muss es gleich noch ein stabiles Präsidenten-Interview geben. Ich gönne das jedem Einzelnen, der diese Erfahrung heute mitnehmen darf. Und ich freue mich für jeden Einzelnen. Und ich glaube, wir sehen geilen Fußball. Und es ist so eine kleine extra Motivation für die zweite Saison. Du wirst wahrscheinlich auch dabei sein, oder? Ich bin dabei, auf jeden Fall. Hast du meinen Ton, oder? Ich will das auch auf dem Platz stehen. Und ich hoffe, in der zweiten Saison ist es vorbei. Hörst du nichts? Leise, sehr leise. Hast du da ein paar Spätzle bei den Heilsfinalisten? Warte mal hier. Gibt es da einen Favoriten für dich? Was? Also, ich sag mal so, Amir von Kaltschow gönne ich das natürlich auf jeden Fall. Auch Las Ladies, Mo, auch eine super Saison gespielt. Jetzt sag Eintracht. Ich hoffe, dass man vielleicht wieder begeistert sehen könnte. Sag jetzt Eintracht. Wäre auch geil. Das wäre geil. Wie? Der wird nicht gedraftet nächste Saison. Bro, cancel that man. Wow. Oh, du hast sogar getroffen. Ja, ja, wir haben schon gefixt. Ich habe gar nichts übrigens angefasst. Ihr habt nichts gemacht. Ihr habt nichts gemacht. Er hat einfach diesen Sound runtergeschraubt. Ich habe nichts an... Oh, op! Nee, wir haben eine super Truppe und mit der bin ich hoch zufrieden. Das ist wichtig und richtig. Müsst du auch mal schießen, Herr Präsident. Jetzt? Ja, wenn du Lust hast, zeig mal, was du kannst. Ja, gut, dann schnell. Komm, wir schauen uns das auch nochmal an. Der legendäre Präsident Knabe. Ja. In den Winkel jetzt. Links oben. Lackierte Schuhe. Guck mal, der sitzt. Du darfst. Wie Prime Richie. Ja! Technik aber gut schonmal, ne? Okay, da genau wird das... Er hat den Kassel der Innenseite geträgt. Ohne Spaß, der Ball ist platt. Ich glaube auch. Immerhin sind wir trotzdem heute Gewinner. Mach noch einiges. Weil, ich kann es ja jetzt mal sagen, gestern waren wir einen Tag vor der Insolvenz, dem absoluten Bankrott bei der Eintracht Spandau. Aber ich habe angerufen. Was? Bei einem Sponsor. Oder Pro. Sehr gut. Einmal angerufen, nach drei Minuten hatte ich Vertrag. Und jetzt? Gigakombi Eintracht und Vodafone. Und jetzt darf ich... Das ist stark. Das ist stark. Neuer Hauptsponsor von Eintracht Spandau. Yeah! Let's go! Olympiastadion nächstes Jahr. Sag mal, spinnen Sie total? Ne, also ich habe gerade mal die Papiere gecheckt. Sie haben kein Sponsoring abgeschlossen. Sie haben eine Gigakombi fürs Vereinshaus vereinbart. Ja, ein Vertrag! Aber auch nicht schlecht. Ne, Sie haben bei der Tarifhautline angerufen, wo man Internet- und Handyverträge vereinbart. Verstehen Sie das? Äh. Kein Sponsoring. Sie dürfen das auch nicht sagen. Die können uns richtig verklagen. Ihr klärt es gleich unter euch, okay? Das machen wir gleich. Und Freunde, an alle, die neu sind. This is Baller League. Was meint ihr mit Insolvenz? Insolvenz? Haben wir jetzt Vodafone als Sponsor? Also wir haben Vodafone Internet jetzt, habe ich gehört. Vodafone Metz. Ist auch stabil eigentlich. Aber wir haben keinen Sponsor. Meint ihr nicht irgendwas mit Eintracht morgen und sowas? Ja, morgens ist morgen, ne? Heute erstmal gewinnen. Ich glaube, der Pokal ist tatsächlich plus gold. Den könnte man auf Ebay. Also Chat, ihr könnt schon mal auf Kleinanzeigen heute Abend gucken. Weil es mal ein Interesse an einem Pokal aus purem Gold hat. Würde uns helfen, tatsächlich. Ja, ich glaube, da hat er vielleicht was falsch gelesen. Also ich glaube, er meinte in, äh, in... Hat er nicht gesagt, irgendeine, das ist die Giga-Kombi? Ja. Also, ich glaube, er meinte extrem solvent. Also krank viel Geld, glaube ich, meinte er. Ah. Ja. Extrem solvent. Ja, ja, ja. Also intensiv soll wenn. Wir sind genau im Soll quasi. Im Soll. Ja. So, so, so Schalke 04-Style. Ja, hoffentlich nicht. Das wäre Katastrophe. Das müssten wir ja die E-Sport-Abteilung schließen. Das wäre eine Tragödie. Aber damit... Damit kennst du dich ja aus, Werder. Ja, ist natürlich Quatsch, meine Freunde. Wir machen heute das Ding fest. Danach werden die Sponsoren auch nur so reinflattern. Also, wer will denn bitte nicht den Baller League Champions Season 1 sponsoren? Also, falls da draußen noch Sponsoren sind, die Interesse haben, dann machen wir uns einen guten Deal machen wir, ne? Guter Deal. Max Kruse, weiß ich auf jeden Fall, geht auf den Platz. Vielleicht hat es Knossi ja Bock einzusteigen. Chris Boateng heute. Der schnürt die Schuhe. Habt ihr Bock, Düsseldorf? Jetzt haben wir jetzt mal saß da richtig Druck. Jetzt geht's. Ich finde, es ist schon ein bisschen anders als in der Motor World, oder? Ja, überragend. Nur deswegen will ich spielen. Also, es sieht so geil aus. Ich hätte auch noch Bock, noch weiterzuspielen. Aber wir sind ja leider nicht qualifiziert. Kevin, musstest du dir viel anhören, dass ihr so mit dem letzten Platz hier die Saison beendet? Ich hab das Handy ausgemacht. Wirklich direkt? Nein, ich hab, ja, ich hab ignoriert ein bisschen. Ich hatte dann viele Leute, die mir geschrieben haben, nächste Saison will ich bei dir spielen, wir können's besser, aber es ist ja immer so. Das tut weh, ja. Du bist nicht Final Four. Ja. Oder letzter Platz. Boah. Wir werden davon lernen. Schreiben Sie nicht letzter? Trotzdem dürfen wir ja zumindest dich heute auf den Platz sehen. Hat er nicht gerade gesagt? Was glaubst du für die Jungs ist, die jetzt nicht Ex-Profi sind wie du, das ist schon nochmal ein anderer Druck für viele von denen. Glaubst du, die können auch umgehen? 100 Prozent. Ich glaube, wir werden so auch ein bisschen sehen, dass die Beine ein bisschen zitterig sind am Anfang. Viele Leute gucken drauf und es ist nochmal, wie gesagt, eine überragende Halle, es wird auch Spaß machen, aber ich glaub, ich glaub, ich glaub, schön, dass da ein bisschen mehr Druck drauf ist wie bei den Gruppenspielen oder in der Liga. Elefantenkreis. Knossi, du warst jetzt während der Saison Teammanager, du warst Kommentator, du warst hier auch teilweise Moderator, welche Position hat die und du standest auch selbst auf dem Platz, welche Position hat dir am besten gefallen? Stell dir mal vor. Alles, die komplette Teilnahme an der Baller League. Wollen wir noch weiterhören, oder wollen wir auf uns gehen? Nein, so das ist es wichtig. Uns wird Knabe mal jetzt gerade geklaut. Hallo? Hey, das ist einfach unfassbar. Das macht so viel Spaß. Das ist frech. Das ist frech. Egal in welcher Form. Vielleicht wird damit jetzt auch der Verein noch bezahlt dann. Das wird auch auf Ebay schon verjährt. Chat, wollt ihr weiter Programm hören, oder machen wir wieder voll in den Kühnnern? Ja, und die Leute, weißt du, was mir viele gesagt haben? Unglaublich, weil man ja so, man hört ja nicht so viel Prima. Eins ist Programm, zwei ist vier. Hast du gesagt? Ja. Eins ist Programm, zwei ist vier. Ich seh zwei. Dieses Haus nahe an der Baller League, das erlebt man hier einfach. Eins, eins, fünf, drei. Wir können das ja so leise mit dabei sein lassen, oder? Ja, apropos Tiere. Ein Ding, was mich so oft zum Nachdenken gebracht hat in meinem Leben. Ja. Stell dir mal vor, du bist ein Pferd. Okay. Stell dir vor. So, aber du bist so ein wildes Pferd damals, ja? Es gibt noch keine Pferde, die als Auto benutzt werden. Okay. Okay. Wer wird denn der Champion? Du bist ein Pferd? Ja. Und du bist einfach so am Rennen. Ja. Und du bist einfach so am Rennen. Aber wie gesagt, bei der Baller League kann ja alles passieren. So, ne? Ja. Auf einmal so ein 1,50 Dude neben dir, er guckt dich so an, er macht so. Die den Pokal hochhält und dass wir alle ein bisschen zusammen feiern können und stolz sind. Schnell. Ich hab mir überlegt, also, ich hab natürlich, mein Herz ist für die Pferde. Die sind so ein Arsch, Digga, ne? Pferde, Digga. God damn. Da war nicht schnell genug, das Ding anscheinend. Nicht schnell genug, um Abzauhen, ja? Ja, nicht schnell genug, um Abzauhen. Die Zebras haben alles nicht gemacht. Bis heute gab es noch keinen, der glaube ich, die haben ja Camouflage, deswegen. Die hätten auch nicht Zebras erhissen sollen, sondern schon Sinas. Die sind so schlecht. Die sind so schlecht, Alter. Alright. 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 Nee, Spaß beiseite, Freunde. Ernstes Programm jetzt. Wir haben bald das erste Spiel vom Final Four, 25 Minuten bis dahin. Und bis wir dort sind, gibt's ein bisschen Show von der Baller League. Wir lassen uns auch ein bisschen überraschen jetzt, ne? Ja, wir wissen auch nicht, was passiert, außer, dass wir gewinnen heute. Das ist das Einzige, was feststeht quasi. Knossi hat gerade gesagt, Spandau soll gewinnen. Ich hab ja gesagt, der wird mir mit jeder Minute sympathischer, der Kollege. Und... War ja auch bei uns kurz in der Launch drinne, kurz haben wir ihn gesehen. Wirklich. Top-Notch, korrekt, vielleicht. Für den nicht zersprechen. Ich meine, man, ist das Hollywood United. Und Hollywood ist ja schwer zu ergreifen. Ja. Vielleicht kriegen wir ihn ja kurzen ein. Wer weiß. Daraus werde ich einen Voice-Taker gemacht. Die Motivation ist auf jeden Fall da. Daraus werde ich einen Voice-Taker gemacht. Der Undytaker! The one and only. Hast du gesehen, WrestleMania kam Undertaker auch zurück? Ja. Vielleicht haben wir den heute auch noch im Stream. Stell dir mal vor, es wäre nicht der Undytaker gewesen, sondern Andi wäre dort. Der Andytaker wäre dort und der Undertaker wäre bei uns. Und dann steht hier vor, Licht geht kurz aus hier. Dong. Und dann steht er hinter uns. Das wäre krank. Das wäre krank. Warum haben wir das nicht gemacht? Das wäre jetzt Andi so hinter uns aufploppt. Das wäre auch nochmal krass gewesen. Ich fand auch bei dem Stunt mit dem Sarg, war richtig so gemerkt, der Sarg geht auf und die Hälfte so. Keiner hat es gerafft. Wo ist das? Na keiner hat es auch. Weil er so lange weg war. Ja, keiner hat es auch. Ja, meine ich ja. Also einmal hat keiner den Stunt mit Undertaker gemacht. Aber er war so geil. Ja. Der Stunt war topnotch. Er war topnotch. Turgay! Boah, ich muss die Jungs wirklich noch sehen. Voll traurig auch, dass Rausch nur einmal, zweimal kam und danach gar nicht mehr. Ja. Ich freue mich. Kocka war eigentlich top. Ja, ich glaube heute, ich habe die Aufstellung noch nicht safe, aber ich glaube heute ist hauptsächlich gefüllt unser Kader mit Leuten, die wirklich viel gespielt haben. Also mit Stammspielern, die es sich auch verdient haben, so im Finale zu stehen. Geil. Ich bin echt mal gespannt so. Ich fande, die letzten Wochen waren ein bisschen mild so. Da war unsere Leistung schon, ich sage mal, kritikwürdig. Gegen Ende haben wir ein bisschen abgebaut. Ich hoffe, dass wir jetzt die Woche nochmal die Kurve gekriegt haben. Gefühlt waren die Jungs schon im Final Four so. Ja, so ein bisschen. Schon vor zwei Wochen, weil das so gut aussah für uns. Ich habe jetzt auch gehört, wären wir safe durch gewesen, hätte ich letztes Spiel wirklich spielen dürfen als Torwart. Wirklich? Ich bin auch ein bisschen sauer auf sie. Sauer. Ja. Aber wenn wir heute gewinnen, dann ist das wieder okay. Ladies and gentlemen, seid ihr bereit für die erste Partie? Hier sind die Teams von Calcio und die Ladies. Er hat Calcio gesagt. Geiler Typ. Er hat Calcio gesagt. Da sind sie. Da sind wir ganz schön früh dran, oder? Ja, 20 Minuten vorher gibt es schon mal den Einlauf. Da haben wir die Supporters von Las Ligas Ladies. Die Calcio Boys. Überraschend. Also die Stimmung, die stimmt schon mal. Die Spieler machen sich warm und wir schalten rüber in unser Zink Studio. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass sie die Fans nicht so richtig hört, weil leise. Oh, Simon ist da. Digga, guck mal, wie clean er da sitzt, Digga. Tschüss. Der Mann hinter dem Doppelpass, der Gen Z und VFR Zimbos Teammanager, Gamerbrother. Ich dachte Zimbos. Hi, freut mich. Freut mich auch. Für das Final Four hat es nicht gereicht. Digga, er hasst das. Die Mundwinkel direkt. Die Mundwinkel, direkt. Die Mundwinkel, direkt. Es tut sehr wem, muss ich fairerweise sagen. Also wenn man hier hinreist, die Kulisse sieht, ich glaube 10.000 Leute passen hier rein. Wir waren lange oben und dann ja nur als Gast, der von der Couch zuschaut, hier dabei zu sein, das tut besonders weh. Du hast viele Jobs als Creator, auch als Host deiner eigenen Fußballshow. Vor welche neuen Herausforderungen hat dich denn der Job hier als Teammanager gestellt? Naja, also man muss zumindest versuchen, guter Teammanager zu sein. Ich würde sagen, bis Spieltag 7, 8 ist uns das ganz gut gelungen. Danach haben wir bekannterweise die letzten Spieler allesamt verloren. Das nervt uns als Teammanager. Ich wäre, wie gesagt, gerne hier dabei gewesen und hätte nicht nur auf der Couch Platz genommen, aber jetzt habe ich heute einen Couchplatz. Manche Teammanager haben mehr, manche haben weniger Fußball-Know-how. Von wem hast du denn gedacht, dass die gar keine Ahnung hätten? Und dann haben sie sich aber als ein totales Fußball-Genie herausgestellt. Ich glaube, jeder, der hier dabei ist, hat so ein gewisses Grundpensum an Fußballverständnis, was er mitbringt. Der eine mehr, der andere weniger. Ich würde von mir selber behaupten, dass ich zumindest so ein paar grundlegende Sachen im Fußball verstehe, aber am Ende sind wir auf Platz 10 rausgetrudelt. Also, naja, was soll ich erzählen? Hat einfach nicht gereicht. Aber das war ja so eng alles. Alles klar. Auch in der nächsten Saison wird es wieder einige offene Stellen geben. Würdest du denn beim nächsten Draft irgendwas anderes machen? Tja, also ich glaube, bei uns haben viele Sachen nicht funktioniert. Man muss sich als Teammanager natürlich auch selber irgendwo die Schuld geben. Am Team muss vielleicht auch noch ein bisschen gearbeitet werden. Wir versuchen da an so vielen Stellschrauben wie möglich zu drehen. Aber im Vergleich zum FC Bayern München ist bei uns die Trainerfrage tatsächlich geklärt. Also Coach Ludwig bleibt natürlich am Start. Also die Personalie wird nicht ausgetauscht. Alles klar. Vielen Dank für deine Antworten. Wir von Xing sind sehr gespannt zu sehen, wie es in der nächsten Saison mit eurem Team weitergeht. Ja, schauen wir mal, was wird. Schauen wir mal, was wird. Das war Eichstibir. Sie hätte nur, was wird. Das war Eichstibir. Das Ziel gerade passiert ist. Dem wichtigsten Part. So souverän. Das ist jetzt aber sehr wild. Schauen wir mal, was wird. Was wird. Das kannst du dir nicht vorstellen. Also, Kontra K. bei uns im Studio. Hallo. Max, fünfter Platz. Heute nicht dabei. Reib doch nicht. Ja, nein. Herr Kontra. Das ist irgendwie immer die erste Frage. Hey, wie geht's dir? Nicht dabei. Du einfach. Ihr seid nicht dabei? Warum nicht? Nicht tatsächlich. Du bist nur Gast heute. Richtig, diese journalistische Frage wie bei Nico Schlatterbeck da so. Mal ganz blöd gefragt. Wieso war der Ball nicht im Tor? Ja. Das ist so eine Frage. Ich meine, man muss sich stellen. Aber vielleicht nicht man sich stellen. Ja, es ist schon. Du weißt doch, warum er nicht drin war. Weil er holzt an diesen Moment. Das weißt du immer. Ja, ja. Ich gebe dir ja recht. Also, das ist so. Ist die, äh. Ja, da. Und? Sein Gesichtsausdruck habe ich auf Kamera. Ja, Bruder. War es seine Frage? Ja. Ja, ist auch wirklich. Würde ich sagen. So richtige, woran hat's hier liegen Frage. Ja. Das ist so eine Frage. Aber hat auch gutes Meme-Potenzial, so eine Frage. Ja, ich fand auch, er hat souverän reagiert. Ja, safe. Und du weißt. Oh! Leonel! So, kriegst du auch noch ein Mikrofon in deine Hand gedrückt. Oh, Felix. Ja, war sehr gutes Zeichen. Ja. Heißt, viele Leute wollen hierher. Ja, ich hab morgen gesehen. Sehr viele Leute wollen hierher. Max, vielleicht kannst du uns nochmal mitnehmen, so in eure Saison, weil ihr wurdet von der Community extrem gefeiert, weil ihr richtig viel für eure Mannschaft gemacht habt. Was unter anderem. Ja, was heißt das? Was unter anderem. Wir mussten erstmal eine Mannschaft werden. Also wir waren ein zusammengecastetes Team und waren nicht so schlau zu sagen, wir holen uns Jungs aus einer Umgebung, sondern haben einfach gecastet und gedraftet, was wir wollten. Und haben das welche gemacht? So einen Squad geholt? Also das ist immer die Frage wegen diesen Interviews, wie sehr wir drüber reden, weil jetzt hört man ja wieder nicht, was sie sagen. Aber ich hab mit den Boatengs, mit Prinz und mit George, nachdem wir gegen die gespielt haben, hab ich dann mit denen gesessen und gequatscht. Und er meinte dann so, ja, wir sind ja aus Berlin, wir kennen hier in dieser NRW-Ungebung keinen. Immer wenn wir einen Spieler angegrufen haben, dann hat er schon mit Hans telefoniert. Hans hat alle abgekastet. Alle, ich hab zu jedem gesprochen, alle waren schon bei Hans und ich will nur zu Hans, so ungefähr, wenn, so. Ja, okay. Und dann meint der so, Bruder, ich frag den Spieler, die waren schon bei Hans. Ich seh eine Oma mit Tüten, ich will ihr helfen, sie sagt, Hans hilft mir schon. Ich hab mich so tot gemacht. Hat der das wirklich gesagt? Geil, okay, das ist geil. Ich seh eine Oma, soll ich dir helfen, sie sagt, Hans hilft mir schon. Okay, das ist stark. Kriegen wir hier nicht Seven TV raus? Keine Chance, ja? Boah. Wirklich, Hans der Goat, deswegen, wir haben wirklich den Goat am Start bei uns. Oh, da ist auch Krögi, die Calcio-Gang ist auch da. Full House hier. Die Calcio kann ich reinkriegen. Ja, das wäre stark. Wen wollen wir haben? Oh, Fan. Du bist ja, du bist der Insider. Chat, wen wollt ihr haben? Niklas, Nico oder Krögi? Wenn ihr eine Möglichkeit hättet. Oh, Spanner. Glauben sich das passiert? Ich glaub nicht. Okay, und welche? Aber wenn es Berlin ein Finale geben würde, dann haben wir da drin. Achso. Boah. Wie Pokal broken. So, um das mal kurz aufzuklären, weil Knossi gerade... Ja, jetzt haut er wieder ab. Jetzt haut er... Knossi, komm rein. Du musst jetzt mal erklären, was hier passiert ist, weil die Leute sehen... Stimmt. Oh, mein... Ich hab da ein paar Fotos mit den Jungs gemacht. Das Ding steht auf dem Tisch, fällt einmal runter, Scholz hat... Oh, mein Gott. Der Pokal sieht doch einfach aus wie eine Prothese. Das ist der Pokal, ne? Das ist der Pokal der Baller League. Das ist aus wie eine Prothese. Das ist... Das ist... Das gibt's doch nicht. Ihr habt doch so viel Twitch-Money. Was soll ich denn jetzt machen? Du holst jetzt einen echten Gold. Das ist Fake, oder? Da war Saltbeer schon in der Nähe. Der wollte ihn schon anfassen. True, Saltbeer... Saltbeer hat ihn schon geküsst. Saltbeer hat den Pokal. Schau mal, was du da machen. Stell mal vor, mein Liga Ero. Er kommt einfach aus dem Nichts. So will, so zu Präsi. Das wär eigentlich auch ein geiler Gag, Alter. Das wär wirklich stark, ja. Wir fänden im Nachhinein auch... Da werden dann immer ein leichter schütteln, Alter. Das wär stark. Was ich die letzten Jahre erleben durfte. Und da schafft man dann alles. Weil wenn du so lange dahin arbeitest, dann ist die Anstrengung gar nicht so präsent. Das war natürlich am Ende ein bisschen... Exhaustend. Und ich... Mein Körper zärt noch ein bisschen. Aber mir geht schon wieder was an. Felix, wie sah deine Woche raus? Schlau verwendet. Mit so Vergangenheitsform. Ja, Exhaustent ist auch... Exhaustent... Ja, ist Infinitivum, dritte Form. Einmal die Woche, wenn ich hier nach Köln komme, zerfickt mir irgendwie meinen kompletten Wochenplan. Geil! Das F-Wort wurde gedroppt. Ich schwär, er ist so ein Macher, ne? Die Tore zur Hölle sind geöffnet jetzt, ne? Fäkalsprache auf die Eins. Ab sofort ist alles erlaubt. Fäkalsprache auf die Eins. Pandoras Box ist offen. Das hab ich so dermaßen gefickt. Einfach so verdammten Leuten. Ja, natürlich sucht man rauf. Na, das ist so scripted. Das ist so scripted. Ich danke euch beiden auf jeden Fall. Schönen wir da, weil Felix, du kannst jetzt Pipi-Macken gehen. Und wir schauen... Stell dir vor, am Ende geben die wirklich den... ...Sieger-Team und du kriegst nur noch einen halben Pokal. Die benutzen so dieses Klebeband, was so der Prisian sein Bein hat. Ja, aber ich hab nen Tipp und der heißt Eintracht Spandau. Yeah! Jawoll! Let's go! Eintracht auf die Eins! Sympathisch. Wir dürfen das Finale zeigen, Freunde. Deswegen sind wir hier, sonst wären wir gar nicht hier hier. Was für ein Zufall. Ich bin hier so ein bisschen am Grübeln, soll ich mitspielen, soll ich nicht. Chat, willst du, sag was dazu. Es juckt, es juckt natürlich. Ja, ich glaube, also das ist so richtig Beutschplatz-Feeling, ne? Also ich find's schon cool. Füllguck auch stark mit seinen... Hat was. Hat was, ja. Guck mal, die Herzen an dem Chat, die sind für ordentlich. Oh, danke, danke, danke. Ich wär so ein guter D-Jugend-Vater, Alter. Ich wär so ein guter D-Jugend-Vater. Oh, der ist mal ein Topf schräg. Ja, ich wär so ein Ekliger. Hallo. Okay, das hab ich so jetzt auch nicht. Hat er mir auch heute, Zwanni hat er mir sogar reingerückt, ne? Deine Kick-Schuhe. Nee. Puffi! War echter Puffi. Ja, er hat ihn mir danach wieder abgezogen. Mir nur 20, aber mir da... Ich hab mir so aber angeschrien aufs Toilette. Ich war einfach pinke. Na, nein, nein, nein. Ich durfte mein Geld raus. Ich durfte behalten. Hä? Ich hoffe, hier, Team Beton hat sich im Hobbit-Dorf gut vorbereitet. Jetzt, jetzt dreht er völlig durch. Wechselst du dich wieder ein heute, oder? Happy Birthday to you. Das hab ich gar nicht mitbekommen. Das ist ja geil. Aber das ist ne geile Torse. Einfach Gladbach. Sensationell. Ich freu mich auf die zweite Saison. Ich freu mich auf alles hier. Das ist geil. Gladbach, DFB. Ach, ich werd's vermissen, Conan. Ich werd's richtig vermissen. Und Gold. Aber wir haben ja noch heute. Und wir haben grad schon so ein bisschen... Wir haben jetzt kein Streit miteinander, aber wir haben uns ein bisschen auseinandergesetzt. Ihr seht es. Denn da wird fleißig verkabelt. Wir haben die ersten Halbfinalisten gleich bei uns sitzen. Das ist dann Kancho gegen die Last Ligas Ladies. Krankes Duell auch. Ich glaub, spielerisch wahrscheinlich mit das beste Matchup, was du haben kannst. Also das sind wirklich die beiden Teams. Ich glaub, Streets United, an einem guten Tag klatschen wir die. Kancho und Last Ligas werden tough. Ich glaub, die sind wirklich, wirklich krass drauf. Man muss auch dazu sagen, Kancho Berlin und Team Eintracht Spandau sind auch die einzigen Teams noch, die Creator Teams sind. Das darf man nicht vergessen. Die anderen sind halt einfach Profis. Da haben wir Nico. Was habt ihr eigentlich geschrieben? Wem wollt ihr haben? Nico oder Krögi oder Niklas? Scheiße, jetzt fängt es nochmal an. Ich hab Krögi ganz auf, glaube ich. Welche fußballrische Ansätze sind. Also Nico und Chris mittlerweile bei uns. Und... Knabemals-Restock ist jetzt geleakt, ja? Wie geht's euch? Warum haben die uns dann die Knabemals-Packung abgenommen? Wahrscheinlich damit ihr die bekommt. Fürs Lager. Wir sind schon ein bisschen aufgeregt. Wir haben ja auch noch ein Sixer. Das ist eine geile Kulisse, würde ich mal sagen. Also das erleben wir jetzt auch nicht jedes Wochenende oder jeden Montag. Lügt doch nicht. Wir sind doch immer im Stadion. Da leben wir mehr. Ja, schon gesprochen. Vor wie vielen Zuschauern spielst du immer so ungefähr? Ja, so knapp zweieinhalb, dreitausend Leute. Also das ist hier jetzt nochmal was ganz was anderes. Zwölftausend, fünfhundert Leute heute da. Macht mal Lärm! Zwölftausend. Wow, Frank. Mein größtes Event war 8 Karten. Ich glaub, die hören das nicht immer, wenn die sagen, macht mal Lärm. Alle machen so leise, alle denken so schweigeminuten oder so. Er macht Schiricam selber jetzt. Ne? Das hat sich der Schor nicht an. Das wird mit Sicherheit noch im Laufe des Abends sich lauter gestalten, bin ich mir zu hundertprozentig sicher. Hättet ihr denn gedacht, dass ihr im Final vorlandet, Selina? Tatsächlich nicht, weil... Nico hat mal im Nicken schon so, ja. Ja, wir haben jetzt zweitmal auf Platz 7 standen und andere Teams natürlich auch, der nicht dabei waren, aber ich glaub, das war der dritte letzte Tag, der Spieltag, da haben viele Teams halt für uns gespielt. Kommt noch, die Feuerwehr. Hallo. Und dann haben wir eine neue Tour und eine neue Chance für uns. Weil du es ansprichst, weil du darüber sprichst, schauen wir uns doch auch direkt mal an euren Weg. Der Las Ligas Ladies ins Final Four. Wir haben 20 Profis gesignt. Der Weg, die machen sich Spoiler. Die hatten nur Profis. Weg. Ja, man muss alles nutzen, was man kann, ne? Also, sag ich mal, viele Wege führen nach... So, wir zeigen euch mal euren Weg. Ihr habt Moritz Leitner... Nur so Abrufungen, einfach nur so Gehaltsabrufungen. Digga, die hatten einfach Odonko und so ein Team. Die hatten wirklich jeden. Aber Odonko hatten die wegen dem Punkt PK-Hälfte-Ding, glaub ich, ne? Ja, ja. Ikichi hatten die fast jede Woche da. Leitner. Heilige Mutter Gottes. Achte Minuten, was heißt es? Oh Gott, ist... Oh, er hat den Ass gegrabbt auch gerade, ne? Schönes Tor. Moritz? Oder sich selber? Sich selber nicht schlecht. Ein intensives Spiel, aber ein klarer Sieg für uns. Zum Contento auch, ja. Wie kommt das doch übertragen werden darf? Ah, Präsident hat geklärt. Der hat die Nuts auf den Table gehauen. Und dann... Dann ging's. Props an Hersteller nochmal an die Baller League natürlich, dass wir doch so spontan da sein dürfen. Auf jeden. Ist ja schon viel geiler. Also, stell dir mal vor, wir hätten so Watch-Party machen müssen. Watch-Party wäre schon Arsch. Also wäre immer noch geil, aber... Der Cast bockt ja wirklich mehr, wenn wir das Spiel sehen und wirklich das teilen können, was wir da sehen. Heute für die Ladies entscheidend ist. Wir haben uns mal genauer angeguckt, was eigentlich so bei euch... Wir haben uns feinlich vorgezittert. Also ihr seid jetzt fein vorgezittert. Das haben wir schon ein bisschen thematisiert. 19 Tore. 19 Tore ist schon stark. Ich glaube, Aziz hat 10 oder 11 oder so, glaube ich. Bei uns waren aber viele zweistellig, glaube ich. Wir hatten viele Leute in dieser Profitruppe. Das hat sich jetzt ein bisschen verändert. Er hat nochmal den Kader angepasst. Bist du zufrieden mit dieser Veränderung insgesamt? Er hat euch ja vielleicht auch ein Stück weit hier rein... Ja, ich habe nochmal den Kader angepasst. Ja, auf jeden Fall. Also ich bin super dankbar, dass wir jetzt neue Leute auch dabei haben, die vielleicht in den letzten Spielen auch neuen Schwung und neuen Input mitgebracht haben. Wo seid ihr im Stadion? Wir sind im Stadion, ja. Live aus Düsseldorf. Wir sehen natürlich, dass wir selbstreden ist, den Keyballer bei den Ladies. Das ist Moritz Leitner. Dann schauen wir noch schnell auf euch, Jungs. Was wir so da gesehen haben... Hast du deinen Tipp? Fürs erste Halbfinale? Fürs erste Spiel? Kann ich über den Steckdruck. Schwächste Abwehr. Halt schon. Geil. 40 Gegentore. Angriff ist der beste Angriff. Was hat das zu sagen oder hat das etwas zu sagen? Letzte Spiele, letzte 6-Milch-Tore. Wir haben viel im 1 gegen 1 gespielt. Wir haben am ersten Spieltag 8 kassiert. Ich glaube, die Defensivgeschichte... Also ich sage mal so, wir machen uns eigentlich um unsere Defensive, würde ich sagen, nicht die ganz großen Sorgen. Aber jetzt ist natürlich Tuck drauf. Das ändert alles ein bisschen. Ja, ich meine, ihr habt ja auch sehr gute Leute da hinten drin. Zum Beispiel Basti Oczipka. Beste Form heißt, 5 der letzten 6 Spiele habt ihr gewonnen. Ich würde mal sagen, klar, auch wenn der letzte Spieltag jetzt vielleicht nicht ideal gelaufen ist. Ihr kommt am heißesten hier rein, rein statistisch gesehen. Bist du es zu zustimmen? Ich glaube, ihr meint die beiden, glaube ich. Bei mir sagen auch viele Sido. Weil da waren wir schon ruhig und natürlich ist da vielleicht die Anspannung nicht mehr bei 100%. Und das reicht natürlich bei dem Niveau und dieser Qualitätsdichte aus, um dann auch mal ein Spiel zu verlieren. Und euer Keyballer, ich glaube auch da sind wir uns alle einig, ist Kevin Bacon, weil er einfach geile Kronborn-Fähigkeiten hat und eben 13 Kissen gemacht hat. Wobei, ich wusste lachen mit meinem Anstand halber auch. Okay, warte, mein Tipp für das erste Spiel. Ja, Tipp für das erste Spiel. So, und wir sind gespannt, wie ihr eure Jungs jetzt gleich greift, macht, ihr dürft dann groß jetzt in den Zentrum, hab ich gehört. Ja, und ich meine, am Ende des Tages, Game Changer und so, kann auch wieder vieles passieren, ne? Und das Ding ist, Kaltschow Berlin hat auch nicht so viele Profis, ja auch Chipka, okay, Ex-Profi. Und zwar ist bei mir Dennis Eck und Kevin Weggen. Ich glaube, das macht tatsächlich auch was mit dir, ne? Der ist richtig gut, der Berger. Wie ist es für euch so von der Stimmung her, von der Gemütslage, habt ihr gesehen, wie viele Leute da sind, 12.500 werden es später insgesamt sein? Ja, ist natürlich überragend, ne? Jeder freut sich auf genau den Tag und macht Bock auf mehr. Bist du nervös? Ne, noch nicht, positive Anspannung. Echt? Wie ist es bei dir, Dennis? Bei mir ist es genauso. Ich freue mich mega aufs Spiel, das ist eine geile Kulisse, hab richtig Bock zu zocken, von daher keine Nervosität. Und in der Liga habt ihr ja 7 zu 5 gewonnen. Nehmt ihr das mit? Nein, nein, bin abgedreht. Oder ist das bei euch beim Team Kaltschow noch ein Hinterkopf? Alles so komplett. Nein, nein, Bruder, das macht mit mir nix. Wir sind gut dabei und deswegen, das gehen wir auf den Platz. Das macht mit mir nix. Und Dennis, der Mann hier neben dir, der hat schon 13 Saisontore, wie ich es Conan gerade gesagt hat. Ich glaube 6 hinter Moritz Leitner, der hat nämlich 19. Packt er die heute oder wirst du ihn aufhalten? Ja, er wird alles dran setzen, ne? Davon gehe ich aus und hat eine enorme Qualität, der Mann. Aber klar, ganz schlecht, wenn wir ihn dazu kommen lassen würden. Sehr gut. Hey, wir freuen uns auf ein geiles Halbfinalspiel und damit Freunde zurück ins Studio. Viel Erfolg. Selina, musste man da seine Jungs überhaupt unter der Woche nochmal extra interessieren? Meine Mama nicht. Ist Handy-Offi-Blood noch, oder? Ne, da ist auf jeden Fall genug Motivation da. Ich glaube jeder kann stolz darauf sein, hier heute vor so einer Kulisse hier zu spielen. Und ja, deswegen. Du hast gerade schon ganz nervös, du hast gesagt, wo sind meine Jungs? Wo sind die? Was machen die? Habt ihr irgendein Ritual noch, kurz bevor es auf den Platz geht? Foto für Mama? Ja, wir bilden halt nochmal einen Kreis, wo wir nochmal intern eine heiße Ansprache uns sagen. Und ja, dann geht ab die Post. Darf ich dich fragen, du als Profispielerin, was ist deine Methode? Du siehst ja richtig süß aus aus dem Motivation. Ich wollte gerade das Foto zeigen, ihr habt es ja gesehen. Das ist schon gut, oder? Auch süß. Das ist ein starkes Foto, sind wir ehrlich? Okay, ist jetzt weg. Okay, das hilft dann natürlich. Wir drücken dir auf jeden Fall die Daumen. Lieber Chat, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, haut jederzeit in die Tasten. Wir sind für euch da, auch wenn es für uns natürlich auch heute irgendwie so Multitasking mehr oder weniger ist. Weil wir wollen natürlich euch auch in der Halle gut unterhalten. Ich hoffe, ihr seid gleich alle am Start beim ersten Halbfinale der Baller League-Geschichte. Und lieber Chat, wie gesagt, eure Fragen immer, immer gerne. Aber ich glaube, was aber ehrlich krass gewesen ist, wenn sie jetzt für... Ich meine, ich weiß, können sie das Sponsoring nicht machen, wenn sie fürs Finale Gamechanger und so weiter raus und irgendwie so 10 Minuten mehr Spielzeit oder so nehmen wollen, oder? Hätte ich gefeiert. Ich habe halt ein bisschen Sorge, dass das Halbfinale entschieden wird durch 1v1. Da habe ich ein bisschen Sorge, ehrlich gesagt. Aber wir werden es mal sehen. Und meine Brunnen, let's get ready to rumble. Wir machen mal ein bisschen leiser, oder? Welcome, welcome auch an Baba Grafati, der Dennis Eitikin von der Border League. Chat, passt das so von der Lautstärke? Sag mal, lauter, leiser? Mach mal eine Ansage. Eins leiser, zwei lauter. Hallo Greenish! What's good? Huiiii! Huiiii! Mit der Nummer 10, Moritz Leitner! Ja, war so richtig, ne? Müsst du noch ein bisschen verhalten. Ja, alles. Ich glaube, bei uns wird's crazy... Ach, Digga, da hast du noch deine Feuer Show und so. Siehst du das? Guck mal von dir die... Ja. Alter, die sehen echt 10 mal krasser aus als im Stream. Da sieht es so... Okay, ne, sieht im Stream auch gut aus. Sieht schon aus wie eine Flamme. Sieht schon aus wie eine Flamme. Ist schon Feuer. Ist schon... Wir haben so zwei Pokémons da hingehauen. In so einem Glurak. So ein... Ah, Glurak. Er ist so ein Glutexo, Glutexo, oder? So Glumanda sagen, Bro. Mehr ist das nicht. Glumanda macht keine 3-Meter-Flamm. Bro, du traust Glumanda das nicht zu, aber er kann das. Ah, weiß nicht. Wobei stimmt, das ist nur so ein Puff. Das ist nur so ein Puff. Das ist nur so ein Puff. Stimmt, stimmt, stimmt. Wie man als Avatar Feuerbending gelernt hat. Ach so, ich war woanders. Stell' mal vor, so unter dem Feld sind so zwei Dudes, die so per sex Dudes sind. Mann, wie dumm bin ich heute wieder, halt. Stark. Wahnsinn. Oh, Mann, das ist so schlechte Jones halt, ey. Für Selina Cerci. Wir spielen erst später, Chad. Erstmal... Last Ligas Ladies gegen Kalt Show Berlin. Heute nicht. Heute nicht, Commander. Er hat wieder so angefangen. So geil. Du hast uns schon erzählt, ne? Ja, ja. Er erzählt so, ja, Commander Krieger hat mir letztes Mal den gezeigt. Jetzt kommt der hier original vorbei und macht den. Eine Sekunde. Er macht nur so, ich sehe so, unten rechts die Hand. Heute nicht. Geil. Ja, und alle noch vor allem im Chat. Ja, ja. Ich hab eigentlich gesehen, der wirklich so geschrieben. Splashburger erzählt immer so eine Scheiße. Wirklich so auf Ernst. Bro. So. Einmal erzähle ich die Wahrheit und dann macht ihr so mit mir. So, ich muss jetzt kurz noch Simon schreiben auch. Warum ist der Sound so kacke? Bruder, hier sind 12.000 Leute in der Arena. Ist ein bisschen schwerer, den Sound abzumischen. Aber was ist ein kacke? Also, vielleicht können wir jetzt auch fixen. Aber wir können eigentlich nur lauter oder leiser machen. Wer spielt jetzt? Wir haben Last Ligas Ladies gegen Kaiju Berlin. Das ist erstmal für uns bisschen Warm-up. Wir sind danach dran, aber wir können schon mal unseren Final-Gegner scouten. Wir schreien. Ja, ich kann uns... Ja, so ein bisschen übersteuern gehört aber dazu. Ihr schreit. Ja, du schreit. Was das denn? Ich mach euch mal ein bisschen leiser. So ein Tucken. Macht doch lieber PGM lauter. Ich glaube uns nicht. Aber dann übersteuern wir nicht so krass. Ah, okay, wir übersteuern. Aber weil das nicht übersteuern ist ja auch ein normaler. Ja, aber es hat auch Grenzen, weißt du? Sola zu leise. Na, nein. Schrei bitte mehr. Ich bin auch dafür. Ja, ich glaube da wird sich der Chat eh nicht einig. Ihr wisst... Ihr wisst... Ja, Splash ist aber laut, weil Organ laut ist. Und die Manager... Chris Kröger, Nico Heimer und Niklas... Ohne Kommentare kriegen wir leider nicht, ne. Ach so, echt nicht? Ne, ne, ne. Ne, heute bleibt Dirty Feed. Ah, okay. Oder? Also es gibt PGM ohne Hunke, aber ich glaube der ist nicht... Wir können ja mal testen. Ja, das hat gar nichts gebracht, oder? Doch. Ist das jetzt clean? Wie? Ja, doch. Ihr hört immer noch einen Kommentator, oder? Besser, besser. Oh, okay. Dann nehmen wir den. Doch, ist top. Okay, geil. Wir dürfen nicht, aber wir machen, weil es ist doch. We take it those. Ja. Ja, über die Halle hört man ihn, das geht man nicht raus. Aber es ist ja trotzdem besser so, oder? Genau. Bombastisch. Bombastisch. Ganz dirty, aber für das Spiel vielleicht? Na? Weiß nicht. Jetzt seid ihr zu leiser. Ja, ich habe gerade leiser gemacht. Jetzt müsste passen eigentlich. Ich dachte wir sind zu leiser. Aber ein paar sagen viel schlechter. Einfach auch dann noch so geil, ein paar Eins mit ein paar Zweien auch sofort. Oder die Verwirrung, als ob wir irgendwie sowas gefragt hätten. Ja, ich glaube der Unterschied ist, also clean feet kann ja gar nicht sein, weil man ja in der Halle das übel laut hört. Ja. Normalerweise hört man Robby ja nicht in der Halle. Das stimmt. Aber Robby hörst du jetzt auch nur in der Halle. Oh, es könnte sein, dass er das ganze Spiel über kommentiert, ne? Also laut. Ja, safe wäre ja komisch, oder? Wenn man keinen Kommentar hätte in der Halle. Ja, aber ne, das geht doch gar nicht. Stimmt, das geht ja nicht. Du hast keinen Kommentator in der Halle. Wenn du Fußball guckst in dem Stadion, ist ja auch kein Kommentator der das kommentiert. Ja, aber ich glaube in der Border League, wir können es ja gleich mal gucken, aber ich glaube, wir werden es mal herausfinden. Wir lassen jetzt erstmal so und dann gucken wir. Junge, der Eintracht Spandaublock da hinten, der macht schon gut Stimmung, Alter. Ich probiere Gamer Bro reinzukommen. Okay, okay. Wollen wir, wenn er reinkommt? Erste Frage. Ihr habt ja nicht reingeschafft. Habt ja nicht reingeschafft. Und Schalke ist fast auf Absch. Oh nein, diese Weile. Dann geht er, glaube ich, wieder. Dann geht er wieder. Jedes Mal, wenn wir uns sehen, dann hat er irgendeinen L. Das ist jedes Mal unser Ritual. Aber nein, 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 nein. Für die Spieler wäre Kommentator in der Halle super beschissen. Ja, stimmt eigentlich. Na, mal gucken, wie sie es gelöst haben. Wir werden es erfahren. Ich glaube, die haben einfach einen Stadionsprecher und der macht halt nur so zwischendurch. Und sonst macht... Okay, jetzt gehen los. Achso. Final Four, Match Number One. Also, Anpfiff in Düsseldorf. Der erste Tunnler wurde verteilt. Meine Damen und Herren, steht 1 zu 0 für Kalische Berlin. Ich sag, Tunner sollten zählen. Tunner sollten Tore sein, eigentlich. Also, wieso nennen wir uns Border League? Weißt du? Wenn hier nicht geballt wird. Wenn hier nicht geballt wird. Das ist wirklich krank. Tunner ein Tor. Oder derjenige muss runter für 2 Minuten. Schreib doch nicht so rein. Schreibst du auch? Ich? Ich dachte, ich bin nur der da rein. Ich mache einen entspannten hier. Leute. Schön, dass wir wieder da sind. Welcome, welcome. Zu einem tollen Spiel von Heizer Berlin und den Lasting-S-A-Bs. Die erste Spielminute ist jetzt auch schon am Laufen. Aktuell noch keine relevanten Ballkontakte. Die erste Flanke nach vorne. Aber es ist ja auch noch ungefährlich. Hier wird sich ein bisschen gehagelt schon. Und regeltechnisch hat sich jetzt beim Finale erstmal nicht so viel getan. Tatsächlich nichts, ja. Das ist korrekt. Es wird weiterhin eingerollt, der Ball. Also, eingespielt. Eingespielt. Ja. Drei Ecken geben ein 1v1. Korrekt. Ja. Wir haben weiterhin die GameChanger und die Galaxy. Galaxy Minutes. Ja. Drei Minuten an der Zahl pro Halbzeit. Drei Minuten. Kann den Unterschied machen durchaus. Wetten wir heute wieder? Heute wird durchgewettet. Und schön, dass wir hier alle gemeinsam sind. Und, weißt du, so könnte man tatsächlich auch ein Spiel kommentieren. Und dann können wir 30 Minuten durchziehen. Und dann schön, glaube ich, die Leute auch sagen. Häh, warum? Schrei mich an, Benni. Ja, man muss es den Leuten auch mal zeigen, wie es anders geht. Wow. Eine wunderschöne Parade vom Torwart. Ja, nicht schlecht gemacht. Macht er gut. Zwei Minuten gespielt. Aktuell noch keine... Keine relevanten Ereignisse hier in Düsseldorf. Jetzt müssen wir eng schon überlegen. Ja. Ballkontakt hier von Moritz Leitner in den letzten zweieinhalb Spielen. Das Wetter ist gut. 23 Grad. Leichte Sonne. Ja. Den wollte er anders. Hat man gesehen auch, die Platzverhältnisse... Nicht einfach. Der Rasen. Nicht so tief. Importiert aus Köln, habe ich gehört. Das ist der selbe, ja. Ist hierher geflogen worden. Tatsächlich. Extra nochmal angepflanzt. Und dann hier auch die authentische Spiegel... Ohhhh. 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 Nicht schlecht. Ohhhh. Scheiße. Es ist schwer. Aber ist auch geil. Irgendwie ist auch lustig. Es gibt einen schon so... Es macht schon Spaß. Es ist schon cool. Es ist wieder ein Billard-Video. Ja, wirklich. Es ist aber geil. Ah, Mann, Alter. So, oder? Glaubst du, würdest das 30 Minuten schaffen? Ja. Auch wenn so ein richtig krankes Tor kommt. So, Seitfallzieher, Lattenkreuz, rein. Ich würd's machen. Tor. Okay, Chad. Eins, wenn wir das ganze Spiel durchziehen sollen. Zwei, wenn wir wieder anfangen sollen zu schreien. Danach kommt Johannes uns. Was habt ihr da gemacht? Wir haben keine Zuschauer mehr. Wo sind die? 30 Zuschauer? Was war eins? Dass wir es weiter so machen sollen. Aber die schreiben, glaube ich, jetzt auch nur eins für den lustigen Effekt. Ich weiß nicht, ob sie es wirklich wollen. Die wollen es nicht, glaube ich. Ihr wisst, wenn ihr eins schreibt, dann kommt es. Dann habt ihr keine Wahl. Dann ziehen wir es durch. Es sind schon viele Einsen, tatsächlich, ne? Ich muss ja vor allem zu ProSieben durchziehen so. Ah, jetzt sind aber relativ viele zwei. Ich hab noch mal den Reality-Check gemacht. Ja, komm. Wir wollen es, wir wollen es. Nein, die wollen es nicht. Wollen wir einen einmachen? Ich mach ihn normal und du flüsterst durch. Ja? Ja? Ja, das geht glaube ich nicht. Ja, lass mal. Ich mach dich ein bisschen leiser. Okay, okay, okay. Dann machen wir so, so Ying und Yang. Alright. Ballbesitz für Kaiju Berlin. Was ist das? Ist das ein Freistoß? Ist das ein Freistoß? Wir haben einen normalen Eindribbel-Pass zum Torwart. Wahnsinn! Ich kann nicht normal nehmen, oder? Komm, wir machen immer normal weiter. Ja, scheiße. Fünf Minuten gespielt. Ich spiele noch keine gefährliche Aktion. Also hätten wir durchgeflüstert. Hätten wir uns auch nichts gecheckt. Ja, eigentlich gab es noch keinen Grund zu schreien. Es gab noch keinen Grund zu schreien. Ähm. Ja. Boah. Das war funny gerade. Ich schwitz auch hart ab. Die Box ist auf jeden Fall ordentlich am Ruffin. Da drüben war unsere Zelle, ne? Willst du mal ganz kurz gucken, ob unser Handabdruck da noch dran ist? Hier können wir nach dem Spiel gucken. Also sind das die gleichen, das sind original die gleichen Container, ne? Das ist der 1 zu 1. Oh, 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 oh. Das sah böse aus. Da ist jemand mit dem Kopf gegen die Wande geknallt. Den Fuß, glaube ich, oder? Er hat auch seinen Kopf gezeigt. Und Lionel Messi an der Seitenlinie. Könnte noch eingewechselt werden heute. Wildcard. Boah. Ne, ich glaube es war der Fuß, ne? Ja, ist eng das Feld. Nicht viel Platz. Hand. Hand, Hand. Aha. Achso, Hand ist geknickt. Vielleicht kam ein Commander Krieger vorbei. Hat ihm auch einen gezeigt. Hat ihm so einen gegeben. Oh, scheiße. Hat der nicht schon was am Arm da? Scheiße. Ah, auf die Hand getrieben. Ah, shit. Ja, bis jetzt ist auch die Technik von Las Ligas. Die Uhr fucked up, ne? Die Uhr ist irgendwas. Was? Stimmt, stimmt. Die Uhr bleibt stehen. Die Uhr oben auch. Digga, da gibt's gerade... Irgendjemand wird gekündigt gerade. Irgendjemand wird komplett auf angeschrieben. Der Zeit... Wie hieß er vor der Schule früher? Zeitmeister? Hattet ihr den auch? Ne. In der Gruppenarbeit war immer einer Zeitmeister. Der musste mal gucken, dass die Uhr... Also wann die Gruppenarbeitszeit vorbei war. Einer hieß es Zeitmeister oder wie hieß es? Zeitwächter. Zeitwächter. Doch. Zeitwächter. Hell no. Der Uhrmacher. Splash lauter. Auf eigene Gefahr. Splash wieder lauter machen. Ihr wollt das nicht, Freunde. Weil jetzt kommt die Stimme wieder nämlich. Typisch. Ja, Zeitwächter, genau. Der Zeitwächter. Hätt er mal an der Schule aufgepasst. Ich war einfach nicht da. Woher soll ich den Zeitwächter kennen? Ich mein, den Zeitwächter, der hier angestellt wurde. Achso. So, Freistoß. Kann er den machen hier? Versucht direkt? OOOOOOOOH! What?! Wegen mit einem Bagger-Tor, Digga! Der direkte Freistoß! Alter! Und der scheppert sowas von ins Tor rein! Was für ein Strahl! Damn! Boah, hätten wir wirklich durchgezogen, gerade wäre es zu funny gewesen, ne? Boah, schöner Abschluss hier direkt in die linke Ecke. Na, dann drehst du dich halt nicht weg, ne? Und ehrlich, Chat, Sola hätte den gehalten. Sola hätte den definitiv gehalten, bin ich mir sicher. Ja, aber die haben noch dran gewesen, glaube ich. So, und jetzt sind die Las Ligas Ladies in einem... Das Spiel hat offiziell begonnen, vielleicht schon das 2-0. Ja, 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 oh! Oh, der Ball knallt an den Pfosten, Aluminium und ins Aus. Stimmt, das war so ein richtiges Roberto-Carlos-Tor gerade, ne? Ja, ja, ja. Nee, so ein C-Roberto-Gohol war das. So, so... Palko Dardai. Freistoß. So, jetzt wird es interessant. Sieben Minuten ist nichts passiert. Schönes Pressing von den Calcio Boys auf... ...den Torwart. Einfach keine Mauer stellen, dann sieht er den noch besser. Ich glaube, er ist, äh... Den Namen kenne ich. Ich glaube, der ist tatsächlich hier bei DFB, Torwarttrainer. Hüpfi. Ich glaube, auch ohne Mauer hätte er den gehabt. Klar. Du. Du hättest ihn gehabt. Ohne Mauer wäre der Schütze auch verunsichert. So, warum braucht er keine Mauer, weißt du? Ja. Da hast du dann keine Confidence mehr. Sagst du. Dieser Berger ist... Oder Wegen, oder wie der Bre heißt, Digga, der ist ein... Macher. 13 Tore, jetzt ein 14. Tor im Final Four. Ich glaube, fürs Final Four musst du ja dann nochmal separate Statistiken geben, wie so Playoff-Statistiken in der NFL, ne? Das Feld ist wirklich größer, oder? Ja, das Feld ist ein Stückchen größer. Das ist größer. Ich finde, du merkst das auch sofort. Safe merkt. Also gerade, wenn du so wie gesagt... Das ist deutlich größer, ja. Wenn ich gucke, wo auf der anderen Seite das Tor ist, oder? Da brauchst du Fernglas. Aber ist das wirklich größer? Also wir sind auch weiter weg, ne? Wir sind weiter weg. Aber es ist auch größer. Es ist auch ein bisschen größer, glaube ich. Es ist sowieso das größte Spielfeld, was ich jemals gesehen habe. Ich finde es extrem groß. Also es ist deutlich über dem Average. Von was? Generell. Einfach von so einem normalen Fußthofen. Oh, 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 hör mal auf! Das ist nicht passiert, Digga! Oh mein Gott. Oh mein Gott! Oh no! Oh mein Gott! Das ist ein OG-Terst-Degen-Tor! Hör mir einer auf! Kein Scho-Berlin mit der 2-0-Führung. Aber was war das denn? Nee. Oh, was für ein Bock! Und der Torwart bleibt auch nochmal im Netz hängen, Janne. Aber der Torwart hat auch 0 mitgespielt. Also ganz ehrlich, richtig beschissener Rückpass, aber auch Torwartfehler. Also Torwart, wenn man jetzt so auf Großfeld guckt, dann bietet sich ja der Torwart auch wieder als Anspielstation an. Der Torwart ist auf jeden Fall... Bro, nein, nein, das wollen wir nicht. Das ist ja tough. Oh nein. Das ist ja tough! Ein tough Watch im Finale, oder Halbfinale des Final Bosses. Das ist ein richtiger Karius-Moment gerade. Torwart kassiert gerade ein L nach dem anderen. Bleibt im Netz hängen, bleibt im Rasen hängen. Oh no! Und ehrlich, es tut mir leid. Es tut mir mehr leid. Nee! Das Dumme ist, dafür kann er nicht mehr was, ne? Dafür kann er legit nicht mehr was. Er bleibt im Rasen stecken. Das ist es. Ist das scheiße. Oh man, Alter, das tut voll weh, sowas zu sehen finde ich. Oh, ist das scheiße. Das ist das nämlich, wenn du vor 13.000 Leuten auf einmal spielst, ne? Dann wird schon teilweise so einfach nur laufen schwer. Boah, ich fühle... Und ich habe es vorher noch gesagt. Ich, ja, also das wird zweistellig. Die sind gebrochen jetzt, glaube ich. So, und eigentlich kann der Torwart, ja. Das sieht man ja auch. Das ist aber ein Professional, der wird das direkt abhaken müssen, vor allem, weil man hat immer noch 20 Minuten. Das Teil liegt da hinten schon seit 20 Minuten. Der Big Tasty hat nichts mehr mit einem Big Tasty zu tun gehabt. Und jetzt gibt es eine Konzer-Möglichkeit. Kaltschuh, 1 gegen 1-Situation. Goal, 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 Goal! 4 zu 0. Boah, das wird eine Überfahrt. 4 zu 0. Das wird eine Überfahrt. Hör mir einen da auf. Kaltschuh Berlin bucht ein Ticket fürs Finale. So sieht es aus gerade. Katastrophale Abwehrarbeit aber auch. Und dann schön reingezirkelt. Einfach Innenseite, ganz locker. Das ist halt die Frage. Ist es gut, zu viele Profis in einer Mannschaft zu haben? Weil wenn es scheiße läuft, dann sind die auch gleich so, ah, ich scheiße drauf so vielleicht. Ja, unterscheidet das mal nicht, ne? Vielleicht kommen erst noch die Game Changer. Die werden definitiv so ein 1v1 reinknallen, die Regie. Ja, ja, safe. Weißt du eh, damit es überhaupt noch was werden kann. Abseits. Das war aber sehr knapp, Abseits. Was hältst du von der Grundidee gar keine Abseits zu haben? Ist scheiße. Meinst du? Ja. Weil dadurch, also, man muss man beim Spiel drauf gucken. Dadurch, dass Abseits gibt, sind quasi die ersten 10 Meter des Fels ja auch immer, also das Fels ist ja auch kleiner dadurch. Stell dir mal vor, wir haben Richie, Bro. Stellen wir Richie auf die Linie dort. Schieß einfach den Ball nach vorne, so. Das geht nicht. Und du weißt, da gibt es dann so Leute, die werden das gnadenlos ausnutzen. Das stimmt, das stimmt, das stimmt. So, das ist mein Problem damit. Ich will trotzdem irgendwie... Aber ich glaube, ohne Abseits wäre es trotzdem besser. Ich glaube nicht, dass es so krass ausgenutzt werden kann. Warum? Dann machst du halt von mir aus den Strafraum nochmal zwei Meter größer, weißt du, dass halt der Torwart es bestrafen kann. Der Bruder, er ist wirklich am Freestylen, obwohl der Bruder war wirklich gerade, er war kurz im Pana-Käfig in seinem Kopf wieder. War das der? War das der? Der war einfach im Pana-Käfig, gerade, obwohl noch fünf Sekunden auf der Uhr sind und die liegen 4-0 zurück. Stell dir mal vor, du packst dann so einen Ronaldinho-Trick aus. Jetzt klappt das geil. Für was? So, jetzt müssen Las Ligas Ladies hier hoffen, Game Changer, irgendwas krankes. Der Bruder hat einfach wirklich Emotes gespammt bei Fortnite. Also es wird Plus One oder Freeplay. Muss. Und Zeit. Ich habe irgendwas gesagt, genau. Wir haben aber nicht eingestanden. Na gut. So. Ist alles drin, Freeplay kann alles passieren. Las Ligas Ladies. Da muss einiges passieren. Oh, hast du gehört? Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, aber der Kommentator gerade so ganz provokativ. Der Torwart kann ausgewechselt werden. Ich meine, er hat nur das Spiel erklärt. Aber es ist unter den Umständen. Ach so, ach so, ach so. Der Torwart kann übrigens ausgewechselt werden. Also, Freeplay ist aber auch so ein Game, wo du mit guten Spielern echt so einholen kannst. Ja, also zwei, drei Tore sind locker drin. Wenn du auch ein bisschen Glück hast. Aber wenn ich jetzt Kalt schon wäre, ich würde bunkern. Ich würde bunkern und einfach nur schießen. Ich glaube generell, die Meta ist, wenn du führst und es ist Freeplay, dann passt du nur den Ball hin und her. Der Gegner kann den Ball gar nicht gewinnen in der Verteidigung. Stell dir mal vor, die passen jetzt, also die liegen zurück. Aber stell dir mal vor, die passen jetzt einfach nur zehn Minuten den Ball hin und her. Es kann ja gar nicht passieren. Ach so, es gibt auch keine Game-Clock, ne? Ne, deswegen. Guck mal, wieso schießt der nicht? So, und passt auf. Ja, das meinte ich. Das ist die Technik. Einfach nach vorne schießen. Weil Tor ist frei. Ja, ja, okay, in der Situation ja. Ich meine, die führen 4-0, aber ich bin auch kein Trainer. Aber das wäre so, ich würde bunkern jetzt. Ich würde Jose Mourinho-Technik wählen. Ja. Ich würde sagen, bunkern und auf Konter lauern. Auf jeden Fall auch Torwart nicht auswechseln. Oh. So, und wieder Ballverlust. Jetzt haben die den Ball und jetzt kannst du dir den Ball ja die ganze Zeit, ich weiß auch nicht, warum sie den Torwart auswechseln, ehrlich gesagt. Warum Risiko eingehen? Krasse bei Kaltschus auch. Die haben jetzt mittlerweile den Torwart. So, guck mal, einfach halten jetzt. Er muss ja nichts machen jetzt. Macht er auch. Er hat ja immer eine freie Anzahl. Er muss ja nichts machen. Ja. So, der geht nach hinten, wieder zurückpassen. Du kannst jetzt 2 Minuten den Ball einfach hin und her passen. Darf man aber auch hinter die Mittellinie wieder? Ich glaube, du darfst alles. Ich finde, das ist das Ding, was man dann hier wieder auch so bei diesem 1v1 finde ich geil eben. Ja, aber guck mal, die war es halt. Es ist stark. Ja, es ist gut. Es ist so, darauf hat man sich vorbereitet. Du, Kaltschus Berlin ist nicht umsonst. Was Fußballer betrifft, so on top of the game. So, jetzt ist es offen. Jetzt kannst du ein bisschen flexern. Und nochmal rüber. Der Bär. Goal, 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 Goal. Kaltschus Berlin nimmt gefühlt eine halbe Stunde vom 3-Play-Back. Und scheppert denen noch ein Tor rein. Justus, unser Co-Trainer, würde sagen. Der Bär war da. Goal, Goal, Goal. Und ich freue mich für Kaltschus auch. Ich sage ehrlich. Vor allem freue ich mich auch für Eintracht. Wenn wir nämlich das Ding holen, dann ist Kaltschus gegen Eintracht im Finale. Das ist schon krass. Das ist ein Bänger-Finale, ja. Das ist ja wirklich schon ein Bänger-Finale. Boah, guck dir die Gesichter an, Digga. Lass Ligas ledig, Söldner feiern. Du kommst hier hin, bereitest dich vor. Nö, bei uns passt alles. Bist mega hyped aufs Finale und dann liegst du einfach Minute 10, 3-0 zurück wegen so Patzern. Oh, ist das scheiße. Aber so ist Fußball, ne? So ist der Fußball. So ist der Fußball. Die machen es schlau jetzt. Einfach nochmal und dann 10 Sekunden vor Ende einmal nochmal bolzen. Hat kein Counterplay. Also das ist taktisch gesehen Pep Guardiola der Boller League, würde ich sagen. Das Kaltschus hier gerade macht. Würde ich mitgehen, ja. So, und jetzt sind noch 15 Sekunden zu spielen. Langsam nach vorne. Und Abschluss. Ja, ich glaube einmal hätte man noch machen können. So, die müssen jetzt einen langen machen, aber ist nix frei. Der Torwart kann es wieder gut machen. Ein Tor jetzt. Er will dribbeln. Ja, der Arne Torwart, der tut mir leid. Der tut mir schon leid. Weil du bist das erste Mal gefühlt vor so, ich weiß nicht, wie Profi die alle sind halt. Also einer hat geschrieben Ex-Bayern-Torwart. Na, for real. Anscheinend, aber wahrscheinlich so dritter Torwart oder so vielleicht? Bayern, äh, Bayern München. Ja. Oder irgendein bayerischer Verein. Er war Torwart in Bayern. Weiß nicht. Kann auch sein, ja. Kreisliga Bayern. Dritter Ex-Bayern-Torwart. Er hat ja wahrscheinlich trotzdem noch nicht vor 10.000 Leuten gespielt. Dritter Torwart von Bayern gewesen. Ist trotzdem krass. Ja. Ist trotzdem krass, aber... Nach Ulreich. Hä? For real? Also jetzt... Zweite Mannschaft Bayern. So aktuell... Ne, zweite Mannschaft hat doch Bayern gar nicht gefühlt, oder? Bayern hat doch keine zweite Mannschaft gefühlt. Weiß nicht, der hat schon zweite Mannschaft. Scheißegal. Aus der Schalke-League nicht. Hat Champions-League gewonnen. Stimmt! Daran kann ich mich erinnern. Als der gedraftet wurde. Hat mit Bayern Champions-League gewonnen. Damn! Boah. Boah, ist ja sauer. Das ist... Wund im Gesicht. Bayern hat doch kein Team in der dritten Liga, oder? Regionalliga-Spiel. Ich dachte, die haben die abgemeldet, oder sowas. Oberliga-Süd-Spiel. Aha, aha. Echt? Zweite Mannschaft Bayern spielt Oberliga? Ja, weil... Das ist ja nicht... Also ziemlich niedrig für eine zweite Mannschaft, ne? Spielen nicht auch voll viele zweite Mannschaften in dritten Liga? Ja. Ein paar. Dortmund und so, glaube ich, ne? Dortmund, Freiburg... Äh, das ist auch wohl. Ich glaube, die beiden... Chat, ist da noch jemand. Außer Dortmund und Freiburg. Freiburg hat die letzte Jahre auch gewonnen. Echt ruhige Halle, ruhiger Beginn. Das war wirklich... Also das hat das Ganze ins Rollen gebracht. Das war ein Zuckertor. Boah. Kann man auf jeden Fall die Frage stellen, ist der haltbar? Näh, das... Sola hätte den schon gehalten. Näh, ich glaube, da kannst du dem Torwart keinen Vorwurf machen. Sola hätte den schon gehalten, aber... Er geht halt ein bisschen... Du kannst generell Torhütern da keinen Vorwurf machen, aber Sola... Absolut nicht, aber er springt schon ein bisschen spät ab. Und das hier war... Also das darf halt nicht passieren. Also da mache ich dem Torwart keinen Vorwurf. Wir reden von zweiten Mannschaften. Er sieht es nicht kommen. Er sagt so, bald Schalke. Aber das wäre die erste dann. Das war wirklich katastrophaler Rückpass. Boah. Der Arme. Also der Rückpass war hart, aber er muss sich doch auch dort anbieten. Er war Bayern-Torwart. Also du willst ja dann breit machen, das Spiel. Das war hart. An sich verstehe ich schon. Und hier rutscht er halt aus. Bro, das ist bei Skate. Kennst du das Spiel Skate noch? Ja. Da konntest du eine Tasten-Kombi drücken und der ist dann einfach so hingefallen. Ich schwör, dass war das gerade. Du konntest du auch so, bei Skate gab es früher auch so Knochenbrechen war so das im Stil. Du musst so übelst wegfetschen. So sah der Breyer einfach aus. Der hat diese alle Tasten gedrückt. Aber dass er einfach umfällt, ist wirklich ganz, ganz hart. Und er tut mir unfassbar leid. Er tut mir ehrlich leid. Aber es ist halt auch einfach ein grotesk. Boah, richtig bitter. Du kriegst einfach ein Traumtor, zwei Patzer und dann ist auch die komplette Dynamik raus. Also dann funktioniert einfach nichts mehr. Da bist du kurz unkonzentriert, kriegst das vierte. Dreier Dings hier. Kriegst das fünfte. Da kann er nichts machen. Kammer. Da kann er absolut gar nichts machen. Da hat er keine Chance. War einfach ein schöner Abschluss. Ich versuch noch Sachen zu machen. Ich glaube, wir sehen jetzt auch noch das letzte Tor. So ist es ein Freeplay. Meinst du, die kommen nochmal zurück? Da macht Hamburg super diesen kurzen Schritt. Außer 1v1 kommt ab der 20. Minute oder so. Also ich sag, schnelles Anschlusstor. Es wird definitiv nicht knapp. What? Außer die kriegen jetzt so eine richtig krasse Halftime-Speech wie von... Boah, das würde ich nicht sagen. James Winston. Bei Florida State. Was ist denn? Galaxy Minutes kann sein. Nein, Fairplay wird es nicht geben. Was kann es noch sein? Es wird 100% 1v1, Bro. Immer wenn Handicap plus 3 ist, wir streamen gerade live. Ich meine, wir sind alle angespannt. Das ist eine andere Situation. Ich meine, viele von den Jungs haben auch noch gar nicht vor so einem riesigen Publikum gespielt. Das kommt mit dazu. Aber wir sind gespannt auf die Antworten. Was ist das dritte? 1v1, Fairplay und... Was ist denn das dritte bei den Galaxy Minutes? Chat, was ist das dritte? Fast forward, ja. So, Anpfiff zur zweiten Halbzeit, Freunde. 5 zu 0 der Spielstand aktuell. Lord have mercy. Unzeit, stimmt. Ne, Unzeit war erste Halbzeit, oder? Lord have mercy. 5 zu 0. Das ist eine Bank. Das ist ein Brett. Sag mal, oder? Oder sag mal, das ist eine Bank auch. Ne, das ist ein Brett. Das ist so, wie wo ich gesagt habe, eine weiße Weste, sagt man? Ja. Aber was habe ich gesagt nochmal? Eine... Fuck. Dann ist Kalle auch so. Nein, das sagt noch nichts, sondern weiße Weste. Ich meine es so, irgendwann... Ach, ich habe es mir wieder vergessen. Eigentlich beim Chat, die müssten dabei gewesen sein. So, spielt Kaiche jetzt 15 Minuten auf Zeit, ist die Frage. Mein 5 zu 0 ist so eine brachiale Führung, da lohnt es sich fast ganz normal weiter zu spielen, um noch ein Sechstes zu machen. Ich habe gesagt, dicke Weste. Eine dicke Weste ist aber auch im Winter nicht schlecht. Und ein weißes Fell. Weißes Fell. Man sagt doch, dickes Fell. Bist du Polarbär? Wir sind beim Spiel, aber ich habe letztens so ein Video von einem Polarbären gesehen. Oh, getunnelt. Also nach Tunneln würde es jetzt 2-5 stehen. Ne, 6. 6-1 sogar? 6-1, ja. Der erste Tunneln war direkt von einem Kalt-Shop. Also auch technisches K.O. noch dazu. Oh ja. Jet, nächstes Spiel ist Spandau. Offizieller Start ist, glaube ich, 20 Uhr 40. Check nochmal ganz kurz. Jet, ich küss euch dafür, dass ihr euch das gemerkt habt. Dankeschön. Handspiel würde ich mal behaupten. Und wieder ein Fehler beim Aufbau. Tor von Karlsruhe Berlin immer noch unberührt. Da sind noch nicht einmal im Netz geflattert, seitdem die im Finale sind. Also keine Großchance. Kommt echt wenig, muss ich sagen. Aber wie auch, wenn du da erstmal gebrochen wirst. Ist nicht so easy. Boah, eigentlich geiler Ball. Keine schlechte Idee von... Wie heißt der? Moritz. Ja. Moritz Leitner, ne? Ja. Nicht Niklas. Niki. Niki. 5-0. What the hell? Vielleicht ist das auch wegen dem Kamerawinkel wirkt das größer. Die Kamera ist einfach weiter weg, ne? Weil sie weiter von oben filmt, glaube ich. Aber es sieht wirklich größer aus. Oh, gibst dir das 6-0? Ochipka! Nochmal Ochipka! Boah! Aber man muss den Las Ligas Ladies lassen. Sie kämpfen weiter, ne? Also sie lassen sich nicht hängen. Sie versuchen es. Bisher kommt noch nichts bei rum. Ekeji ist auf jeden Fall nicht da. Ich glaube nur Mo Leitner heute. Und da gibt es beim Aufbau auch schon wieder einen Ballverlust. 12 Minuten haben die Las Ligas Ladies noch. Man hört auch, deren Ultras noch weiter supporten. Die haben es nicht aufgegeben. Das geht hier noch. Gute Bewegung! Und das erste Mal, dass der Torwart den Ball mit seinen Handschuhen berührt hat. Ja, ist einer für die Statistik, ne? Ja. Ein Tor, ein Schuss aufs Tor. Ja, eine Parade. Was für eine. Grandios. Wollen wir wieder runtergehen? Ja, lassen wir uns wieder ein bisschen ruhiger werden, ja? Lassen wir uns mal wieder ein bisschen den Pace von diesem Spiel runternehmen. Ja, super Bewegung. Spielt ihr? Es war Abseits. War das wirklich Abseits? Hast du das gesehen? Ja, das wundert mich jetzt ein bisschen. Da sehen wir, da sehen wir unsere Jungs. Jawohl. Aziz. Modus. Andy Taker. Luki ist auch wieder da. Leron bindet sich die Schuhe halt auch extra fest, nochmal, damit er nicht ausrutscht, tatsächlich. Also, die Mannschaft tatsächlich vollzählig. Vielleicht schon die letzte realistische Chance, nochmal aufzuschließen. Das Tor. Müsst weiter auf sich warten. Ja, und es könnte auf den Ball in die andere Richtung gehen. Ja, Papa Graf Raffati sagt, ich stehe daneben. Ich habe dir das gesehen. Selina denkt sich, what the hell? Und Kai ist hier ganz entspannt. Doch nicht so entspannt. Vielleicht nochmal der Anschluss. Moritz Lein, der will aber auch nicht schießen. Der will einfach nochmal ein bisschen Show machen. Sagt ziemlich gut aus. Sagt gar keine schlechte Show. Und es gibt, wenn dann ein... Also, Moritz, du brauchst gar nicht auf die Linie zu zeigen. Es wäre erst eure zweite Ecke. Schöner Haken hier, zack. Aber... Es berührt auch keiner. Also, Moritz, das ist... Hand. Das ist... Ihr seht's, Freunde. Ihr seht's selber. Ich weiß nicht, wo ihr da Hand gesehen habt. Ich weiß nicht, wer den berührt haben soll. Ich weiß es nicht. Malcher Berliner Ball. Und da passieren jetzt auch der ein oder andere Error. Oh, ich... Nichts. War gut aus. Damit sie so laut ist, weißt du. So. Das war nix. Die Null steht. Eine Wechselung hier von Kalzschö. Und Kalzschö Berlin. Schon so halb am Jubeln. Dein Fuß schon im Finale. Und Bass. Dazu sage ich einfach nur... Woppa. Sehr gut. Ich muss... Gehen. Das war ein Fest mit dir. Das war wundervoll. Meine Freude. Wir sehen uns dann... Ich bin gleich wieder da. Im Eintracht-Spiel. So. Ja, was soll ich sagen. Das Ding. Das ist gegessen. Der Drops ist gelutscht. Das Eis geschmolzen. Das Brett zerbrochen. Der Stein gerostet. Der Fisch ertrunken. Die Kuh gemolken. Was soll hier noch passieren? Oh. Laserpointer wurde hier mit reingenommen. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt. Das ist natürlich uncool. Das ist wirklich nicht cool. Laserpointer muss nicht sein hier, meine Freunde. Das ist frech. Das ist frech. Na, der Frust ist natürlich groß. Das Ligas... Keine Schnitte hier gehabt. Also wirklich... Not even close. Zweite Halbzeit jetzt ein bisschen mehr. Aber Kaixo legt sich auch zurück. Du willst die Kräfte fürs Finale sparen. Tatsächlich muss man ja sagen... Ah, wobei nicht. Ich wollte gerade sagen, für Kaixo ist ja sogar gut das erste... Oh. Anschlusstreffer. Ist hier nochmal was drin, meine Freunde. 5 zu 1. Ein Lebenszeichen. Wieder ein Torwartfehler. Also... Bisher... Nicht der Tag der Torwerte. Auch wieder ungünstig. Könnte auch noch ein 7 zu 1 werden, ja? Nächstes Jahr Bordertig dann in Brasilien. Also wenn jetzt nochmal ein schnelles 5 zu 2 kommt, ich glaube, dann könnte hier der Baum nochmal brennen. Bröki, mein Lieber. Vielen Dank für den Rate. Herzlich willkommen an alle Bröker. Wir schauen uns hier gerade die Final Four an in der Baller League. Kaltschö Berlin gegen Las Ligas Ladies. Haben wir ein relativ deutliches 5 zu 1 aktuell für Kaltschö. Sind hier schnell in Führung gegangen und... Es sieht tatsächlich nach einem deutlichen Sieg aus. Für unsere Kollegen aus Berlin. Eventuell ist hier aber nochmal was drin. Kleines Lebenszeichen haben wir gerade gesehen. Hier die zweite Ecke jetzt für Kaltschö. Ja. Erklär in LOL Terms. Naja, also Kaltschö ist quasi 10k Gold ahead. Haben 3 Dragons. Haben eigentlich auch schon Soul. Erster Inhip ist schon down. Baron respawnt jetzt gleich. Elder Drake ist auch gleich ab. Also für Las Ligas Ladies die Chance über einen Elder Drake hier vielleicht nochmal zurückzukommen in den letzten 3 Minuten. Wenn sie den nicht gesteilt bekommen, dann ist der Teamfight unwinnable. Ja, also sie sind outscaled, outdrafted worden, outmakroet worden. Das ist bisher ein ziemlicher Stomp. Aber vielleicht kann man hier mit einem Elder Steel irgendwie nochmal am Leben bleiben. Bisher spielt Kaltschö das aber super. Haben ein gutes Vision Game. Ja, nicht greedy Sideline pushen. Groupen hier gut. Da ist er. Unser Präsident. Ja, Open Nexus hier gerade. Für Kaltschö Berlin. So kann ich Fußball besser verstehen. Oh. Ui. Querpass. Ui. Ui. Jetzt hat man nochmal überzahlt. Doch nicht. Ne. Ne, gar nicht. Was können die Galaxy Minutes hier nochmal den Unterschied machen, ist die Frage. 1v1. Da fallen tendenziell keine 5 Tore. Sehr unwahrscheinlich. Also reguläre Spielzeit. Zwei Tore für das Liga Salis müssen noch fallen, damit hier auch nochmal irgendwas interessant wird. Eintracht spielt nach dem Spiel hier. Wir haben vorher aber noch eine kleine Pause, paar Interviews, dies, das. 20. 20.40 Uhr ist geplanter Spielstart für Eintracht Spandau gegen Streets United. Da haben wir am 11. Spieltag auf den Sack bekommen. War aber auch wirklich kein gutes Spiel von uns. Muss man ganz ehrlich so sagen, das war ein richtiges Müllspiel von uns. Ich hoffe, dass die Jungs sich da nochmal erholt haben. Gucken wir mal. Kildscher auf allen Lanes besser besetzt. Ja. Kildscher hat hier im Early Game. Haben gecheased. Kildscher hat Dreadbuff invaded. Dann die Map gesplittet. Und das Ligas haben den Lanes vor bald Early nicht hingekriegt. Deswegen sehr früh Turret First Blood abgegeben. Und das hat ziemlich krass gesnobelt, muss man sagen. Dann auch Failsmite von Las Ligas Ladies. Und dann war es schnell vorbei. Bisher. Da sind sie, unsere Jungs. Da sind sie. Bisschen schade, dass die Tribüne noch nicht komplett voll ist. Also ist häufig so, dass Leute halt Tickets kaufen und nicht den ganzen Tag da sind, sondern halt erst, wenn ihr Team kommt. Ich hoffe, dass sich das noch ein bisschen mehr füllt. Weil tatsächlich, also die Halle ist schon relativ voll. Aber die unteren Plätze sind halt teilweise nicht voll. Ich glaube, oben siehst du auch mehr. Deswegen haben die Leute sich oben zuerst hingesetzt. Das sieht natürlich für die Kamera scheiße aus. Aber die Halle ist gut gefüllt, muss man sagen. Nur die unteren Plätze da sind noch ein paar frei. So, Galaxy Minutes, was haben wir? Es wird nicht Fairplay. Es wird 1v1. Es wird safe 1v1. Brauchen wir nicht drüber reden. Es wird 1v1. Es wird 1v1. Wow. Was für eine Riesenüberraschung, dass es hier 1v1 wurde. Damit hat tatsächlich niemand gerechnet. Das ist ja auch zufällig. Also man weiß ja auch nicht, was kommt, bevor es kommt. War ein völliger Zufall, dass hier 1v1 kommt. Mensch, also das ist ja wirklich krass. Also, wow. Also das wird jetzt vielleicht nochmal spannend, ey, Mensch. Aber also ich glaube, ich habe noch kein Spiel gesehen, wo ein 1v1 vier Tore gefallen sind. Die meisten treffen das Tor ja nicht mal. Mo Leitner ist krass im 1v1, muss man sagen. Der hat einen guten Schuss. Die Hoffnung lebt. Aber ist auch eine Menge Kopium dabei. Aram auf Midlane jetzt, ja. Sag mal die Lottozahlen vor. 1 69 4 20 Oh! Geiler Abschluss, aber wieder nur Pfosten. Fußballgott ist heute auch nicht auf der Seite der Ladies. Und der hat heute schon einen Brecher Freistoß gezogen. Ah, der war nicht so. Und jetzt schon schneller, jetzt schon schneller. Tor ist noch frei. Könnte sein, dass der Drops gelöst. Also wenn Kaisu hier ein Tor macht, ist die Sache durch. Ein Tor. 4 Sekunden hat er noch. 3 2 Boah! Aber starke Parade. Wirklich starke Parade. Das ist kein Handspiel. Das ist kein Handspiel. Das ist kein Handspiel, Bruder. Beruhig dich. Nein, 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 nein. Das ist kein Handspiel. Ja, das ist durch, das Ding. Das ist durch. Moin, Meister! Ja. Das war's. Das war's. Das Ecke gibt's nicht. Nee, bei 1v1 gibt's keine Ecken. Stark, stark. Der hat einen richtigen Bums. Ja. GGs. Können sie surrendern hier. FF. Boah, gut gehalten aber. Also Leitner gibt sich Mühe, aber kann er nix machen. Kann er nix machen. Noch ein Ehrentreffer vielleicht. Nee. Aber 1v1 ist auch ein undankbarer Modus. Ich glaube, ich fände es geiler, wenn die ins Dribbling gehen müssten. Ich glaube, es wäre richtig geil, wenn einfach zwei kleine Tore, kleines Feld, und dann müssen die 1v1 spielen. So ein bisschen tricksen. So ist halt... Guter Abschluss, aber Tor ist zu klein. Komm, ein Tor wenigstens noch. Für die Ehre. Nee. Da ist ja auch die Luft raus. 7-1. 7-1 für die Geschichtsbücher. Boah, aber auch gut gehalten. Jetzt hat er Tempo. Auch gut gehalten. Noah. Der ist drin. 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 Boah. 7-1. 7-1. Pfeif ab. Pfeif ab das Ding. Geschichte wiederholt sich. 7-1. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Macht er aber auch einfach stark. Macht er stark. Boah, stark. Der ist stark. Kalische Berlin im Finale, meine Freunde. Wir haben unseren Finalgegner. Wenn wir gewinnen, aber ich glaube mal... Da hoffen wir natürlich alle drauf. Kalische Berlin, der erste Finalteilnehmer. Können sich jetzt unser Spiel analytisch schon mal angucken mit der Tabelle. Nee, nicht mit der Tabelle, mit der hier Schreibtafel. Was eine Zockung. Stark. Geile Schusstechnik, ja. Schön gemacht. Ganz locker auch, ne? Außer Hüfte. Zack, nicht viel Gewalt. Einfach ein bisschen Gefühl. All das, um gegen eins zu verlieren. Ja, die haben hier Pulver jetzt verschossen. Die haben hier Pulver verschossen. So. Halbe Stunde, dann haben wir unser Match. Kann man hier schon mal auf dem zweiten... Wir haben jetzt gleich noch ein Knabe-Interview. Das lassen wir uns natürlich nicht entgehen. Hey, 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 hey Fehler im Finale, im Halbfinale. Das tut richtig weh. Frühe Führung, Traumtor, dann zwei Torwart- und Abwehrfehler. Boah, ist das bitter. Das ist so bitter. Das ist richtig bitter. Verlierer spielen nicht gegeneinander. Las Ligas Ladies sind offiziell raus. Die Saison ist zu Ende. Der Drops ist gelutscht. Das Brot verschimmelt. Die Bahn entgleist. Der Schnürsenkel ist offen. Wir hören mal rein. Wie fühlt es sich an, im Halbfinale so hoch zu gewinnen und so ein geiles Spiel abzufeuern? Ich glaube, das muss der ganze Mannschaft einfach mal einen Riesenlob aussprechen. Wir waren alle im Fokus sehr, sehr konzentriert, sehr gut zur Defensivarbeit. Und dass das am Ende so ist, wussten wir sich auch nicht. War geil. Und wie erklärst du dir das? Dass es von Spiel zu spielen immer besser wird. Also der war krank. Ich glaube, dass wir eine richtig geile Mannschaft sind. Sowohl auf dem Platz als auch neben dem. Der war wirklich krank. Vielleicht noch ein paar Worte zu Giuliano. Hat heute sein erstes Tor geschossen. Dann noch ein Zidane ausgepackt. Ich kenne Giuliano auf dem Platz und der Junge ist überragend. Ich freue mich sehr viel, dass er endlich ein Tor gemacht hat. Und das beflügelt ihn. Und das sehen wir nachher im Finale nochmal. Ich freue mich auch für dich, dass du zwei Tore geschossen hast. Und vielleicht auch letzte Frage. Streets oder Spando? Ich glaube, der hat auch gescriptet. Bin mir nicht sicher. Wir haben mit Streets schon mal gewonnen. Spando haben wir verloren. Mir ist ganz egal, wer. Hauptsache, das war ein geiles Finale. So, Halbfinale für Eintracht geht in einer halben Stunde los. Und Finale ist um, nochmal für euch, 22.45 Uhr. Der Mann hat das Spiel aufgeschraubt für Calcio Berlin. Der Freistoß hat eröffnet. MDP auf jeden Fall. Oh, Platzsturm jetzt. Platzsturm. Deutschland-Brasilien. Und dann haut Kühnel noch das achte Ding da rein. Wahnsinn. Ihr seht übrigens auch schon ein paar andere Spieler jetzt schon auf dem Feld. Auch von den Mannschaften, die nicht hier im Finale sind. Da gibt es gleich noch was. Haben wir jetzt das All-Star-Spiel schon? Nee, das kommt erst nach dem Halbfinale, glaube ich. Philipp Simon, sehen wir da beispielsweise. Und Lukas Reda. Also wir haben zwischen Halbfinale und Finale noch ein All-Star-Game, wo die Manager gegeneinander spielen. Weil ihr so krass auseinandergebrochen seid. Ja, ich glaube, wir haben einfach Geschenke verteilt. Mir inklusive. Und ich glaube, das hat uns ein bisschen das Genick gebrochen. Weil wir mal gesehen haben, zweite Halbzeit war es besser. Ja, aber erste Halbzeit Geschenke verteilt. Timo hat ja auch ein Eigentor gemacht. Du bist im Rasen hängen geblieben. Wie war das aus deiner Sicht? Ja, genau so wie du sagst. Also war scheiße. Das waren die beiden Dinger. Und ich glaube, ansonsten, wie gesagt, zweiter Zeit hat man gesehen. Das darf nicht passieren. Das war ein kurzloser Rückpass. Also das darf nicht passieren. Wir können trotzdem absolut stolz drauf sein, dass ihr soweit gekommen seid. Und nächste Saison sehen wir dich dann wieder hier bei der Border League. Da gehe ich mal stark von aus. Ich weiß ja noch gar nicht genau, wie der Modus dann sein wird. Ich weiß nicht, ob das überhaupt schon bekannt gegeben wurde. Wie es dann alles funktioniert. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Das ist ein geiles Format, ja. Und wie war es trotz der Niederlage mit den Fans? Und der bleibt auch noch im Netz hängen, ne? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, sie ist ja gerade oben. Sieben, ein Rollstag-Game. Ja, ich glaube, wenn dann Hans wahrscheinlich. Das feiern wir uns trotzdem, also schon sehr, sehr cool. Ähm, ja. Wir sehen uns dann in der nächsten Border League-Saison. Und dann vielleicht auf Platz 1 und damit ab zu Laura. Ab zu Laura. Ja, da hört man schon raus, ne? Ob 7-1 oder 8-1, Conan macht es dann am Ende. Auf jeden Fall nicht besser. Last Liga's Ladies, komplett zusammengefallen. Haben wir so in der Season noch nicht gesehen. Nicht in der Form. Nach so einem Spiel, so ein Interview zu geben, ist nicht einfach. Aber da siehst du eben, dass diese Bühne wirklich auch Eindruck machen kann. Und dass es sehr, sehr, sehr schnell gehen kann. Aber ich muss Lukas Reda an der Stelle meinen Respekt zollen. Moin Meister. Erstmal stellt er sich zum Interview nach so einem Spiel. Das macht auch nicht jeder. Und ich finde, er hat sich, ja, wie soll ich sagen, entschuldigt, klar gesagt, dass er auch aus seiner Kappe gegeben hat. Und wie Tone gesagt hat, sie haben wir trotzdem eine starke Saison gespielt. Rot kann nicht jeder tragen, ne? Absolut. Und er hat ganz genau hingeschaut. Aber der Präsin kann alles. Der Präsident von Eintracht Spandau, Herr Knabe. Hallo. Ja, Sie haben ja auf jeden Fall... Eintracht, seid ihr da? Ja, da ist doch Ihre Fanwelt. Sie haben auch gerade verraten, auf Kaltschü zu treffen im Finale. Wäre eigentlich ganz nett, weil man eine Fanfreundschaft hat. Wie ist das entstanden? Absolut. Wir hatten hier so ein Kabineninterview mit eurem Kollegen. Und da waren die Kaltschü-Jungs auch da. Und da habe ich das so ein bisschen initiiert. Ich bin ja ein Gönner auch, ne? Aber nach der Performance macht man sich dann schon ein bisschen Gedanken, ob man die unbedingt im Finale jetzt... Aber wenn man die schlägt, dann hat man es auch verdient, denke ich. Performance ist ein ganz gutes Stichwort. Sie haben ja vor allem viel performt auch neben dem Platz. Dürfen wir heute auch wieder eine Knabeschau erwarten? Also ich sage mal so, wir haben einen Weltstar arrangiert, um die Hymne zu singen. Darauf darf man natürlich gespannt sein. Und ansonsten gibt es natürlich wieder einen spezielleren Einzug, sag ich mal. Ich habe Justin Bieber Backstage auch gesehen. Schreib mal gerne, wer das sein könnte. Wer dieser Weltstar sein könnte. Ja, jetzt haben sie mich aber hier... Ja, Shakira ist es nicht. Ja, ach so. Wir schauen mal. Es gab ja schon davor einige Aktionen während der Saison. Wir schauen mal genau drauf, wie Spandau ins Final vorgekommen ist. Ja, schauen wir nochmal genau rauf hier auf die Traumtore. Ach, herrlich. Hast du gesehen, es ist ein 8-1 geworden. Ich habe es kommentiert, ja, bei Joy. Ach so, es war 8-2. 8-2. 8-1, sorry. 8-1, 8-1. Was schreiben die da? Worum geht es? Der Präsident hat gesagt, wir haben einen Weltstar, der unsere Hymne singt. Oh. Mir wird schon relativ geraten. Michael Jackson ist so cool. Schwierig. Falls er den Undertaker macht, könnte das realistisch sein. Ja. Große Namen werden hier gehandelt. Angela Merkel wäre auch stark. Ey, ich wollte Angela Merkel sagen. Wer hat es gesagt? Er war schneller, er war schneller. Merkel! Vielleicht ist ja das auch... Also, Scholz hat ja heute getweetet, er macht keine TikTok-Tänze. Vielleicht meinte er das, dass er nur singt heute für uns. Das habe ich auch gesehen. Was war das? Das war wirklich maximal spannend. What the f... What the hell? Oh, der ist so schön. Für was protestieren sie denn hier? Gegen Merkel! Kennst du das? Ja, da blenden sie dran nochmal ein. Die letzten drei Spieltage für uns, Katastrophe. Aber, wenn wir schon bei Pferden waren, man springt nur so hoch, wie man muss. Ich glaube, ich weiß was Großes. So nämlich. Wir waren schon bei Pferden. Ein Pferd rennt nur so lange, wie man es ihm sagt. Immer ein guter Kandidat für das Final Four und das hat sich dann auch bestätigt. Aber nicht sogar der Beste. Ich meine, wir haben die höchste Tordifferenz, ne? Wir haben Buden gezimmert wie Kane Zweiter. Haben wir auch einige Spiele gesehen, da waren auch ein paar Acht-Tore-Spiele mit dabei. Wir schauen mal genau drauf, was Spandau so ausgemacht hat während der Saison. Nur fünf Siege, Herr Präsident. Bei elf Spielen. Das hat mich erstaunt, als ich die Statistik gesehen habe. Nur fünf Siege? Ja, es waren auch ein paar Unentschieden dabei und sowas. Naja, ihr könnt ja nicht jeden Tag da sein. Und das Knabemals gab es natürlich nicht von Anfang an. Wir wurden jetzt leider überführt. Ja, richtig. Aber na gut, die Spieler performen seitdem ein bisschen besser, ne? Und jetzt sind sie hier. Stimmungsvorteil. Ich wette mich mal an die Jungs und Mädels da hinten. Ist es ein Stimmungsvorteil, wenn man für Spandau spielt? Ja, die sind gerade jetzt natürlich, also super Support, ne? Da sind einige sich gerade Getränke holen. Ja. Aber während des Matches eben. Guck mal. Also, da gab es richtig Stimmung. Ich hätte auch gerne mal eine Eins dalassen für Eintracht Spandau. Und alles, was der Präsident hier über die Saison hinweg so aufgebaut hat, muss man auch mal sagen, hier an Stimmung. Sie waren ja auch so ein bisschen Mitinitiator für die ganze Bewegung, ne? Ja, die Eintracht war Initiator. Muss ja nicht immer nur um mich gehen, ne? Sie stehen ja im Zentrum des Ganzen. Aber, ja, freut mich aber sehr. Also jetzt mal wirklich. Wie sagen die immer? Real Talk. Das jetzt wirklich aus sämtlichen Fanlagern, also jetzt bei der Borla League, was kommt. Ja? Finde ich richtig Spitzenklasse, sag ich mal. Sehr gut. Ja? Da hat sich auf jeden Fall was aufgebaut. Ja, da ist man auch gerne dann Pionier. Absolut. Also, das können Sie sich auf jeden Fall so ins Tagebuch reinschreiben. Sie waren ja Pionier. Woher wissen Sie das? Habe ich mir jetzt einfach mal gedacht. Dann, Herr Knabe, vielen Dank. Wir freuen uns auf jeden Fall auf den versprochenen Weltstar. Dann später, der wird man da sein. Ja, da bin ich auch nicht dran. Wenn wir spielen, vorm Spiel. Vorm Spiel werden wir ganz genau hinschauen. Ich glaube, er hat mir kurz gesagt, aber ich habe es vergessen. Also, ich weiß wirklich nicht. Du weißt wirklich nicht. Ich weiß wirklich nicht. Ich weiß wirklich nicht. Wir haben hier gemacht. Hallo vom Kommentatorenplatz wieder. Es gibt jetzt also in der Galaxy Primetime was zu gewinnen. Ui. Ich bin nicht in der Halle, obwohl ich es sein sollte. Ich bin nicht in der Halle, obwohl ich es sein sollte. Hä? Achso, ich glaube, er hat es gerade an die Regie gesagt. Es gibt was zu gewinnen, nämlich für den Tag zum Schluss. Ich bin in der Halle, obwohl ich es nicht sein sollte. Ich bin in der Halle, ich bin in der Halle. Ich bin in der Halle, check, check, nicht in der Halle. Obwohl ich es sein sollte. Oh. Wer den Penalty-Shootout gewinnt bekommt, den First Pick. Ach, wirklich? Hat er gerade gecallt, oder? Es geht um den First Overall Pick der nächsten Saison, oder was? Anscheinend. So easy holt man sich den. Den will doch eh golden die Läppen. Brauchen wir eigentlich nicht spielen. Mit Hinze, die beginnen. Wow. Und Hinze macht ihn. Sauber. Die Käfig-Tiger mit Kerstach. Ah, First Pick in der Second Round. Okay, okay, okay. Der ist raus. Ich kann sagen. Rosarius übrigens, der neutrale Torhüter der Border League. Santos. Da sehen wir nochmal die Mannschaft. Er ist da einfach da. Ja, den haben wir da, sehe ich noch gar nicht. Ja, souverän alle bisher, muss man sagen. Shepard. Shepard. Oh. Der war durch. Der war durch. Den macht er dann, ne? Wenn es dann halt um den Mix geht. Oder besser gesagt um den zweiten Pick. Ersten Zeitrunden-Pick. Der ehemalige Bundesliga-Torwart hier bisher. Ich hätte auch gesagt, Sola hätte die gehabt. Steven Kodra kommt für Hollywood United. Nee, Bro. Was war das denn? Nee, Bro. Das war, na. Oh, Knossi wird sauer sein. Das muss nicht sein. Knossi wird sauer sein. Max Kruse sagt sich, wieso habe ich das nicht gemacht? Der Bruder geht rein und drückt wirklich L2, rechter Stick runter runter hoch. Aber Akku war leer. Einfach, er hat nicht so, war keine gute, uh. Und leider auch aus Sicht von Trimax. Er hat nicht genug gewackelt mit dem Joystick. Seine Mannschaft. Römer's kommt für Streets United. Oh, nächste Parade. Sehr stark. So langsam müsste er jetzt dann in die Eintracht kommen. Richie. Richie. Evan, Richie. Evan, Evan. Goal, Goal, Goal. Ist nichts Besonderes für ihn. Ich muss so langsam in Fahrt kommen. Ist ein normaler Montag für ihn. Kevin Wägen, kannst auch mit Auge. Und ganz sanft. So, Hinze für Beton geliehen. Der ist super krass, ne? Finde ich wirklich. Der von Kaiju Berlin, der hat heute Topform, Alter. Aber nicht nur heute. Ich fand den über die komplette Baller League wirklich strong. Uh. Tor verladen. Santos. Das hat Leroy Sané auch gegen Manuel Riemann probiert, aber Riemann ist zu krass. Tor hat verboten. Was war das? Die Zimbus raus. War gar nichts. Dennis Eck für Las Ligas Ladies. Oh. Der wollte den Ball ins Eck bringen. Aber er ging leider gegen den Pfosten und raus. Und auch nicht der von Marc Schatkowski. Oh mein Gott, Golden Eleven ist raus. Wollt ihr mich verarschen? Nein. Das Schiebung. Glitch in der Matrix. Come on, Richie. Come on, Richie. Ruf, ruf. Der Torwart traut dich gar nicht, in den Zweikampf zu gehen. Macht keinen Sinn. Einfach moonwalking through that. So. Und der, der Cousin, ist wirklich ganz safe. Dinger vermutlich auch, wenn du ihn nachts um drei wächst. Hat er das dein Ehre auch früher gesagt so? Nacht um drei? 6x6? Musst du wissen. Beim Draft in der neuen Saison, in der zweiten Runde, den first pick hinlegen. Aber es ist noch nicht nachts um drei. Oh. Oh. Ich kann nur noch mal drei und mal zwei wegen Trippel und Doppel und so. Ich kann nur noch da zählen. All right. Dos Santos. Oh. Dos Santos. Heißt der Dos Santos oder Rino Santos? Dos Santos. Come on, Richie. Come on, Richie. Come on, Richie. Übersteiger. Übersteiger. Richie. Darf er das? Oh, was? Da ist Hans wieder sauer, glaube ich. Da ist Hans wieder sauer. Aber wir brauchen doch auch mal so einen Pick oder Punkt oder sowas. Brauchen wir das wirklich? Nein. Warum? Hans hat schon mit dem gesprochen. Der hat ja gar keine Gefühle. Alter, was ist los mit ihm? Holy shit. Er ist aber auch fool. Ist eigentlich gut, dass er diese Challenge spielt. Wir hoffen mal, dass die Todeslange geht jetzt. Weil der spielt gleich noch ein Spiel gegen uns. Ja, aber der hat zwei Stunden Pause. Auch krankhaft. Ja, noch schlimmer für die. Glaub mal. Meinst du? Da bist du auch müde, glaube ich. Ja, doch, doch. Unterstößt das mal nicht, so eine zwei Stunden Pause. Nochmal. Und jetzt ist er raus. Hier oben ist jetzt raus. Und dann, dieser Wursten. Dieser Wursten. Der ist mental am Ende jetzt. Der macht gegen uns kein Tor mehr, glaube ich. Beton Berlin. Mit dem Punkt. Mit dem zweiten, mit dem ersten Zweitrunden-Pick. So. So, mal ganz kurz auf die Uhr gucken. Unser Spiel geht los in 20 Minuten. Wir haben gleich aber noch ein exklusives Knabe-Interview. Müssen wir gleich nochmal rüberschalten. Wann hat es? Wann fängt unser Spiel an? 20 Minuten. 40. Oh nein. Dich kennt man aus YouTube unter anderem. Und wie angesprochen natürlich auch Felix Stark. Das ist eine Lüge. Ich verpasse immer meine Q. Der CEO der Baller League. Wie seid ihr hier gelandet, Marco? Der Founder mal wieder. Den haben wir auch schon überraschend lange nicht vor der Kamera gehabt. War Zeit, dass er sich auch mal wieder hinsetzt. Amar und ich haben uns ein bisschen kurz geschlossen. Und haben natürlich gehört, dass heute das Finale ist. Und von daher wollten wir uns nicht entgehen lassen, hier dabei zu sein. Wie fandest du das Halbfinale, das erste? Er war ja nicht so spannend. Er ist ehrlich. Sehr viele Tore. Der Mo sah nicht so gut aus. Hast du mit ihm eigentlich auch zusammen gespielt? Ja, ja. Aber ist einfach geil, hier so ein Final vorzusehen. Wieder so Straßen-Kicker-Modus zu haben. Viel eins gegen eins. Macht schon Spaß. Sehr schön. Er ist auch sehr ruhig heute. Felix, du als Chef der Baller League. Bist du denn zufrieden mit dem ersten Finalist? Ja, also ich bin mit allen Finalisten erstmal happy. Also dass Calcio nach den ersten zwei Spieltagen, wo sie, glaube ich, noch Probleme hatten, die Geschichte hinlegt. Also er ist ja wirklich David gegen Goliath gewesen. Die hat man ja am Anfang, ich weiß nicht, auf Platz 10 waren sie, glaube ich, nach dem zweiten oder dritten Spieltag. Und dann marschieren die hier ins Finale. Und gegen Las Ligas Ladies mit einem Mo Leitner, einem Lukas Räder und Co marschieren da so durch. Also das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Freut mich aber extrem für Calcio, die, glaube ich, auch so eine kleine Underdog-Rolle hier hatten. So, Robby Hunke, auch mal kurz am Kommentatorenplatz hier reingesprintet. Habt ihr schon erwähnt, dass Knabe-Mals wieder bestellbar ist? Ja, aber das kann man natürlich nicht oft genug erwähnen, meine Freunde. Knabe-Mals ist wieder bestellbar seit heute. 19 Uhr. Zuschlagen. Ey, das sah richtig geil aus. Das ist genau mein Ding. Also das haben wir früher immer auf dem Bolzplatz gespielt. Tatsächlich noch ein bisschen kleineres Feld. Aber, ja, 15 Jahre her oder so für mich zumindest. Aber das ist richtig, richtig nice gewesen. Sehr viele Tore ist immer geil. Also sehr, sehr viele Tore, wenn die fallen, ist immer geil. Aber, ich muss sagen, ich bin hier heute für Eintracht Spandau. Macher. Eintracht Spandau-Fans, was sagt ihr dazu? Plus eins. Ja, die Twitch-Leute müssen halt zusammenhalten. So ist das nämlich. Ich muss mich übrigens entschuldigen bei Marco Reus, der hier neben mir sitzt. Ich habe so Gas gegeben, gerade auf dem Kommentatorenplatz. Ich bin so am schwitzen. Aber ich sage euch, Marco Reus ist der bestriechendste Mann. Unglaubliches Parfüm. Das ist mir nochmal ganz wichtig zu erwähnen. Wahnsinn. Dankeschön. Danke. Okay. Nutzen wir doch die Chance. Gutes Style-Info an der Stelle. Auf Season 2. Denn heute ist ja der letzte Spieltag der ersten Saison. Da hat er aber noch nicht am Präsidenten gerochen, weil der riecht nämlich nach... Deine Gedanken dazu sind, Grafik ist... Erfolg. Das sehen wir schon. Ja, das ist ein Erfolg. Das ist der schönste Gebruch im Leben. Draft Mitte Juli, genau. Es kommen zwei neue Teams dazu. Irgendwann erzählen wir euch auch, wer das dann sein wird. Zwei neue Teams nächste Saison. Und alles bleibt dann wie gehabt. Klar, wir werden ein bisschen länger dann. Wir brauchen ja 13 Spieltage. Wir brauchen an dem Tag auch ein bisschen mehr Zeit. Aber im Grunde... Zwei neue Teams. Macht mal Gäste, was glaubt ihr? Wer kommt rein? An den ersten Tagen sehr gut gelernt. Werden immer besser. Setzen uns jetzt auch... Zwei neue Teams. Dann nach der Saison eins mal hin und gucken, was wir besser machen können. Obama ist, glaube ich, heißer Kandidat für ein Team. Hier sitzt ein Amar neben mir. Einer der Goats in der Fortnite- und überhaupt Twitch-Szene. Hier sitzt ein Marco Reus. Einer der größten deutschen Fußballer aller Zeiten. Reckless. Reckless hat, glaube ich, auch im Gespräch mit dem Founder. Jetzt in eine ausverkaufte Halle mit 12.000 Menschen. Moneyboy als Teamcaptain, als Teammanager wäre wirklich ein Ding. Wie nein, auch gut, ja. NNO und wie nein. Ja, sind wir über 100.000? Jetzt kann ich ja liegen. 115 gerade. Ach du Scheiße. Das ist das Schleppart. Liebe an den Chat. Ja, unglaublich. Danke an euch alle wirklich. Das ist ja... Liebe Chat, ihr sieht sehr, sehr geil aus. Also wirklich, der Chat ist geil. Der Chat ist sehr geil. Der Chat ist auch sehr aktiv auf jeden Fall. Es sind aber auch ganz viele Wappen von Eintracht Spanau immer wieder drin. Muss man auch an der Stelle nochmal... Natürlich, natürlich. Ja, und muss man jetzt auch mal sagen, die machen das ja auch gut. Also wir hatten einen kleinen Disput wegen, wer streamen darf und so weiter und so fort. Da gab es ein Missverständnis. Aber die Jungs machen das ja auch wirklich unglaublich gut mit Eintracht. Die mobilisieren ihre Fans. Die kommen hier zu Hunderten her. Das Puch gab es da. Haben dann, glaube ich, auch, was ich jetzt verstanden habe, gibt es eine Fanfreundschaft mit Kaltschöbelin. Herr Präsident Knabe hat auch schon gesagt, er ist ja der Pionier der ganzen Bewegung. Bis vor dem Spiel. Bis vor dem Spiel. Bis vor dem Spiel. Bis vor dem Spiel, Punkt. Und dass man sich da was einfallen ist. Wir reden gleich weiter. Allerdings haben wir natürlich auch für euch in der Halle was am Start. Und zwar gibt es heute... Nico und Odenkröge. Wenn wir gewinnen, wäre krass. Das wäre richtig krass. Deswegen müssen wir erst noch gewinnen. Und dann machen wir Postmatch-Interview. Was die sich erwarten. Andi, du bleibst sitzen. Ich habe Bock eigentlich, mit denen zu reden. Das Xing-Lattenschießen. Wir suchen euch jetzt im Publikum aus. Das Xing-Lattenschießen. Das heißt, ich darf Regisseur spielen. Ist das korrekt? Eine Challenge. Das ist natürlich sensationell. Also wir suchen jetzt hier drei Menschen, die Bock haben auf Lattenschießen bei uns. Und ich darf zusammen mit Jürgen Schmitz Regie... Guck mal, der Mann in dem karierten Hemd. Der Mann ein bisschen runter, Jürgen. Grüße an die Regie. Wo die Frau so winkt. Der Mann in dem karierten, wunderschönen Hemd. Hast du Bock auf Lattenschießen? Er so, nee, Bruder, ich kann gar nicht. Haha, scheiße, ich wollte auch gar nicht. Ich war nur... Es gibt nämlich folgende Möglichkeit. Denn wenn du das Ding gewinnst, verdoppelt Xing dein Monatsgehalt einmalig. Hast du Bock? Er ist jetzt einfach so Krypto-Trader. 600.000 Euro plus diesen Monat. Imagine. Er ist einfach so BMW-CIO oder so. Vor allem, die haben auch nicht so Sternchen bis 10k oder so gesagt. Ja. Einmal selbst Regie. Er hätte mal den... Hoffentlich nehmen die nicht den Präsi, ne? Sonst direkt bankrott. So, da sehe ich eine Dame, die mit dem grünen Käppi, neben dem Jungen in dem Barca-Katalonien-Trikot... Die Dame mit dem grünen Käppi, die sich jetzt ihr Kaltgetränk... ...nimmt, dass hoffentlich kein alkoholhaltiges Erfrischungsgetränk ist. Du hast auch so stabil gewunken, haste Bock mitzumachen beim Lattenschießen. Ja, dann gib ihm... Oh, ist aber risky. Die sieht aus, als ob sie Kohle hat. Die hat ein gutes Monatsgehalt, glaube ich. Ist die Frage, ob sie die Latte dann trifft. Sehr stark. Ich unterschätze gar nichts. Das ist toll. Ich überschätze das Ganze. Netto oder brutto? Ja, ist die Frage. Oh, oh, oh. Ich dachte, ich dachte gerade kurz, da wäre Michael Baller gewesen, aber nicht. Jetzt geht's wieder los, dieser Steuertext. Ja. Netto oder brutto? Welche Steuerklasse ist die Frage? Wahrscheinlich haben sie sie gewinnt, weil sie die Steuerklasse tun. Ich mach das mal mit Marco Reus. Müssen sie weniger auszahlen. Marco, wen wollen wir denn da noch nehmen? Wahrscheinlich. Die Kamera muss nur mal schwenken. Nur mal größer machen. Ja, wir suchen... Keine Angst, es ist keine Kiste. Sie hat ein iPhone. Gibt es vielleicht noch jemanden mit BVB-Trikot oder so? Wo ich den Marco Reus gerade hier zufällig neben mir sitzen habe. Schalke, das nehmen wir auf keinen. Das geht nicht, ne? Oh, 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 oh. Viele Pfiffe hier, viele Pfiffe. Äh, so, 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 so. Da hinten, der junge Mann, mit dem Marco Reus-Trikot. Da hinten, der Mann, der wie... Marco Reus, Marco Reus! Ja! Die Verteidigung! So, da ist eine Dame, die wird von dem Herren in dem T-Shirt... Oh, ja, da ist er, da ist er. Sie will nicht, sie will nicht alles klar. Will sich jemand vielleicht mit einem Tanz bewerben oder so? Oder ist das vier? Es gibt nicht, die Jugendmitatorenposten zu gewinnen, aber ihr habt die Möglichkeit, Lackenschießen zu machen. Also, so, 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 so. Passt auf. Da, der Mann mit dem roten Pullover und der Cap mit dem Getränk in der Hand. Ja, sitzen wir mal entspannt. Neben dem Herren in dem braunen T-Shirt. Er checkt selber nicht. Er checkt nicht. Ich? Jetzt mach ich mal ein Bier. Jetzt mach ich mal ein Bier. Nein, Quatsch. Komm einfach runter, Spielfeld. Du bist der dritte Mensch beim Lackenschießen. Welcome, welcome. Oh. Vielen Dank. Nein. Ja, aber nicht schlecht. Haben wir so in dieser Saison auch nicht erlebt. Aber geil, wir schauen gleich auf jeden Fall, was die Jungs und Mädels draufhaben. Wir machen gleich weiter. Wir müssen hier ganz, 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 ganz wichtig umschalten. Was haben wir denn hier? Nein, die haben das einge... Das geht nicht. 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 Aber das hat doch letztes Mal funktioniert. Wir sind... Wir haben gerade ein exklusives Interview of Join, aber wir können es uns nicht angucken. Jetzt gibt es aber da draußen noch ein paar interessante Persönlichkeiten, die wir auch noch gerne hätten. Und mal gucken, ob wir sie bekommen. Das klappt nicht. Ist schwarz. Ist black. Oh, wir haben gerade unsere Fans hier. Teams wird es also in der nächsten Saison geben. Heißt, es wird sich wahrscheinlich lohnen, in den nächsten Wochen und Monaten immer mal wieder aus dem Warner-Egel-Code auf Instagram reinzuschauen. Absolut, absolut. Schaut mal alle bei Join rein. Browsereinstellung, Hardware-Beschleunigung raus. Warte, ich mach schnell. Browser-Beschleunigung aus. Ich geh wieder arbeiten. Du gehst hier. War schön mit dir. Kannst öfter gerne bei uns im Studio vorbeischauen, damit du gleich das Lackenschießen natürlich mit deiner Wahnsinnsstimme kommentieren kannst. Ist es das? Grafikbeschleunigung aus. Irgendwas mit der Honig erzählt er mir immer, dass er Honig gurgelt oder irgendwas. Irgendwas Honig, ja genau. Männer, könnt ihr euch sowas vorstellen, in irgendeiner Form bei der Border League mal selber am Start zu sein? Jetzt hast du gefragt. Ich hab nicht gefragt. Nee, nee, ich frag noch. Amar hat nur so gelacht und gerade so zu Marco rüber geschaut. Das war so klar, dass die Frage wiederkommt. Ja, wenn ihr hier sitzt. Man weiß nie, was die Zukunft mit sich birgt. Einmal 30 Sekunden auch. Das war wirklich klar. Ja, Mann. Aber ich glaube, es ist zu spät. Ey, W ist in den Chat für euch. Vor allem noch mit den 16 Sekunden. Ja, man weiß ja nie, was die Zukunft mit sich bringt. Ja, ich hab noch Werbung, aber ich glaube, es war es schon. Schau mal. Alles geil hier. Fuck. Das war Udo. Udo Lindenberg. Udo motherfreakin' Lindenberg. The one and only. Der hier auch parallel präsidiert. Ja, wo ist der eigentlich? Der. Wir sind zu late, glaube ich. Zu Hause, glaube ich. Wir sind zu late. Da wurde uns aber auch ein Curveball geworfen. Kann ich zurückspulen auf Join? Kann man nicht zurückspulen, oder? Man schummelt's. Ist das geil. Kann man zurückspulen auf Join? Felix, du bleibst noch ein bisschen bei uns sitzen. Wir quatschen mit dir gleich noch weiter. Das ist ein krankes W. Vielen Dank. Wir würden uns freuen, euch öfter hier neben uns. Egal, wir bleiben jetzt beim Mainstream. Wir bleiben beim Mainstream und hören jetzt einfach mal rein. Wir sehen uns beim Mainstream. Dann danke euch. Viel Spaß auch beim Zuschauen. Und damit jetzt zu Trennen. Wer es gesehen hat, wurde geleakt gerade. Oh, und Kili Rallia. Wir kommen beim Xing Latten schießen mit Genie zusammen. Du wirst es gleich alles anführen, anmoderieren. Coole Jacke. Und wir haben hier drei Gewinner, die wir von Robby, ausgewählt wurden und Xing wird euer Gehalt verdoppeln. Meinst du, irgendjemand trifft ihn? Einen Monat aber nur und Genie, du kannst dazu was erzählen. Er sieht aus wie ein kranker Baller, glaube ich. Leute, erstmal, wie heißt der denn? Kreisliga 10, aber hat mal höher gespielt, glaube ich. Philipp. So, wir von Xing interessieren uns natürlich dafür, was macht ihr denn überhaupt beruflich? Oh, jetzt. Gerade noch nix, nur ein Ausbild, also ein Studium. Du bist Student. Das bleibt 50, dann natürlich. Die beten gerade um ihre... Letztes, äh, letzten Monat habe ich 1,5 gemacht. Mit Fortnite? Was? Ja. Okay. Okay, okay. F***, nein! Ich war Fortnite-Pro-Roll. What? Wie viel verdienst du brutto im Monat? Fünf. Das heißt, du kannst hier heute gleich 10k gewinnen. Und du? Dachdecker. Oho. Wie viel verdienst du im Monat brutto? In einem guten Monat 2300. Alles klar, das heißt, wir haben hier sehr unterschiedliche... Aber bei ihr hat sie brutto gefragt, bei ihm netto. Du kannst das Höchste gewinnen. Wegen Steuerklasse 4. Wegen Steuerklasse 4. Also ich würde auch wirklich nicht mal diese Frage stellen. Aber man hat richtig gesehen, dass die Deutschen es so von wegen... Es war ihr peinlich zu sagen, wie viel sie verdient. Aber ich würde es auch nicht sagen dort. Ich würde sagen... Ah, man muss sagen. Ciao. Ich fühle ich irgendwie nicht so dieses so, was verdienst du zu sagen. Ja, aber wenn du das Doppelte gewinnen kannst... Dann sage ich euch... Ich würde so sagen... Ich zeige euch meine Lohnabrechnung. Ich wünsche dir... Er meinte 2300 netto. Also 2300 brutto für den Dachdecker wäre ein bisschen bodenloser, oder? 2300... Er hat netto gesagt. Er hat netto gesagt. Guten Monat 2300. Wer will das als nächstes? Netto, netto. Brutto, das geht nicht, Bro. Brutto geht nicht. 1K. 5000 Euro verdoppeln. Ja! 10K fast! Aber 10K stimmt doch auch gar nicht. Verdoppeltes Monatsgeil. Das heißt, du kriegst einfach nochmal einen Monatsgeil. Ah, sie kriegen einfach 5K runter. Sie hat es natürlich auch nicht verstanden. Moneymaker! Geil, aber auch, dass er als sein letztes Gehalt seinen Fortnite-Todil-Gewinn rauskommt. Aber Fortnite ist, glaube ich, auch da. Verdienst du richtig Schnellkohle, glaube ich. Schnell. Na, also du musst jetzt nicht Top 100 der Welt sein, um Geld zu verdienen bei Fortnite. Ist das bei Lois so? Ja, das ist krasser. Bei Fortnite gibt es ja diese Cash-Cups, wo du einfach mal einmal gewinnst, 1.000 Euro gefühlt. Also ich weiß nicht, ob es noch so ist, aber da konntest du teilweise richtig schnell verdienen. Sag mal kurz nochmal Salz in die Wunde. Der Sinn war. Ja, und jetzt freut sich der Chat wahrscheinlich, dass es mal einer abkriegt. Ach, jeder kriegt einen Schuss, oder was? Einen Schuss? Einen Schuss! Ich dachte, das war Warm-Up. Nee! Das war jetzt irgendwie... Bro, die konnten nicht mal den Rasen testen, den Ball einmal schießen, nichts. Der Baller League, er ist Teammanager von Streets United und ein Wahnsinnsgewinn für die Baller League sind wir uns, glaube ich, eigentlich. Wie war euer erstes Gespräch? Ruft man da einfach so an und sagt, hallo, hier ist Felix Stark, sprich da mit Lukas Bedolk. Wir sehen hier im Augenwinkel, was meine Freunde. Ich sag, du, Chat, da kommt was. Oh, oh, oh. Schaut mal genau hin jetzt gleich, meine Freunde. Jetzt nicht auf Toilette gehen, okay? Schon mal ein kleiner Tipp für euch. Bleibt am Monitor. Wir waren zusammen bei einem Tee und haben über die 90er gesprochen, wo wir ja aufgewachsen sind in der Zeit, über Bolz-Plätze und dann haben wir in 20 Minuten auch schon eine Einigung gehabt. Toil! War Lukas einer der Ersten, beziehungsweise der Erste, der auch hier dabei war. Ja, richtig stark und vor allem hat sein Team auch ordentlich performt über die Season hinweg. Wir schauen uns nochmal den Weg ins Finale von Streets United an. Er hat schon jetzt gerade gar nichts. Äh, echt? Guck mal. Durch zwei Beine, der Doppeltunnel! Ich hab offen. Manuel Fischer! Ja, aber wird doch auf dem Mainstream auch kommen, oder? Nee, glaub ich schon. Das safe, das Intro wird doch auf dem Mainstream gezeigt. Nicht das Intro, aber er hat jetzt vielleicht schon mal ein Interview. Ich seh's doch. Ach so. Ja, ich bin ready. Ich bin bereit. Sobald ich sehe, es wird nicht so richtig, hab ich immer die Möglichkeit, mich einzuwechseln. Alles ready. Oder ist das schon in der Bibliothek? Nee, man hört nichts, oder? Hört man schon mal? 1-0 für Streets United. Es ist ein hundertprozentiger Bigalke. Pro-7-Max ist der Presi. Pro-7-Max. Jet, alle schnell Pro-7-Max anstalten. Pro-7-Max und Join ist doch selbe Programm. Eigentlich schon, oder? Ja, ja, ja. Das kann er. So, schöner Trick, er versucht. Und er ist drin. Wow. Macht das nochmal keinen Stress. Ja, Join war ja schon. Das haben wir verpasst wegen der Hardware-Beschleunigung. Ach so, er hat jetzt gerade noch ein Interview. Vielleicht das Posten im Interview. Hä, wieso sieht man nichts mehr? Wieso geht man jetzt? Du hast auch Desktop-Audio aus, ne? Nein, aber man sieht ja wieder nichts. Vielleicht das Hardware-Beschleuniger wieder. Aber ich habe doch gerade ausgestellt. Ich habe gerade ausgestellt. Wieso sieht man jetzt nichts mehr? Jetzt sieht man... Was macht denn das Spiel von Streets United aus? Aber man hört auch nichts, ne? Das Stream schon Zeit, ne? Ich dachte, das kann man mit Hardware... Okay, wir haben das Interview. Wir hören, wir hören. So ist es. Gemeinsam mit Hans natürlich. Mit Hans Saabweil zusammen, absolut richtig. Wie angespannt sind Sie schon, Herr Knabe, zum jetzigen Zeitpunkt? Wir hören es zumindest. Besser als nichts. Ich meine, ich war gerade hinter den Kabinen. Die Jungs hatten schon ihre Hosen voll. Ein bisschen nach der Kalt-Show-Performance. Wir machen Audio, wir machen Audio. Flüssig. An Streets United, letzte Woche. Das war ja am letzten Spieltag. Ja, heute ist Rache. Hat man verloren. Das sage ich dir. Ja, aber unglücklich, muss man ja auch mal sagen. Und man kann und darf auch mal gerne die Schiedsrichterleistung. Gehört ja zur Fußballkultur dazu. In Prag stellen durchaus. Aber wir werden heute durch Leistung zeigen, dass wir mit Recht nicht nur hier sind, sondern auch vor Streets United, oder wie die heißen. Was ist das überhaupt für ein progressiver Name? Streets United. Welcher Verein heißt denn so? Ja, es hat vielleicht auch einen guten Grund, warum Lukas Podolski heute selbst parallel spielt und gar nicht hier ist. Ja, toller Teamchef, wa? Und hier noch sich selber Präsi schimpfen. Ich bin doch der einzige Präsi hier im Laden. Mats Hummels ist auch nicht da. Wo ist der denn? Ich glaube, Mats Hummels muss Mittwoch noch Champions League spielen. Ja, Prioritäten, ist doch klar. Das stimmt, das stimmt. Die haben Sie heute gesetzt und Sie haben ja schon großen Spaß gemacht in den letzten Wochen hier. Ja. Mit Eintracht Spandau. Einfach mal zuhören und genießen. Wir müssen uns das nochmal angucken, ne? Am ersten Spieltag so reingekommen. Mit einer echt Kölschung. Gerade wir auf dem. Und dann mit dem Bürgermeister von Spandau auch noch. Mit einem kleinen Malheur, dass sie das jetzt wieder erzeugen. Ein kleines Upsi hier. Soll ich schnell auf Neustadt drücken? Ich mach schnell. High Risk. High Risk. High Rewards. High Risk. High Rewards. Das ist ein Missverständnis. Sehen Sie, ich habe das Geld, das Spielgeld verteilt. So hingelegt. Aber jetzt ist die große Frage, womit erfreuen Sie uns heute oder welches Malheur passiert Ihnen heute? Naja, heute passiert uns gar kein Malheur, mit Sicherheit. Hier ist alles durchgetaktet. Und ich sag mal so, wir haben einen Auftritt der Spitzenklasse und natürlich der Udo. Der wird was singen. Aber nicht nur er alleine. So viel dazu. Ja, und wir können ja einen kleinen Appetizer. Zeig doch mal da hinten. Da steht nämlich schon ein nicht so schlechtes Fahrzeug. Mein Privatwagen mit meinem Chauffeur. Der ja, der Halle Park darf. Der Jochen, ja. Das ist mein Privatchauffeur. Ich ahne, da kommt was Großes wieder auf uns zu. Aber es ist ja so, Calcio Berlin im ersten Halbfinale, 8-1 sehr souverin gewonnen. Wie besonders wäre es denn, wenn es jetzt auch noch zu einem wirklichen Berliner Duell im Finale, dem ersten Final vorher kommen würde? Es wäre ja kein Berliner Duell, weil Spandau ist ja nicht Berlin. So gesehen. Also Hausaufjahnen nicht gemacht wieder. Zumindest, aber ich sag mal, Spandau bei Berlin. Geografisch nicht so weit entfernt, sagen wir es so. Spandau war doch zuerst geografisch. Im Mittelalter. Dann kam erst die Berliner. Und wie besonders wäre es? Wie bitte? Wie besonders wäre es trotzdem? Naja, wäre atemberaubend. Wir haben ja auch eine Fanfreundschaft. So viel muss man ja sagen. Tatsächlich eben sogar zusammen angefeuert. Ja, der Block hat die Geizschuss ja die ganze Zeit. Wir haben doch die Stimmung gemacht. So. Ich muss die losschicken, Herr Klabe. Ja. Sehr gefreut. Viel Erfolg jetzt für das Halbfinale. Ich muss einsteigen. Sie müssen einsteigen. Und wir geben damit ab. Direkt an unseren Kommentator, an Conny Küpper und unsere Expertin Rachel Wiener. Es gibt Spaß. Es ist die erste Halbzeit jetzt. Eintracht Spandau. Das ist auch ein Zersetzes. Ich verplan das. Ich drehe mich da rechts. Das ist schon so passiert. Und wir wollen die Spieler jetzt alle einzeln wie beim ersten Halbfinale bereits. Ey, das Feld ist exakt gleich groß. Ja? Exakt. All right. Blero und Berischer. Er wird Blero und Berischer. Fußball. Gut. Was war das? Ja? Nee? Die Eins. Ronny! Mit der Nummer 17, Andreas Volk. Der Andi Taker. Und mit der Nummer 8, Tim Klefis. Tim ist auch da. Oh, das ist so heiß. Der Mann mit dem linken Hammer. Turgay Akpulut. Turgay Akpulut. Pow, 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 pow. Rigi. Mit der Nummer 18, Songa Aziz. 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 Luki, Luki, Luki. Luki, Luki. Laki, Luki. Pow, 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 pow. Junge. Der Mann, der Mo Leitner die Hose runtergezogen hat. Georg Skri. Ja. Mit der 7, Alvin Weber. Skri. Geil, dass Yannick auch wieder da ist. Ja, Mann. Macher. Mit der 8, mit der 18, Marco Dorato. Cirillo. Ja. Cirillo. Wichtig, wichtig. Cirillo. Wichtig auch. Emre Yesilova. Unser Lärm für den Trainer, hier ist Hans Sarpay. Yes. Hans, Hans, Hans. Hans Freys. Hans Freys in Chats. Und bevor es zu Streets United geht, frage ich mich, was ist eigentlich da los bei Eintracht Spandau? Was ist da? Was ist da mit dem Auto? Was ist da los, Präsident Knabe? Herr Präsident. Herr Präsident. Was macht ihr? Äh. Ja. Es ist wie der Knabe, meint erhältlich. 100.000 Dosen pro Woche, auch bald bei Edeka. Sie können doch nicht mit dem Auto hier reinfallen mit dem Mustang. Ich mach was ich will, das ist mein Privatfahrzeug. So. Und der Ullo singt gleich. Wollen Sie Ihr Mikro wieder? Ja, gerne. Ja, ich bin mal so lieb. Ja, dann machst du dein Ding, wir sehen uns gleich. Geil. Mach du mal dein Ding. Wem duzt der? Tag, Tonne. Ich bin eben in der fuckingen Rüste. Ich bin eben in Rick und Marty am in der Gruppe. Oh, das ist einfach real. Das ist einfach Simulation, Alter. Wir haben einfach wirklich... Udo Lindenberg, der ist einfach spannend aus, so ein bisschen. Oh, alles live, kein Playback. Am Ende kreuzzt die Spree von Berlin aus JPD, wo die Titadille rockt und die Eiltracht uns lockt. Da ist Spandau, da sind wir. Spandau, Spandau, wir lieben wir. Yes! Yes! Wir lieben dir! Was? Ein Fiebertraum. Yeah! Rock'n'Roll, Baby! Udo Lindenberg, Eintracht mit der Eintracht-Spandau. Platz Sturm. Die Szene aus Eintracht-Spandau. Dieses Stadion ist nun Eigentum der Bundesrepublik Spandau. Wenn man das noch erleben darf. Guckt euch das an! Eintracht-Spandau und die Fans sind warm. Ja! Oh my God! Das ist der Unterschied, meine Damen und Herren! Wahnsinn! Die Einen wollen, die Anderen können! So nehm ich. Also krass, for real. Also jetzt mal ohne Scheiß, wie krass ist das gerade? Das ist wirklich... Also, sag mir, wer ist der amerikanische Udo Lindenberg? Muss Michael Jackson sein? Ja! Die Mannschaft von Alisha Lehmann und von Lukas Podolski. Crazy, wirklich. Aber es ist ein bisschen Stau. Damn, Alter! In der Arena in Düsseldorf. Das ist das andere Personal von Eintracht-Spandau. Boah, bin ich heiß jetzt, ne? Ich bin so heiß. Auch ein geiles Spiel. Aber wir brauchen noch ein paar Gegner. Was ist das hier für eine Ansage? Wir sind alle weg. Ich kann nichts sehen. Das ist so geil, Mann. Unsere Fans wirklich. GG's für unsere Fans, Mann. Das macht so Bock. Wir haben vorhin ne fucking Challenge gemacht, ja? Mit Challenge. Und die Fans sind so crazy abgegangen. Ich schwör, es war so laut. Es war so geil, Mann. Das war so geil, Mann. Props einfach, Mann. Ja, bei uns bei Hertha, weißt du, was die dann machen? Bei, nach jedem Spieler? Buhn oder was? Ne. Die sagen immer dann den Vornamen, keinen Namen. Und wie immer so. Mit der Nummer 11, Therese Herzhauser. Na gut. Das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Wir machen Juho Main. Bei Hertha ist auch laut, weißt du? Das hast du gefühlt. War nicht hier. Und mit der 10, Georgi Antoski. Juckt! Juckt! Die 33 hat Andi Trübenbach. Juckt! Mit der Nummer 8, Elias Römers. Juckt! Juckt! Und mit der Nummer 9, Manuel Fischer. Juckt! Mit der 21, kein geringerer als Sascha Wigalke. Juckt! Wigalke ist aber krass. Viel Bundesliga-Kompetenz, auch bei der Nummer 23, Julian Schieber. Juckt! Juckt bei dir erst recht, Alexander Einzel. Du hast nichts gerissen, Amunakö, den Baller-League-Spieler jetzt. Und mit der 20, Kanishka Taha. Juckt! Der Trainer war Spieler, ist jetzt Trainer Junus Kocak. Juckt! So. Kurzer Trail-Shock muss sein. Ab jetzt natürlich der Play-Chat. So, das war einer Bamba also schon mal. Damit entschwinde ich jetzt hier aus der Halle in den Jet. Viel Spaß! Das zweite Halbfinale. Streets United gegen Eintracht Spanda. Wollen wir mal wieder den Feet? Ein bisschen Platz machen. Weil... Mein Song ist weg. Ja, ich habe Dingens angemacht. Ach so. Okay. Meine Damen und Herren, wir gehen Richtung Spiel. Es ist Zeit für ein anderes Spiel. Ein anderes Tag. Ein anderes Matchup. Heute werden Legenden geschaffen. Heute wird in die Geschichtsbücher geschrieben. Streets United. All right. Wir werfen nochmal einen Blick auf die... auf den Kader von Streets United. Ihr habt sie gehört. Alle heißen Juckt mit Nachnamen. Und die Eintracht aus Spandau hat jetzt tatsächlich die Möglichkeit, Calcio Berlin nachzufolgen und in das Finale reinzugehen. Heute Abend ist der Tag der Tage. Wir haben noch eine Rechnung offen mit Streets United. Wir haben definitiv eine Rechnung offen mit denen. Und Udo Lindenberg als Pusher mit am Start heute gehabt. Wenn das die Jungs nicht motiviert, weiß ich auch nicht. Der Prezi ist da. Splashy ist da. Und fucking Sola. Besser kann es nicht werden. Also Sola. Ja. Heute wurden alle Geschütze aufgefahren. Chat, wir brauchen jeden Support, den wir kriegen können. Der wichtigste Tag des Lebens vieler Spieler. Oh ja. Die Ansage von Hans ist klar. Konzentriert euch. Fokus. Und Luki Matondo berührt tatsächlich gerade in Prezi. Also wenn das nicht mindestens ein Dreierpack für uns heute ist. Weiß ich auch nicht. Dann weiß ich auch nicht. Weiß ich auch nicht. Julius, der Turm, hat nochmal einen Vodaton-Turm auf dem Kopf. Wild shit. You only see this in the Baller League. Alright. Boah, Prezi komplett im Fokus. Komplett in der Zone. Strahlt. Selbstbewusstsein nur so aus. Und Matondo mit dem ersten Ballkontakt. Ritchie war's natürlich. Wir haben einen Anstoß in Düsseldorf meine Damen und Herren. Welcome, welcome. Zum Final Four Halbfinale zwischen Eintracht Spandau und Streets United. Ja. Whoever this is. Bin ich auch da? Du bist noch da. Ja, ich bin da. Bist. Laut und deutlich wahrscheinlich da. Laut und deutlich. Es geht los meine Freunde. Halbfinale Streets United gegen Eintracht Spandau. Streets. Defensiv wie immer. Trauen sich kaum über die Mittellinie. Erster Angriff. Und ihr seht, Georgie ist direkt extrem hot. Ungefähr. Das erste Mal flachgelegt. Hat nicht mal eine Minute gedauert. No sexual. Muss man sagen. Die Leute wollen ja auch Sachen falsch verstehen. So und jetzt. Heute bisher der Tag der Torwartfehler. Aber natürlich nicht für Bleron. Der erstmal einen Präsenzschlag nach vorne haut. Sagt, guck mal wie weit ich kann. Das kennen wir von ihm. Wir kennen das auch aus seinem Highlight Tape. Ich erinnere mich immer wieder gerne dran. Die Abstöße von ihm sind gefährlich. In der D-Jugend damals schon. Oh ja. So. Nächster Ballgewinn. Wir haben halt tatsächlich Julian Schieber und Sascha Bigalke. Das sind zwei Ex wirklich gestandene Profis. Ja, aber nicht ohne Grund Ex. Wir haben zukünftige Profis. Aufstehende Sonne. Oh ja. Oh ja. Wir haben den Anträger. Untergehender Mond. So, da wird jetzt Druck gemacht auf Bleron. Und das war gar nicht so ungefährlich, aber... Ja, aber er zeigt, du kannst mir den Fuß dazwischen stellen. Mach doch. Bringt nicht. Bringt gar nichts. Einbruch für uns. Eindrollen. Eindrücken. Die ersten Minuten sind wichtig, ne? Präsenz zeigen. Ein schnelles vielleicht. Schön, Albi. Schön gelegt auf Richie. Richie, holst du uns die erste Ecke jetzt raus, Richie. Schirmt den Ball perfekt ab, Richie. Richie. So guter Paso. Gute Drehung. Und der erste Abschluss. Rechts am Tor vorbei. Keine Ecke. Richtig Trimax von anderer Seite. Ich hab's gehört. Guck dir diese Mauer an. Da kommt keiner vorbei. Und ihr seht, aber er kann nicht. Unsere Fans, ja, die machen hier wirklich richtig Radau. Man hört die lautstark. Das Gute an dieser Halle ist tatsächlich, dass du diese Decke nicht so nah dran hast. Stimmt, ja. Uns passiert nicht so oft, dass der Ball gegen irgendwas gegenkleidet auch. Ja. Mehr Spaß ist. Mehr lange Bälle für uns immer gut. Stimmt. Weil wir einen Richie da vorne drin haben, der den Ball gerne mal fest hat. Er saugt ihn auch mal an den Ball. Skiri. Schön. Boah, geiler Ball. Schade, 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 schade. Gute Mitnahme. Aber ihr seht das System, welches Hans und Justus entwickelt haben, wird hier weiter fleißig verwendet. Viel Bewegung. Ohne Ball. Ist der Diagon in Richtung Skiri und der legt da den Körper weg rein. Was soll das sein? Was soll das sein? Wrestlemania ist schon vorbei, tatsächlich. Das war doch nur Körper, nur abgeschirmt. Er rutscht da drüben. Er rutscht aus. Er rutscht doch nur aus. Er wirft sich hin, der Gegner. So, wir haben heute schon Weltklasse Freistoß gesehen, aber wir machen schlau zwei Mann Mauer, da ist kein Durchkommen. Ja. Guck mal. Skiris Wade. Bro, ist nix. Juckt ihn nicht mal. Ist nix. Dass der Ball nicht kaputt gegangen ist, krass eigentlich. Der Ball ist krass. Ist ein Wunder. Fischer. Da ist Skiri, der ärgert. Wunder sogar. Skiri ist ein Wadenbeißer. Ein Wadenbeißer. Schön, schön. Da hast du auch gar keinen Bock anzugreifen auf der Seite. Guck mal. Guck mal. Eins gegen zwei. Juckt ihn nicht. Juckt ihn nicht. Kontermöglichkeit. Skiri. Skiri. Er probiert's mal. Ohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoho aus ich sag der rasen ist der rasen ist weiß ich nicht ob das der rasen war was höre ich davon zweitstrafe woher was woher das ist quatsch das ist quatsch was soll denn das wir waren doch für euch auch die ganze zeit jetzt so dachte wir sind zusammen ich dachte creator ein team und so ihr seid für die profis wieso das ist ja so ein quatsch wieso seid ihr für streets euer malz noch nicht angekommen wollte gerade sagen das tut weh das tut weh jetzt wir sind nicht unternehmen ruhig ruhig spielen die zwei minuten überleben schlau auch schlau das ist die spielintelligenz die wenn zwei minuten wir haben spiel die wir wissen der geht auch mal hart rein aber wir brauchen auch keine volle spieler wir machen das auch zu viert unter mit dem zwei mit dem zwei minuten aber nur der fuß gestreckte sohle hört aber auch die steuern sind auch zu lang ist doch quatsch hier ich schneide einfach genau das gegenteil die ganze zeit ja weiß ich nicht also wo da der ball gewesen sein soll bei uns gibt es zwei minuten für sowas so asils hat er wieder sauber doppelpass mit dem komm mal fang zu jetzt hätte er mal machen können eigentlich ja so 50 sekunden noch dann sind wir wieder voll der gefährliche aus player und zum ersten weißt du was ich hier rieche ich rieche jetzt schon fair play ich glaube nach dem ersten ich glaube nach dem ersten paul von skiri war regierung ok fair play fair play all right blero nach vorne ziehe dann legt den ab luke kriegt er den nein jetzt könnte es eine kontermöglichkeit für streets geben 20 sekunden noch dann sind wir wieder vollzählig der schieber ist auch auf dem platz jetzt sascha wie galka und schieber auf einer seite rechts ist alles frei rechts ist alles frei aufpassen den haken hat er aber zielten auch schön den schönen beiden dazwischen gestellt und keine ecke vier Sekunden bis wir wieder vollzählig sind oh gefährlich gefährlich ok wir sind wieder voll so und für für skiri kommt jetzt Emre Jeschinova auf dem platz das waren die längsten zwei minuten meines Lebens wir haben gedauert ja merkt hier direkt nach paar minuten ja wir sind alleine der ref wird uns hier nicht ey ey der war außerhalb der war außerhalb der Torwart aber hat er den mit der Hand berührt das sah gefährlich aus da brauchen wir nochmal eine Zeitlupe für das ist tatsächlich die Frage VAR gibt es eh nicht davon kann Hollywood United einen Leasing ja mit Handspiel haben sie es sowieso nicht so ja die Bundesliga aber tatsächlich auch nicht jetzt auf der anderen Seite Schieber da muss man auf den linken Haken aufpassen oh wichtiger Ballgewinn bislang keine einzige Ecke achte Minute Freunde jetzt mal ein Lass das Feld wirkt so viel größer wir haben nochmal faktisch bekommen es ist eins zu eins gleich groß wie in der Motorway ja das ist einfach der Kamerawinkel der Kamerawinkel wir sind auch noch ein paar Meter weiter entfernt von der Nummer uh das sah gefährlich aus ja sicher erstmal sicher raus naja Spielzeit aber auch gegen zwei gestandene Expo das ist eine Herausforderung die muss man annehmen die muss man meistern hoffentlich hat Hans seinen Plan entwickelt um das hinzubekommen und der Ball geht in die Ballerei starker Ball aber konnte er nicht annehmen so jetzt dieser Kleefisch auch mal wieder auf dem Platz ist immer wieder eine Freude für uns den zu sehen Weron jetzt vielleicht mal mit dem langen er versucht es findet auch boah jetzt Kontermöglichkeit gefährlich gefährlich rechts ist offen ooooh super Balleron geiles Stück Fleisch Bleron mit einer riesen Parade ist ein ganz normaler Montag für ihn oh ja nichts besonderes oh ja das passt und nach letzter Woche gegen Streets hat er auch ein bisschen was wieder gut zu machen juckt nicht wenn er im Halbfinale so eine Leistung bringt Turki ist jetzt auf Platz super vorbeigelegt ooooh auch stark Parade auch muss man auch mal sagen war auch eine starke Parade boah schöner Abschluss von Sirio starke Handball Parade vom Torwart wie der Sirio den Ball da vorbeilegt boah muss man sagen muss man sagen und es wird von der rechten Seite eingespielt der Ball bleibt bei der Eintracht wenn er den Halbhoch kriegt dann wäre es gefährlich oh gut da war wieder unsere Taktik den Ball gut der kommt gefährlich ausköpfen schön Überzahlspiel kräftig hey 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 ja kommt schon viel Pressure von Henning würde ich mal sagen ganz anderes Spiel als das erste Halbfinale oh ja viel intensiver hier ist Energy drinnen hier ist oder wie man auch so gut sagt neuerartig hier ist Malz Knabe Malz drin das ein oder andere Malz weg jetzt ist vorher Hans nicht glücklich so Schieber passen Schieber kommt nicht an ist noch drin ist noch drin schön super und jetzt einmal wieder lang und da kommt Pressing auf Bleron kein Abseits schön abgelegt hier den legt den nochmal quer Cirilo wieder Turgay aber geile Drehung trotzdem Ist das die erste Ecke? Da haben wir die erste Ja Aufpassen ganz ganz wichtig Hört doch mal auf da drüben Was hör ich da? Als ob mich Ja wir klären das auf dem Platz Wir klären das auf dem Platz Wir lassen die Leistung für uns sprechen Die Tore werden die Neider verstummeln lassen Ritchie Ritchie Na Ball 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 Nur Ball Nur Ball War super gespielt Nur Ball Und die machen richtig schönes Pressing Gespielt aber Gespielt Gespielt Vorteil Das war stark Aber genauso stark verteidigt Ritchie ist durch Ritchie ist durch Ritchie Leg den quer Komm da immer wieder hin Der macht Pressing Ist das Abseits? Ist das Abseits? Keiner Abseits? Geil also wir haben Elf Minuten gespielt Aktuell immer noch ein 0 zu 0 Der Game Changer kommt gleich Da kann wieder alles passieren Von der Spannung her Wir müssen sich alle einig sein Deutlich spannender als das erste Finale Was wir heute gesehen haben Da war es schon viel schneller Äh Klar Dass Kalt schon eigentlich ins Finale einziehen wird Ritchie Schön gespielt Aber Da ist nicht genug Druck hinter Kein Druck dahinter Kein Problem für den Torwart Den hält er perfekt Und Andi mit der Brust Sauber Und jetzt schnell Jetzt schnell 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 Aziz 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 Ey 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 Also das war ja wirklich Da kann man auch mal zwei Ja da kann man die zwei zeigen Verhinderung einer klaren Vorschung Das war so deutlich Also alles andere wäre auch Quatsch hier Also alles andere Quatsch Er ist durch Und guck ihn dir an Das Trikot gibts zu kaufen Baller League Shop Kauf dir das Trikot Bist du's Wischer Oder? Ist das ne Ecke? Aber was passiert jetzt wenn Game Changers ist und Plus Ones Was ist dann mit der Zeitung Zwei Minuten Trotzdem Auch bei Plus One Ja ja Aber dann spielen sie zu null Achso Plus One Ne ich glaube dann fällt sie wieder weg Dann geht's erstmal zwei Okay das ist ja okay Hauptsache sie verfällt nicht komplett Das wäre frech Drei Zwei Ein So was haben wir Plus One Das wird eh Plus One Plus One Plus One Auch nochmal die Info in die Regie Wir brauchen Tore Plus One bitte Wir brauchen Tore Jetzt schauen wir mal Geil für uns Überzahlen Ohne Abseits Da kannst du Richie auf die Linie stellen Da kannst du richtig frech vorlesen Da ist genau die Taktik die wir vorhin besprochen haben Ja 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 Die du mit einem Richie machen musst So Hans Wartschau mit den Jungs Co-Trainer Justus Haben diskutiert mit den Jungs Und es geht Gleich weiter hier Mit On-Site Jetzt noch vor der Halbzeit eine Führung wäre wichtig Wäre so wichtig Noch mal kurz zur Erklärung Freunde On-Site heißt es gibt keine Off-Site Kein Absatz Ganz locker Ganz flockig Also Weiter geht's Ball wird eingespielt Linke Seite Zangar Aziz Aziz Gegen Shiba Aber wo ist unser fünfter Mann? Wir sind doch einer mehr Richie Super Bewegung Die sind so am zerhacken Jawoll Luki Schön Andi Passiert den Besten Passiert den Besten Passiert den Besten Schwerlich Bleron Weiter passt So und jetzt mal alle nach vorne schieben Einfach die Überzahl außen Es ist immer ein freier Mann Immer So sieht's aus Aziz Jetzt darf er den Ball natürlich nicht verlieren dort Sonst Gibt's ein 1v1 Aber im Spiel Aziz 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 20 Sekunden noch Zeitstrafe Die stehen jetzt natürlich zu viel einfach nur hinten Die wollen die Zeit überleben Guck mal, links, links, links Gut gelesen aber Oh, schwierig Ja, ja, das war eins Das muss man sagen Taktisches Foul Taktisches Foul Wieder zwei Minuten Nein, nein Das ist Quatsch Also das ist Quatsch Das ist wirklich kompletter Quatsch Das war ein ganz normaler Taktischer Der Schiedsrichter schmeißt hier mit Zwei Minuten Ja, er berührt ihn so ein bisschen hin Zwei Minuten Ja, das ist recht Als ob's wirklich diese Uno plus zwei Karte wäre Er schmeißt die die ganze Zeit Hat der schlecht gemischt das Deck So, zwei Sekunden Und jetzt gibt's Überzahlspiel wieder für Streets United Ach nee Es gibt aber dann keinen Foulen Und super geklärt Wichtig, so wichtig Super geklärt von Skiri Ja Halten sie sogar die Zeit an hier Der Andy Taker hat ein bisschen kassiert Ja, das ist doch kein Foul Ja, das ist doch kein Foul Ja, das ist doch kein Foul Step on him Step on him Ja Ja, das ist für Trimax kein Foules Jetzt die Halbzeit überleben Also wir sind weiterhin in Unterzahl Und Streets United versucht alles um hier beim Onsite nochmal erfolgreich zu werden Oh, stark Das war schlau auch Das ist eine Ecke, aber ist okay Eine Ecke für Zeit können wir mit leben Langer Ball Gute Idee von Bleron Ja, die sind gefährlich die Dinger Eine Minute haben wir noch in Unterzahl Wird also in die zweite Halbzeit reingehen Das ist gefährlich, gefährlich Uuuuuh Uiuiuiui Darf nicht passieren Das A gibt es ja nicht Vergessen Weg Wichtige Zeit Auch mal Zeit lassen jetzt beim Ball holen Auch mal ausrutschen So Ja, ruhig Bleron auf locker und dann Langer Ball Und raus Alright Halbzeitpause in Düsseldorf, Freunde Boah, mein Herz Ein 0 zu 0 Ein torloses 0 zu 0 Aber ich würde sagen Spielerisch eins der besseren 0 zu 0 Ja Viel Körper Ja Viele zwei Minuten Von daher Können wir damit davon ausgehen Dass wir Fairplay Minutes am Ende des Spiels haben Ja Außersteht 0 0 dann nicht Dann nicht Dann kommt Bei einem Unentschieden wird es doch locker So was wie ein Elfmeterschießen geben oder so Muss ja Muss ja Ich weiß aber gar nicht was dann die Regelung ist Es ist schon wieder nicht wissen Ihr träumt wenn ihr da draußen seid Sehr geil Ihr seid absolut Wir lassen uns überraschen Kraftig wieder Jeder zweite Ball ist ein Fehler Ein Fehlpass Wenn wir überzahlt sind Müsst ihr schneller spielen Die Halbzeitpause Aziz Ihr müsst schneller spielen Ball laufen lassen Damit die in Bewegung kommen Guck mal den Friesen Der ist auch nicht ganz glücklich Der Ball in der Mitte Der ist immer frei Da könnt ihr immerhin spielen Einmal rein Der ist immer anspielbereit Der ist immer anspielbereit Rich ist ein guter Pass Ne voll ehrlich gesagt Ist das die Art von Spiel Wie ich es auch theoretisch im Ersten erwartet hätte Nämlich Sehr eng Sehr physisch Und sehr abwartend Kein Risiko im Aufbau Eher so sicher 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 Aber wir können ja mal drauf schauen Was sehr physisch heißt Du hast es eh schon angesprochen Es hat geknallt Hier ist Tri gegen Begalke Das war Tri's zweites Foul Deswegen ist er dann auch Zwei Minuten rausgegangen Dann hat Tri sich mal gedacht Jo das machen wir mit Und ich glaub der Chat Hat die eine oder andere Szene Das war sauber Das war sauber Das war sauber Das wurde noch nicht geklärt Sag ich mal Ob das ein Foul ist Ob das zwei Minuten sind Hier hat Herzhauser dann Zwei Minuten bekommen Ist an sich kein hartes Foul Aber für mich die richtige Entscheidung Weil Aziz eben An einer Abschlüssel Die es hätte geben können Indert Und so ging es dann auch weiter Dann hat das nämlich selber Noch mal dann nachgeholt Also es hat schon echt geknallt Aber nur was rechtes Niveau ist hoch Die Spannung ist hoch Ja ja doch Und die Härte ist auch hoch Könnte man meinen Ein Faktor, Conan, definitiv die Fans. Also man muss sagen, von Suits United hört man nicht so viel. Es ist auch überhaupt gar keine Kritik, aber es fährt halt voll auf, inwiefern beeinflusst das auch ein Spiel. Ja, ich mein, perfektes Timing von dir, weil schau dir mal an, was da für ein Ding rauskommt. Riesenbanner obendrauf, die ziehen alle Kategorien, alle Register und da muss man auch sagen, das haben sie die ganze Saison gemacht. Das ist auch das alte Logo in der Mitte, oder? Das traditionelle Logo. Ja, ja, Fanini. Wir haben so verschiedene Fangruppen. Wie bewertest du Sascha Bigalke? Das große Kampferd, wir haben ja wirklich draufhin gefiebert, mehr oder was? Nicht schlecht, aber auch er lässt sich noch nicht zu den Risikoaktionen hinweisen, wie er vielleicht den Ball verlieren könnte. Wenn du mal so gucken, wie Ulster Gruppierung von so, vor ein Eis. Fanini. Ja, ich glaube, er muss schon auch sich wieder ein bisschen reinfinden. Mal sehen, ob man hier noch Leute schwindelig spielt. Im TK Panna Cage, da könnte es einem auf jeden Fall ein bisschen schwindelig werden. Ladies and Gentlemen, ich habe hier Pig neben mir, der ist nämlich Panna Cage Berlin-Meister. Oder, kann man das so sagen? Ja, kann man das so sagen. Wer ist denn der gute aussehende Mann da links? Und ihr seht schon, die Jungs sind wieder hier am Machen. Herr Präsident, wie geht's Ihnen? Du schon wieder. Ja, Herr Knabe, was gibt's denn Neues bei Ihnen? Haben wir was Neues bei der Eintracht? Ja, ein neues T-Shirt, richtig. Neues T-Shirt und auch... Wir haben uns ja qualifiziert für die Final Four. Da haben wir ein T-Shirt für rausgebracht. Boah, da bin ich sehr gespannt auf eurer Leistung. Und Splash Brother ist auch am Start. Ja, da bin ich gespannt auf eure Leistung. Du wirst jetzt von Pig gleich gepannert. Ich würde sagen, Pig nimmt gerne den Ball und dann gibt's jetzt Action. Splash Brother ist auch am Start. Ja, ich bin am Start. Jungs, okay, los geht's. Achso, wir sollen schon wieder gehen. Schon wieder, let's go. Also, komm schon. BTF, zwei Splash Bruders. Genau, zwei gegen einen. Ich habe auch eine gelbe Karate in der Hand. Guck mal, ich habe ihn eigentlich getunnelt. Guck mal jetzt, ich habe ihn eigentlich getunnelt. Aber was ich krass finde, er hat ja so eine erzähle Technik, aber im Fake konnte er das Null umsetzen. Ich glaube, Pig wird die Jungs rasieren. Ja, zählt eigentlich. Würde ich sagen, zählt. War nicht. Oh, rote Karte von Splash Brother. Ich sehe übrigens das erste Mal. Oh, Herr Knabe! Ich sehe den Knaben erstes Mal am Ball. Herr Präsident, was ist passiert? Gepannert. Gepannert? Ja, richtig. Also, ein Tundra, weißt du, was es ist? Panna Cotta kenne ich. Das ist ja auch ähnlich, ja. Also, du hast quasi den Ball zwischen den Beinen bekommen. Du hast den so. Ich will einen Tundra noch geben. Sagt die Kamera. Das zeige ich Ihnen später, gell? Das machen wir später. Spulen Sie gehen weiter. Oh! Das war er! Sehr gut, sehr gut. Gut, dass Herr Knabe nur Präsident ist und nicht mitspielt. Das wird übrigens, falls euch gewonnen hat, vorher aufgezeichnet bei Herr Knabe. Steht natürlich hier unten am Spielfeld. Das waren ja nur zehn Prozent. Schlagel-Brother. So ist es. Der Präsident Knabe ist ja sehr gut darin, außenrum Rabatz zu machen. Und seine Spieler sind auch eigentlich offensiv top. Das Ding war unsere Chance, ne? Das Ding war unsere Chance, ne? Der Klasse gehalten, muss man einfach so sagen. Der Wahnsinn. Das war wahrscheinlich die größte Chance für Spanner. Das ist neun von zehn Mal drin, das Ding. Aber wie Superhelden auch wirklich vorbeilegt. Das ist eine Topparade mit dem Fuß. In letzter Sekunde rausgefahren. Die Jungs sind ready für eine zweite Halbzeit. Und ich glaube, ich würde dir mal eine kleine Prediction hier ab, dass wir nicht mehr als zwei Tore in dieser zweiten Hälfte sehen. Ja, ich glaube aber, das wird so ein dreckiges 1-0. Dass wir ganz, ganz, ganz dicke Spannung haben in den Galaxy-Netz. Sola hätte es eben festgehalten. Ich hätte nicht den Test gemacht. Oder ob doch jemand gleich aufmacht. Robby Hunke, bitteschön. So. Ich hätte ihn reingemacht auf der anderen Seite. Alright, der Eintracht, Spandau. Zu Bord wird nochmal schön eingeheizt. Es geht in die zweite Hälfte. Ein absolutes Bängerspiel. Eintracht zum Start der Halbzeit. Noch circa 30 Sekunden in Unterzahl unterwegs. Jetzt kein Tor passieren. Das ist wichtig. Jetzt nicht am Anfang einmal schlafen. Extrem wichtig. Auf 15 Minuten Final Four. Spannung pur. Okay. Wir machen euch bereit. Hier steht unser Spielspiel. Andrücken. Entrückt. Vier. Drei. Zwei. 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 Großartige Teams. Die in der ersten Halbzeit einen sehr robusten, guten Fußball gespielt haben. Viele zwei Minuten. Zehn Sekunden noch. Auf die Uhr für die Strafe. Neun Sekunden in Unterzahl. Kleiner Shot Fake. Gute Bewegung. Aber Skiris Bein ist dazwischen. Das war eine Bank. Zwei. Und jetzt sind wir wieder vollzählig. Wer kommt rein? Zerilo kommt rein. Oh, wichtig. Wichtiger Mann. Hatte den einzelnen Treffer auf dem Fuß, aber hat er sich auch erkämpft. Ja. Drücken wir natürlich ein Auge zu, wenn er das gleich wieder gut macht. Schöner Block. Eigenen Spieler abgeschossen? Ne. Ne, ne, ne. So. Die Ecken könnten hier tatsächlich spielentscheidend werden. Das Team, was drei Ecken schafft, kann vielleicht das entscheidende Siegtor dadurch bekommen. Geile Drehung. Ist glaube ich keine Ecke, aber. Ist keine Ecke. Ähm. Ist Schieber halt, ne. Was? Ist Ecke. Ist Ecke. Nein, 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 nein. Nein. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Ja, die hat getunnelt, oder? Das war doch keiner. So, Richie. Oh, das könnte teuer werden. Die Ecke kann gefährlich werden. Woher haben die einfach eine Ecke gerade geschenkt bekommen? Ja, kann schon sein, dass noch jemand dran war. Aber, glaube ich nicht, ehrlich gesagt. So, Streets United am Ball. Schön gelegt. Schieber. Ne, das ist gar nicht Schieber. No bad. Viel Ballbesitz auf jeden Fall für Streets United bislang. Ja, muss man den lassen. Spielen guten Fußball, ne. Lassen die Pille laufen. Finden immer irgendwo die Handspielstation. Ja, die versuchen sich Eintracht zurechtzulegen. Ja, die versuchen sich Eintracht zurechtzulegen. Jetzt der Chipper Diago Pass. Kann man auch schon mal Hand geben für... Und pass auf, jetzt gibt's ne Ecke wahrscheinlich dafür. Wieder langer Ball. Wenn jemand probiert. Okay. Ah, die langen Bälle zünden gerade noch nicht. Nach dem leeren Autosfeld ist größer. Gefährlich, dass wir so wenig bei Besitz haben hier bisher. Linz ist wieder offen. Hier, rechts und reinig. Ne, von uns aus links. Oh, diese Ecke, diese Ecke kann wirklich teuer werden. Da müssen wir aufpassen, dass wir jetzt auf jeden Fall stabil stehen. Abseits gibt's wieder in diesem Spiel. Onside ist over. Ja, und wir machen kein Pressing auf den Torwart, so wie es aussieht. Also das Schlimmste, was passieren kann, ist jetzt dritte Ecke 1-0. Das wäre richtig bitter. Leg doch jetzt wirklich nicht so ein krasses Auge und mach so ein bisschen. Na gut. Von daher, den hält der einfach. Wir schießen den gleich. So, jetzt konter, konter. Überzahl. Oh ne, der bleibt am Boden hängen. Ritchie. Oh, Verletzung. Scheiße. Gab anscheinend ein Foul vorher und ist schwein so, als ob Skiri runter muss. Muss er runter erstmal? Oho. Ganz schön. Voller Einsatz von ihm. Safe and Chat für Skiri. Oh, er trifft sich schon gut am Knie, ne? Weiß ich nicht. Also keine Absicht auf keinen Fall. Da hat er sich, glaube ich, eher selber ein bisschen wegetan. Kann auch sein, kann auch sein, ja. Muss man auch dazu sagen. Bei dem Platz immer gefährlich, wenn man da doof aufkommt. wieder langer Ball. Show-Einlage. Rostanado gut mitgenommen dort und Kleefisch ist am Start. Gute Bewegung. Oh. Lucky für die Eintracht, dass der Ball da so durchgeht. Turgay, das war keiner aus. Nein, der war nicht aus, nicht aus, nicht aus. Turgay. Halte mehr, Turgay. Der kann, der kann auch von der Mittellinie. Das ist zu wenig, das ist zu leicht auch vor allem. Holt sich den aber gut wieder. Boah, das ist Köpfeinsatz hier. Schön aber gestellt. Oh, die Annahme von Prezi, habt ihr das gesehen? Hey, der Eintracht-Präsident. Ich sag ja, der hat dem Panna-Cash nicht alles gezeigt. Ja, das hat er extra gemacht. Der wollte halt diesen. Tiefstapeln, hoch abliefern. Abseits. Was für ein Tor da in der Bewegung. Was muss ich sagen. Und ein Scheppert. Scheppert den Ball da unten rechts in die Ecke rein, kann man überhaupt nichts sagen. Gute Schusstechnen sind perfekt. Keine Chance für Bleron gegen die Laufrichtung. Das sah echt gut aus. Schwer zu halten. Aber vielleicht wachen jetzt unsere Eintracht-Spiele auf. Wir sind in der 20. Minute. Immer noch genügend Zeit, um hier den Ausgleich-Treffer zu schaffen. So, Drehung. So, offen. Definitiv Foul. Und jetzt. Jetzt mal einen Hammer raushauen. Gibt's hier eine Freistoß-Position. Jetzt mal einen Hammer. Wo wir wissen, dass ein gewisser Herr Ack-Bullit, that's what they call him on the streets, gerne mal den ein oder anderen neisten Treffer reingeschöppert hat. Da wird ordentlich geredet. Da ist er. Der Legend. Guter Versuch. Guter Versuch. Zehn Minuten, da ist noch alles drin. Ist noch alles drin, Chad. Durch die Mauer, da hat nicht viel gefehlt. Schade, schade, schade. Immer noch genügend Zeit. Abseits. 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 Geil. Aber hier in der Mitte fällt wieder gefühlt die Anschluss dazu. Genau dieser Ball. Da muss der aber entgegenkommen so bisschen, ne? Boah. Guter Ballgewinn vom Kläfisch. Und der nächste. Das sind zwei Minuten. Das sind zwei. Das sind zwei. In die Achilleszähne. Ja ne. Also wenn er für die anderen drei zwei gibt, muss er ja auch zwei geben. Wir haben bis jetzt zwei mal zwei Minuten bekommen und die anderen nur einmal, ne? Ja. Und zwar gefühlt das dreißigste Foul von diesen Spielern. Ah klar. Starbonus. Man hat Schieber im Team. Man hat eben die Galke im Team. Krass. Ja, wobei war nicht hart genug für zwei. Muss man ehrlich sagen. War nicht hart genug für zwei Minuten. Sola, wieso bist du auf einmal gerecht? Woher? Ja, wir müssen auch gerecht gewinnen. Amen. Das schaffen die auch so. Asis. Asis. Turgay. Zurück auf Andi. Bleron. Schön. Komm mal, gutes Spiel. Boah, schöner Ball. Und jetzt Überzahl. Jetzt viel Platz. Eine Überzahl-Situation kreieren. Matondo. Einmal. Schön. Hand. Come on jetzt, Geist. Aber es ist zu wenig Bewegung. Zu wenig Bewegung. Wir müssen alle gemeinsam hier Energy schicken zu den Brees. Komm mal, Asis. Komm mal, Asis. Mach was, Asis. Was denn? Gibt es keinen Vorteil oder sowas? Hat Hansa bei L2 R2 gedrückt? Was passiert hier? Drei Spieler am Freistoßpunkt. Ich glaube, den möchte sich Asis nehmen. Sangar. Asis. Schön gespielt. Turgay. Acht Minuten noch. Acht Minuten regulär. Fünf Minuten bis zu den... Das sind die Galaxy Minutes. Das ist gut gespielt. Und jetzt aber zwei ausgeschaltet. Überzahl. Komm, komm, komm. Tempo, Tempo, Tempo. Ganz links ist ein gewisser Herr Andy Volk. Ist das eine Ecke? Das ist eine Ecke. Zweite Ecke. Zweite Ecke für Eintracht. Könnte spielentscheidend sein. Der Penalty könnte so spielentscheidend sein. Guter Abschluss. Torwart steht gut, aber... Oh, nee, nee. Das ist zu wenig. Und der wird wieder schießen. Schön dazwischen. Das ist die dritte Ecke. Das ist tatsächlich die dritte Ecke. Aber die hat Bleron. Die hat Bleron. Locker, flockig. Es wird ein 1v1 geben. Bleron healthy, dann unsere dritte Ecke und wir machen das 1-1. Den wird Becker sich wahrscheinlich nehmen. Der hat schon einen saftig in die Ecke gescheppert. Nee, Fischer heißt der, nicht Becker. Anderer Beruf. Super. Bleron kann jetzt zum Helden werden. Halte bei, Bleron. Zum Helden Spandhaus. Halte bei, Bleron. Gib uns Hoffnung. Mach Eintracht stolz. Fischer gegen Bleron. Ruckerweiler Sau! Ruckerweiler Sau! Was für eine Legende! Was für eine Legende! Was für eine Legende! Also eine Wiederholung gibt's nicht. Natürlich darf er! Ast rein! Weltklasse gehalten! Super! Egal! Hat doch keine Hand benutzt! Wie du wirklich auf einmal raadest da drüben. Als ob ihr League of Legends-Chat sind. Seit wann schreit Zola? Threshold muss sein! Hier, Bleron Junge! Bleron ist on fire! Super geil! Und jetzt die dritte Ecke für uns. Wird so wichtig. Die wird so wichtig. Come on. Ja. Guter Ballgewinn. Was passiert mit dem Ball? Ja, aber du kannst doch nicht hier so mit deinen Füßen so Breakdance machen und danach so tun, als ob dich jemand getroffen hat, Bro. Ja, vielleicht tut es wirklich weh. Muss man sagen. Vielleicht. Warum bist du auch immer? Aber foul war es nicht. Auch nicht. Ja, ne. Also, tut weh. Knie getroffen. Aber hier nochmal. Weltklasse von Bleron. Dass er auch aus dem Strafraum rauskommt. Damit hat er nicht gerechnet. Macht keinen Torwart der Welt. Ist völlig lebensmüde. Aber für Bleron genau die richtige Entscheidung in dem Moment. Ja, das ist seine Taktik. Der hat früh schon angefangen, mit diesem 1v1 zu spielen. Mit dem Mentalen der Gegner. Den Angst zu machen, sich breit zu machen Kontergefährlich Leg den nach rechts Und die erste Ecke wieder für die Wir brauchen eine Ecke, wir brauchen eine Ecke Mehr brauchen wir nicht Aber das ist zu wenig Das ist zu wenig Ich bin nicht der größte Fan von diesem Ball Nach vorne schießen Funktioniert auch gar nicht, funktioniert null Mann, für was? Für was? Nur weil er seine Hände hoch macht? Sehr wenig finde ich gerade Ich bin mal gespannt, ich will es nochmal sehen Aber ich habe es nicht gesehen, live In 4K in Augenkart Dreier Mauer Gefährlich Gefährlich, muss er querlegen Aber stark Stark muss man Sehr, sehr, sehr interessante Idee War 1 zu 1 unser Freistoß 1 zu 1 unser Freistoß Exakte Kopie Sogar noch knapper Aber nicht drin ist nicht drin Hier wieder den langen Ball Das hat noch nicht einmal funktioniert Das hat noch nicht einmal funktioniert Das funktioniert auch nicht Andi schießt den Ball Die Zeit wird eng langsam Wir brauchen die dritte Ecke Wir brauchen die dritte Ecke So dringend Am besten bevor es in diese Minutes geht Schnell ausgeführt Dankeschön Herr Stadionsprecher Wussten wir gar nicht Da klappt gerade auch nichts mehr mit dem Ball Leider Da klappt gerade nichts mehr Nein, 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 nein Also langsam wird es aber frech Der Schiedsrichter hat seine Pfeife sehr, sehr nah Also das war ja wirklich die gottloseste Schweife, die ich gesehen habe in meinem Leben Das war ja komplett frech Oh no ey Come on Aber warum läuft die Zeit weiter Bei uns wurde angehalten beim Freistoß So und die wechseln nochmal den Freistoß schützen Anscheinend, oder doch nicht Gute Idee von den Streets United Hand Aber bringt nichts jetzt Kontermöglichkeit Emre Cirilo Geiler Ball Aber wieder, das ist noch faul Geilke legt den rüber Oh, und der Ball scheppert an den Pfosten Das hätte die früheren Entscheidung geben können Es gibt einen Fußballgott Aber der Fußballgott ist gerade auf Seite Von Auf Seiten der Eintracht Sagt man das so Ja Wow Ich habe mich gefällt gerade die Gültung Wir brauchen diese dritte Ecke so dringend Aber da funktioniert gerade nichts mehr Fußballerisch, muss man so sagen Ja, ja Also jetzt würde ich 100 Euro wetten, dass die Fairplay Minutes kommen Sag ich ehrlich Du würdest schon 100 setzen jetzt? Ja Die müssen kommen Also es gibt keine andere Es ist zu robust das Spiel 100%ig kommen Fairplay Minutes Geht gar nicht anders Gibt es hier zwei Minuten für die Nummer? Nein Hat er auf der anderen Seite auch nicht gegeben Gibt er hier auch nicht Wir kommen auch echt nicht mit dem Ball nach vorne Sodass man sagt Ey Man könnte vielleicht eine Chance auf eine Ecke haben Ja, wir brauchen diese Ecke Diese Ecke ist so wichtig Das Problem ist Wenn wir Plus One kriegen Dann verfallen die Ecken ja auch Nein Bei Plus One doch Ja Ja, ja Also bei den besonderen Spielmodi schon glaube ich Aber das werden Safe Fairplay Minutes Also das kann gar nicht anders sein Das muss Alright, Freunde Wir haben es in regulärer Spielzeit nicht geschafft Ein Tor zu schießen 27. Minute 1 zu 0 für Streets United Sola hat schon geschworen, dass die Fairplay Minutes als nächstes kommen Oder 1 v 1 Oder 1 v 1 Also Fairplay Minutes ist safe Wahrscheinlich nicht 1 v 1 Es kommen Fairplay Minutes Wahrscheinlich ist kein 1 v 1 Oh wow Oh Fairplay Minutes Fairplay Minutes Was? Alter Nein What? Nee Wow Alter Hätte ich jetzt nicht gedacht Das ist krass Krass War ja auch ein Drittel Chancen War ein 33% 33% Das Fairplay Minutes kommt Wenn du 33% so Lebenschancen hättest Kann man jetzt, wenn man Fairplay Minutes sieht, sagen Das ist realistisch Das ist realistisch Mann Also 3 Minuten Nochmal Alle Beten Also alles kann ich sagen, wir beten nochmal Aber Das Gute ist, unsere Ecke bleibt bestehen Unsere Ecken bleiben bestehen Aber ich hab ein bisschen Angst, dass wir jetzt gleich nur noch zu zweit auf dem Platz stehen Wenn der Jungs so weitergeführt wird Das ist echt auch schon heute am Hacken hoch Kann man schon so sagen Ja Schon der ein oder andere Pfiff, der in Ordnung ging heute Ja Was gibt der zu wem? Ja, aber dann muss er zwei Er gibt Offensive Foul Er muss runter Rich muss runter Ey, Refs Also das wird langsam bodenlos Das wird langsam bodenlos Ja, der ist tatsächlich gar nicht so bodenlos Aber Richi muss runter Also hier wird diskutiert Richi sieht sich nicht so ganz ein, dass er die zwei Minuten kassiert Wenn man sich die Wiederholung anschaut Und sagt, Präsident, Sola, dass das ein Foul war Ja Da wird halt viel gekämpft Das Ding ist, ohne Fairplay Minutes Pfiff verstehe ich Mit Fairplay Minutes Und in zwei Minuten Ja Sehr harte Entscheidung Sehr harte Entscheidung Zu viel einfach Aber so ist die Regel Wenn er pfeift, dann muss einer runter In Unterzahl Die Eintracht Kennen wir aber vom heutigen Spieltag Leider, leider, leider Da dauert es 20 Sekunden Bis einer von uns runter geht Und er bleibt jetzt auch erst mal unten Boah, schon mal ein Pass Gut gespielt Schieber Boah Julian Schieber Schiebt den Ball ins Netz Hat er nicht so oft bei Hertha gemacht Aber bei StreetS United Der spielt wirklich um sein Leben Ja, das ist die Überzahl Der freie Mann Stiri kommt nicht Ne, Aziz kommt nicht her Wow Also muss man auch sagen Trotzdem Banger Banger Abschluss Annahme, Volley Keine Chance für Leerung Mit links Er ist linksfuß Mann alter Scheiße Ja, das steht das noch nicht 1,21 kann viel passieren Wir haben von Leverkusen gelernt Aber sieht nicht gut aus Die Chance steht nicht gut Die Unterzahl ist wirklich tough Mann Aber das ist auch rot Das ist keine zwei Minuten Was Hat Spaß gemacht Das ist Das ist rot Das sind keine zwei Minuten Sehe ich das richtig Richie müsste jetzt wieder raufkommen Der hat dafür rot bekommen Ah ne, der muss die Gell Das ist so, das ist so Der bleibt die drei Minuten Der bleibt drei Minuten Stimmt, stimmt, stimmt Ja, der bleibt komplett unten Nevermind Ball, 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 ball Nur Ball Nur Ball Komm, komm Nochmal träumen Gut geklärt Ja, aber so wie die reingehen Einfach mal für die Härte Ja Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Hier ist noch alles drin Hier ist noch alles drin Komm an jetzt Komm an jetzt Komm an Ein Tor Es gibt ein Fußballgott Mann, ich schwör Trimax ist wirklich so Augeleger, ne Er ist gegangen Erst eine Sekunde Er ist gegangen Es gibt ein Gott Und jetzt die Ecke Wir brauchen die Ecke Die Ecke, die Ecke, die Ecke, die Ecke, die Ecke, die Ecke, die Ecke Die Ecke, die Ecke Irgendwie eine Ecke rausholen Solo, mir egal wie Hauptsache die Ecke 20 Sekunden Ihr müsst nach vorne Ihr müsst was probieren Ihr müsst was probieren Ihr müsst was probieren 14 Sekunden Keiner will den Ball Das war's Das war's Das ist nicht genug Das ist nicht genug Schade Abpfiff In Düsseldorf Meine Damen und Herren Und Eintracht Spandau Nach einer Wirklich wilden Wilden Saison Ich finde man kann hier Die Schiris auf jeden Fall in Frage stellen Aber Da war nicht genug Actionform Wir hatten eine gefährliche Torschance Eine gefährliche Torschance Und wer es in 30 Minuten nicht schafft, drei Ecken zu bekommen Also Das ist leider zu wenig für ein Halbfinale Einfach zu wenig Das ist zu wenig für ein Halbfinale Einfach leider zu wenig Muss man so sagen Wir haben hart gefightet Und alles gegeben Aber Im Halbfinale Einfach zu wenig Keine Chance noch für Bleron Der scheppert den Ball da aus einem Meter Mit 250 Km Ja, waren zwei geile Tore Muss man den lassen Streets United geht Kann man schon sagen Verdient Als Julian Schieber Ins Halbfinale Ins Halbfinale Wir haben es einfach nicht hinbekommen Wir haben es einfach nicht hinbekommen Irgendwie sauber Wir hören mal rein, was der Julian sagt Vorne ging heute leider nichts Eintracht Spandau Massige Fans Auch überragendste Saison Ich werde immer so einen Tick Mehr wie wir So die letzten Wochen glaube ich Dann heute aber Wir haben dagegen gehalten Nettes, schönstes Spiel Zweikämpfe gewonnen Dann kommt die Chance Manuel Fischer Dann komme ich irgendwie zum Schluss Sascha spielt mich frei Ich gehe volles Risiko Rechte Seite Ich war heute der Glückliche So ist es Würdest du sagen War ein verdientes Ding Am Ende des Tages Ich glaube mit der Leidenschaft Die wir gezeigt haben Und gegen was wir uns gestemmt haben Ich glaube ich Geht der Sieg schon in Ordnung Aber Eintracht Spandau War immer gefährlich Hätte auch gut kippen können Am Ende sind es Kleinigkeiten Die im Halbfinale entscheiden Wir waren auf der richtigen Seite Mein Hörst du auf jeden Fall An der Halle Spandau War auf jeden Fall in der Überzahl Was die Fans angeht Hast du das auf dem Platz Auch gespürt ein bisschen Ja, natürlich Spürst du Hörst du Aber Das ist nicht klein Ringen Stachelt an Schießt mal das 2-0 Machen wir es 1-0 Sind wir da Wir pushen uns selber Kleiner Kreis Große Familie Und gegen Calcio Dann im Finale Da freuen wir uns drauf Und damit Freunde Zurück zu Robby Bis zum Finale Danke Julian Schieber Der Mann mit dem Sensation Ja Freunde Toughes Toughes Ding für uns Die Saison Geht leider Leider Zu schnell auch vorbei Irgendwie Fühlt sich Man Unsatisfying Irgendwie Ja Also ich bin aber bei dir Ich finde Schiri Leistung war definitiv Auch Kann man meckern Kann man schon was sagen Weil die Linie war nicht so klar Fand ich Aber wie gesagt Also wer vorne nicht die Dinger macht Definitiv Es lag nicht an den Schiris Dass wir eine Torschung hatten In 30 Minuten Es lag nicht an den Schiris Dass wir ein Tor schießen Was ein Eigentor war Ja Also Von daher kann man Muss man auch selbstkritisch sein Am Ende des Tages War das zu wenig Ja Ich meine In 9 von 10 Fällen Ist das Ding von Cirilo drin Ja Die zwei Traumtore waren Auch Sonntagsschüsse Waren Banger Und außerdem Wie viele Spiele hatten wir Wo wir mit einem Banger nach Hause gegangen sind Am Ende Das stimmt auch Wo du dir dachtest dann Boah Gut dass wir da irgendwie durchkommen sind Fürs Finale hat dann die Saison nicht gereicht Wir können alle Glaube ich aus reinstem Herzen sagen Unsere Performance Die Fans Weltklasse Was wir in diesen 11, 12 Spieltagen hier alles mit Eintracht erlebt Und vor allem gemeinsam geschafft haben War unvergesslich Es hat unglaublich viel Spaß gemacht Ein Teil davon zu sein Kann ich nur für mich sprechen Es war wirklich sehr sehr funny Kuss an den Chat Dass ihr da immer am Supporten wart Immer dabei wart Hat man gesehen Und ja Ich bin gebrochen einfach nur auch Ich sag dir ehrlich Ja es ist ein scheiß Gefühl jetzt irgendwie Kein Finale zu haben Aber so ist es So ist der Sport Kann immer nur einen Sieger geben Ach man Nächste Saison wieder angreifen Ist das einzige was man machen kann Ist scheiße Ist scheiße Was soll man sagen Woher haben wir auch Contra von drüben Die ganze Zeit bekommen War auch lustig War auch lustig War schon lustig War sehr funny Haben die gestreamt Hat Trimax gestreamt Ja safe oder Ja Ich hör nur irgendwann so Wie heißt der Typ neben Solan Mann Alter Schade 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 Hätte ich Bock gehabt Auf den Cast Das wäre so geil Oh weißt du was mich auch ein bisschen nervt Ehrlich Dass wir so wenig gejubelt haben Wir haben nur geschrien eigentlich Es gab aber auch nicht so viel zu jubeln Ne es gab nur das eigene Tor zum Jubeln Das war ja auch kein Tor zum Jubeln Das war kein Tor zum Jubeln Aber man hat sich einfach nur gefreut Weil es so spät einfach nochmal eine Chance Ey dass diese dritte Ecke nicht kommt Aber ich sag dir for real Dass wir da in den Galaxy Minutes da Galaxy Minutes? Galaxy Minutes Das wäre bei Dass wir da nach einer Sekunde zu viert spielen Das ist wirklich auch Abfuck Alter Ja Da legst du eine Foundation Das eigentlich schon Noch noch viel viel schwerer wird Als es schon ist Ja Also das ist so auch im Fußball Manchmal ein Schiri Der schätzt das dann so ein Sagt der so Ja aber Wenn ich jetzt vierte Minute eine rote Karte gebe Dann ist das Spiel vorbei Aber Muss man sagen War nicht die schlauste Aktion von Rich Der geht da halt extrem körperbetont rein Der Gegner lässt sich gut fallen Kann man schon als Foul pfeifen so Hätte ich es jetzt in den Fairplay Minutes als Foul gesehen Wenn man bedenkt Der ist drei Minuten runter Weiß ich nicht Das meine ich Diese Aber Dieses Kann doch nicht sein Dass der erste Abstoß Den wir spielen Direkt ein Foul ist Ja Also die Das ist ja das was man von Ich jetzt Also ich glaube auch Auf der anderen Seite Wird ja immer mit dem Innenverteidiger Sogar mit den Armen gefeilt Ist halt das gleiche wie Foul an der Mittellinie Okay Im Strafraum Andere Linie Ist einfach so Weil Mehr auf dem Spiel steht So Ja Naja Gibt es noch ein Hans-Sapper-Interview Ich weiß nicht Ob der gerade dafür Zu haben ist Ehrlich gesagt Achso Ja PGM einfach Zugreifen Weil ich denke die Halle Es gibt richtig Motivation Auch die Fans im Hintergrund Habt ihr euch gerade nochmal schön verabschiedet Ja na absolut Wir werden Versuchen immer wieder anzugreifen Und dann gucken Was dann in der zweiten Saison passiert Wir freuen uns auf jeden Fall Auf die Legende Hans-Sapper in der zweiten Saison Und jetzt zurück ins Studio Wir holen direkt den Präsidenten Der Baller League mit dazu Er ist zugeschaltet Mats Hummels Achso Wo erwischen will ich Wo verfolgst du heute die Baller League Ja erst mal guten Abend an euch Nach Düsseldorf Auf der Couch Würde ich auch gerne sitzen Ich habe sie ganz wechselhaft verfolgt Er ist zur Champions League in Madrid Er sagt so eure Couch Da würde ich auch gerne sitzen Deswegen ging es vom Essens-Tisch Also erst vom Kochen Dann vom Essen Dann vom Badezimmer Jetzt bringt uns Krüge und so auch nichts mehr Für das große Finale Aber also Wir werden die Finale trotzdem noch mitbekommen Und angucken Auf den Fall Hans hat ja sehr deutliche Worte gefunden Hat die Mannschaft kritisiert Es tut schon Ne Es tut schon Ne Ne Es tut schon Es tut schon Es tut schon Es tut schon Ne Es tut schon Ich finde es okay Ich finde es okay Aber ich finde es eine Mannschaft hat sich wirklich hervorragend geschlagen Ich bin doch einfach jetzt der Montee machen Ich bin doch begeistert Und jetzt auch sehr dramatisch Dramatisch raus in einem wirklich spannenden Finale Und ich glaube wenn Julian Schieber nach dem Traumpass von Sascha Bigalke Das Ding so 11.000 Zuschauer weg von wo? Vom Border League's Team oder wo? Wenig kritisiert Vielleicht können wir uns das Tor nochmal zuschauen Ja warum nicht Vielleicht haben wir das ja vorliegen Wenn du es schon so schön einleitest Mats Ein unfassbares Tor Und nicht nur der Abschluss Beziehungsweise Annahme und Abschluss von Julian Schieber Sondern auch der Ball von Bigalke Den er glaube ich ansatzlos direkt spielt Er ist ein Grandmaster Wir verlieren gerade Weißt du Mats die Frage auch an dich Ob du das auch noch so wundervoll hinkriegst Dankeschön Dankeschön Er den Pass als den Abschluss Das war ein geiles Ding Kannst du sagen was du willst Das war ein geiles Ding Ich muss schon sagen Also Bigalke Das ist einfach so ein Key Moment Der haben ja gesagt Keyballer bei Streets United Ist Sascha Bigalke Und das ist genauso ein Ball In einem unfassbar engen Spiele In dem es schwer war Genau sowas hat uns heute gefehlt So eine Aktion haben uns gefehlt Wir hätten ja nur 1,2 solche Aktionen gebraucht Dann hätten wir dritte Ecke Dann machen wir das 2-2 Nicht nur ein alter BVB bekannter Guter Freund Deswegen muss ich zugeben Habe ich mich auch gerade wirklich gefreut Als er den so getroffen hat Sehr gut Mats Generell als Präsident Wie glücklich ist man heute Wenn man in so einer voller Halle Dann auch von zu Hause aus schaut Extrem glücklich Muss auch zugeben Ein bisschen viel Wehmut ist mit dabei Nicht Dass ich heute nicht vor Ort dabei bin Es sieht alles großartig aus Das hat sich vorher schon großartig angehört Die Atmosphäre ist toll Die Spiele Das erste war ein bisschen deutlich Aber die Spiele sind wirklich gut Ich freue mich unheimlich aufs Finale gleich Und ich glaube Ich hoffe euch geht es auch so davor Ja Absolut Also Stimmung ist mega in Düsseldorf Seid ihr noch wach? Ja Das ist ja jetzt nichts politisches Also ich habe schon Was ich sagen kann Ich habe schon eine Stimme an Moritz gegeben Auch ein bisschen schweren Herzens Aber das hat er sich verdient Ja Wen habe ich denn alles in meinen Stimmen gegeben? Ich glaube Marcel Reiski ist und Jan Fause weh im Tor Glaube ich Ja geil Und wer war mein zweiter MVP? War sowas zum Kader? Jetzt bin ich mir gerade ein bisschen unsäglich Vergleiche ich mal Fußballvereine, die ihn an der Spiele spielen Ich hoffe ich nicht nämlich gemein Das wären meine vier Stimmen gewesen Yes Okay Dann mal sehen ob deine Stimme auch dazu geführt hat Dass derjenige dann auch den Award abräum Danke dir Marc Schönen Abend auch Und wir beginnen mit der Preisverleihung Ich auch Dankeschön Und Dortmund ist aber ein Tag Ja Und City sind die anderen Ja Vielleicht nicht ganz City Aber auch schon fast Aber es macht man In League kann immer alles passieren Okay Okay Spiel und Platz 3 gibt es nicht Und Manuel Fischer mit einer Idee Vorsche zu Königlisten oder? Manuel Fischer Gleich da aus Fischer Manuel Fischer So hat er uns auch noch mal einen reingeschubst Und Kodra Krass, dass er einfach schießen konnte Ohne diesen Rabona zu machen Und dann im Tunnel Und dann im Tunnel Statt Da ist der Junge Sieben Kodra Bist du denn des Wahnsinns Und Leitner Leitner Nählt das Tor Erste Minute Mo Leitner Das ist einfach Die Torschützen Die Torschützen Die Torschützen Von jedem Team Wahrscheinlich Einfach um nochmal ein bisschen Klopfen zu spüren Ne, das war dritter, zweiter, erster Platz Leitner ist erster Ich hab fünftchen Das waren fünftchen Tore Gemütlicher Spaziergang Bis vor die letzte Kette Und dann nach das ganz genau Leitner Mit seinem 17. Tor Mo Leitner Mo Leitner macht das Ding auf 1-0 So Wer ist denn der Mann gewesen Der da oben so rumgeschrien hat Bei den Toren Das bin ich Und deswegen übernehme ich jetzt hier Es gibt nicht mehr viel zu sagen Können wir jetzt rückspulen, ey, wa? Ich glaube nicht Der Mann gewesen Der am häufigsten getroffen hat Er ist schon frisch geduscht War heute ein bisschen angeschlagen Der Torschützenkönig Der 1. Border League Saison Mo Leitner Auch gesenkt Und den Award geht's Von der sensationellen Imke Zalander Und von Felix Stark Dem Border League Founder Glückwunsch an Moritz Für das Bild mit Felix Und mit Imke Und wir wollen wissen Wer ist denn der beste Goalie Der 1. Border League Saison Geworden Das sind unsere Vorschläge Aha Alte Beron Wüsste ich jetzt gar nicht Wie ich da nehmen würde Nee, aber Problem Gab's einer Der durchgängig krank gespielt hat? Beron hat eigentlich Ein mittelmäßiges Spiel gehabt Sonst war er eigentlich Immer Weltklasse, ne? Er war stabil, ja Aber er hat drunter Platz Statt da jetzt, oder? Nee, nee Ich glaube da standen Einfach die Kandidaten Ich glaube das red man jetzt bestimmt Mit dieser Prübe Chad, ready sein Ready sein zum Willen jetzt Ah, das ist bestimmt schon, oder? Der ist gar nicht so schlecht Und der Abstauber von Leitner Bleibt hinten am überragenden Bivrot Der wieder über sich hinauslägt Boah, das war alles Ein Parade, Digga Der von Hollywood war doch auch Verrückt gut Ja, aber der war die ersten Spieltage Krass danach Marcel Raskis Ganz, ganz wichtig Dass er den nach vorne abwehrt Weil sonst ist es der dritte Eckball Und Tor Oh, Vorsicht Super Parade Guter Torwart Oh, der hat einmal Tor geschossen Oh, der war Torwart, Alter Machen wir jetzt einfach zwölf Vorspähe Super Parade von Fusewe Der hat die ersten Tage hat der krankheit Die Munz hat der absolut krankheit Oh, das ist Wahnsinn Fusewe lässt sich nicht abschütteln Das ist unglaublich Macht aber Fusewe, jetzt muss er ihn machen Oh, Fusewe, du bist ein Zweifelskäfer Alter, das war krass Das war krass Also, der Goalie of the Season steht an Ich würde sogar Fusewe geben, glaube ich Für die Parade so Oder Vibroth 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 Ich habe ihn gerade warm Ich habe ihn hier schon gesehen Heute in der Halle Da ist er irgendwo Wollen wir uns die Aktion nochmal angucken Oder ist es nicht so geil? Ich glaube Die rote Karte Aber ich glaube Das bringt glaube ich jetzt auch nichts Das bringt ja auch nichts Ich meine, unzufrieden sein ist ok, aber nichts Persönliches oder so Ist am Ende Sport Sind Menschen Weiß ich nicht, ob das was bringt Ich glaube nicht, oder? Ich glaube nicht Ist nur frustrierend Ist einer frustrierend Kodler Steven Kodler Hollywood United Die One-on-One-Experten Und jetzt kommt der Steven Kodler Der Top-Klosser Der Top-Klosser Der 11. Zellversuch Aziz ist auch dabei, oder? Und das ist der Mann mit dem ethischen Hammer Und der Fass auf jetzt 3-3 Die Käfig-Tiger Wieder Zeitnehmer Akku, du musst auch dabei sein, oder? Nee, Ball of the Season Müsste, glaube ich, bei uns Aziz sein Ja Hat die letzte Spielzeit Wir haben ja so viel gemacht, ne? Die ersten Spiele waren schon sehr stark Hat man ja auch gesehen Die letzten Spieltage haben wir auch viel aufs Maul gekriegt, ne? Und das ist, glaube ich, aus den letzten 4 Spielen 3 Niederlagen, glaube ich Wir haben ja krank in die Saison gestartet Und dann, als die Teams besser wurden Haben wir ein bisschen gestruggelt, fand ich Aziz Aziz Das war ein Futschsturm Das war ein Futschsturm Das war ein Futschsturm Und ihr habt's gemerkt Auch an meinen Reaktionen Da bei den Live-Kommentaren Was für geile Fußballer Jeder dieser 5 Fette ist verdient Und es wird Moritz Leitner Herzlichen Glückwunsch Ein Trostpreis für ihn Ein weiterer Mo Leitner wird Baller of the Season Vorschützenkönig und Baller of the Season Moritz Leitner und Papa Platte Haben alle Rewards-Catchen, die es gibt Gibt's noch den Moritz Leitner of the Season Award? Oh, ist doch schön, dass Moritz Leitner auch wieder macht Der ist schüppelvoll Ich bin's, ich bin's für Moritz Leitner Ich bin's für 5 Mal Moritz Leitner Hier ist er, der Gurley of the Season Der fliegende Koblenzer, Pascal Wederoth Von den Protatos Wird Goalie der Baller League Season Herzlichen Glückwunsch Achso, du bist Max jetzt? Ja, ja, ich bin jetzt Max Leute Ich werde mir das nochmal in Ruhe geben Ich werde mir den Chat schon geben Aber ich gehe davon aus, ihr habt uns ordentlich angefeuert Vielen Dank dafür auf jeden Fall Und ansonsten Man muss sagen, ich weiß nicht, was ihr gesagt habt Aber meiner Meinung nach Streets United verdient gewonnen Ja Kann man nicht anders sagen Das lag jetzt auch nicht am Schiedsrichter Aber Also ja, da waren Ey, so wie Ja, ich will jetzt eigentlich nur eine Minute kurz Ganz ruhig Wollte nur sagen Vielen Dank für den Support War dahingehend eine mega geile Saison Danke an euch auch alle Die Teil davon war War ich so Habe ich gerade auch den Spielern gesagt Ich war gerade in der Kabine Und Ja Die Jungs konnten heute nicht das auf den Platz bringen Was sie wollten Ist eine krasse Kulisse Ey, wenn du da so eine Kurve hast Du hast auch gemerkt So viel Fehlpässe So Hühnerhaufen Muss man sagen Und das ist okay Ey Das sind Keine Profis Am Ende Ja Das sind keine Profis Und die haben abgezockt Ja gespielt Die Streets United Haben die gut gemacht Deswegen Vielen Dank für den Support Trotzdem War eine geile Saison Und Freitag Freitag Eintracht Spannung League of Legends Im Finale So Der Traum lebt Ey Wenn ihr Normalerweise Ich weiß nicht Wie sich das so shiftet Zielgruppentechnisch Aber Falls bisher League of Legends Nicht für euch Was war Schau da mal vorbei Das Finale Wird mich freuen Und ich Muss jetzt weiter Und viel Ja ich glaube Wir sind uns auch alle einig Dass du auch eine riesige Show Hier abgeliefert hast Die ganzen elf Zwölf Spiele Der scheiß Vorhang Ja der scheiß Vorhang Der sollte runterfallen Beim Einzug Die stehen da alle hinter Und der Vorhang droppt nicht Der sollte zum Refrain droppen Bei Udo Ja ich stehe da so vor dem Vorhang Denkst so Oh geil Gleich Refrain Gleich droppt die Scheiße Hast du das wieder mit dem Udo reinfallen Nein Ich stand schon davor Der hat ja schon gesungen Und beim Refrain Ich stehe vor diesem riesen Vorhang Und beim Refrain Sollte er runterkrachen Und dahinter stehen 100 Ultras Und ballern die Hymne Wie so ein Pennerchor Und der Refrain geht los Ich so ja geil Und dann passiert nichts Und ich so hä Ich stehe falsche Seite glaube ich Die sind zur Kurve gerichtet Dann gehe ich so hinter den Vorhang Und alle stehen so vor dem Vorhang Und singen Digga ich dachte Was passiert hier Ey so eine Scheiße Damit fing das an Scheiße Naja Hast du Scheiße am Fuß Hast du Scheiße am Fuß Hast du Scheiße am Fuß Aber wirklich kurz Das hat richtig Spaß gemacht Wir haben auch gerade eben Noch mal uns bedankt Bei einer Und sagt Grüße für den Supports War Weltklasse Hat richtig Bock gemacht War richtig lustig Wir haben immer nur rumgeschrieben Wir haben hier schön Schön Kaltschau anfeuern Auf jeden Fall Wir müssen hier vom Platz bolzen Kaltschau auf jeden Fall Ins Finale Das wollen wir die Fanfreundschaft Die muss weitergehen trotzdem Richtig geil Wie die Kurve Kaltschau anfeuert Ja definitiv Also viel Spaß euch noch Dankeschön Max Wir sehen uns Max traurig Max war Max einfach Ja gut Aber dann holte ich mir noch mal Den Krügel oder so Ja Ja wenn wir das schon hier sind Und noch das ganze Ding machen Dann hol ich die oder Ja Sola übernimmt kurz Sola und Julius Ich muss eigentlich auch pissen Julius macht das was er am besten kann Stehen Das ist ja immer doppelt belastend Weil man fühlt sich ja so machtlos Man kann ja nur zugucken Machste nix Machste nix Machste nix Aber wie Max schon gesagt hat War ne geile Saison Ihr wart geil Die Fans vor Ort Weltklasse War wirklich Also ich glaube Wir haben Und damit meine ich jetzt Ganz Eintracht Spandau Jeden einzelnen Beteiligten Egal ob Fan Ob Angestellten Ob Max Ob Splash Ich glaube Alle von Eintracht Spandau Haben die Baller League Auch ein Stück weit Auch ein Stück weit befeuert So dass andere Teams Nachgezogen haben Die Show am Ende des Tages Nochmal auf ein ganz anderes Level Gekommen ist Ich glaube es war unter der Prämisse Trotzdem Eine richtig richtig geile Saison Klar ist scheiße Dass wir verloren haben Frust ist natürlich normal Wird noch ein paar Tage halten Aber Ich glaube wenn wir auf die letzten drei Monate zurückblicken War trotzdem einfach nur arschgeil Oder War einfach nur geil Und nächste Saison Greifen wir wieder an Mund abputzen Und weitermachen So machen wir das For real For real Ist auch mega unbequem Hier so zu sitzen Alter Ach Mann Ja Macht jetzt auch keinen Sinn Da nochmal weiter drüber zu reden Ist vorbei Ist verloren Haken drunter Machste nix Machste nix Machste nix 200 Deleysion Nächste Saison Boah Ich glaube Juli Ich glaube Baller League startet Ein Tag Nach EM Finale Wenn ich das richtig im Kopf habe Kann sein Dass ich das auch nochmal schiebe Weiß man immer nicht Aber ich glaube Meine letzte Info War ein Tag nach EM Finale Ist Baller League EM Finale ist Sonntag Baller League dann Montag Glaube ich Dafür werden wir Europameister Wenn wir heute nicht gewonnen haben Mit Eintracht Dann wird Deutschland Europameister Es ist immer Yin und Yang Das Universum Energie Energie ist immer Balanciert Oder EU Masters EU Ne EMEA Masters Freitag Nächste Chance Auf dem Titel Das ist richtig Wird aber auch hart Wird auch hart Also SK Krankes Team Bleiben es dieselben Teams Also mitspielermäßig Es wird einen neuen Draft geben In der nächsten Border League Saison Ich weiß aber nicht genau Wie das abläuft Ob man jetzt Auch Spieler Behalten kann Oder ob man die neu draften muss Und die dir Weggedraftet werden können Ich weiß es wirklich nicht Es wird auf jeden Fall Neu gedraftet Unterschied zwischen EU Masters Und EMEA Masters Das ist einfach der neue Name Weil jetzt auch Middle Eastern dabei ist Fünf Spieler dürfen wohl Behalten werden Okay Moin Meister Hallo Setz dich hin Ja ihr müsst das jetzt reißen Wir müssen das jetzt reißen Ihr seid die letzte Hoffnung Aber ich sag mal so Streets United War schon nicht schlecht War schon nicht schlecht War schon nicht schlecht War schon nicht schlecht Was ist unangenehm? Was ist unangenehm? Streets United sah unangenehm aus Verlieren ist unangenehm Das wird ein Hassel auf jeden Fall Ja ist schon ordentlich reingespritzt Es war Spiel halt Du musst das gar nicht hören Ich brauch gar nichts hören Was soll ich hören? Das Spiel sehen wir oder? Ich muss Niklas zugucken Ja wir können das Spiel sehen Definitiv Willst du dich hier setzen? Dann steh ich mal Ich hab jetzt schon zwei Stunden gesessen Geh du mal raus ein bisschen Ich muss eh auf Kloch Du kannst auch kurz mal Pause Ich komm gleich wieder Ich muss eh mal pissen Alrighty Freunde Wir machen uns das Ding mal auf Krieg ich Wenn ich schon bei euch bin Mein erstes Knabemals in meinem Leben Ja Guck mal links da Geht so aber Geht so Geht so Wir machen auch auf entspannt Wir machen mit Genau Bitte Die Stimme des Chats Tatsächlich hab ich vorhin gefragt Krögi Niklas oder Niko Übelst wieder am Krögi geschrieben Wirklich jetzt Kein Spaß jetzt Na Na David ist hinter den Kulissen Du bist schon vor den Kulissen Äh ja Wir haben hier Den Krögi bei uns Parallel dazu fängt Das Manager Allstyle Game an Ist normal Von Robi nochmal Hallo Was für ein Spiel Das Gewinn Unglaublich Verstehe Verstehe Also wen haben wir denn alles auf dem Platz Da ist Niklas Lewinzorn auf jeden Fall Und da fällt ihr noch fast schon das 1-0 Ne, 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 nicht gegen Vibro Das ist unser Goalie of the season Ich war gerade in der Kabine noch kurz vor Hand Bevor sie Oh, wie ganz Macht schon wieder Vibro Sachen Und Trimax klärt den hinten Wie einst Franz Beckenbauer Der Kabine vorher Schon namenhaftes Teilnehmerfeld jetzt Also der Trimax Das ist Coach Ludwig Der war Trainer von den Zimbos Niklas Lewinzorn natürlich In der abgelaufenen Saison Niklas Lewinzorn Haben wir nicht den Prince Prinz spielt mit Ähm Wir haben ein paar Coaches dabei Niklas Reichen übrigens Der Torhüter von Gönnerti Ist Hans auch am Start? Im Tor Patrick Lange ist am Start Bei Team Gelb Von Hartstack Max Kruse Der hat für Hollywood United in dieser Saison schon gespielt Na, da will er sein auch, oder? Der ist schon ein holzhackender Zahacker, oder? Mal gucken, ob er einen aufzaubert hier Erst knackst, dann knallts Und da war die erste Möglichkeit Ich dachte kurz, das wäre Niklas Aber das ist ein anderer Mann ohne Haare Von Holzi Der hat mal viele ohne Haare dabei Also Trimax hat natürlich jetzt ein paar mehr Übrigens auf meiner Liste steht eigentlich, dass Sascha Henninger auch am Spiel Ja, das stimmt Dabei hat er auch gesorgt Ist er denn da? Ich habe ihn schon in der Handlung gesehen Aber ich glaube, dass er auch schon lange nicht mehr gesprintet war Ey, er sieht schon am Zerhacken aus Wirklich Entschuldigung Ich bin noch weit weg Es ist auch mein Mic, weil ich schreie die ganze Zeit so laut Der Mann ist kein Berliner, der ist Brasilianer Sorry Bin ich jetzt lauter? Ja, das sieht gut aus Lobrecht ist am Start Ja, wo ist Lobrecht? Rechts vorne, oder? Mit Leibchen Genau, mit Leibchen Oh, gut gespielt Toll, das sind einfach wunderbar Kruse ist auch da Ja Wer ist das? Das ist Coach Ludwig von den Zimbus Der Coach Das ist Coach Ludwig? Ja Guter Mann Also Team Gelb hier wirklich Deutlich Fußballbejahen da unterwegs Ah, Tisi ist auch am Start Also Simon Das ist Lobrechts Bruder daneben Ja Ja Hab ich heute mal auch dann gesehen Weiß ich nicht, ob ich das Doch, das darf man ja Den sieht man auch in den Storys immer Brother from the same mother Yes Oh, gut gemacht Und vom selben Vater Franky bester Mann, sag ich dazu, ne Hackys wissen Bescheid Das ist kein Hacky Ich bin kein Hacky Also nicht, nicht so immer mal wieder rein raus Das ist aber jetzt nicht so every, every Folge Oh, das ist Oh Oh Es wird Trymex auch die ganze Zeit gegen uns geschossen hier Von der anderen Seite Katastrophaler Abschluss von Trymex Holy Shit Wo geht der denn hin, Digga? Oh, Harlan haben wir da gehört Oh, Harlan Ich bin Hacky der ersten Stunde, Chat Tatsächlich Also, ich hab glaube ich die ersten Zehn Folgen vielleicht verpasst Aber seitdem dabei Boah, Niklas räumt schon auf da hinten Sehr gut Ich will Trymex nach dem Spiel hier im Interview haben Und ihn fragen, warum er den nicht gemacht hat Ja, ja, genauso wie Patrick Wasser Dann kannst du auch sagen, ich spiel schon sehr sehr lange Fußball Ich spiel schon sehr sehr lange, 50 Jahre Aber auch ganz gut Aber auch ganz gut Hey, da kannst du aber mal Conan drauf ansprechen Bei Twitter Der ist der größte Patrick Wasserzieher Woher? Schöne Größe, keine Ahnung Woher? Ich hab's nicht gedacht Ich hab schon mit ihm diskutiert Aber woher? Alleine Ohhhhhhh Ich hab ihm noch Matchday, Freunde Ich hab ihm noch im Gang gesagt, ich will was sehen Hab ich ihm gesagt, ich will was sehen? Wir sehen was Der hat ein Team Boah, schöner Abschluss, aber ganz trocken Macht er gut Macht er gut Ah, und das verschmitzte Lächeln Ich hab dieses eine Video gesehen von ihm Von Weinzier Weinzier? Heißt der so? Ja, Markus? Ja, wie er... Ne, nicht Weinzierern Wasserzieher Der Dude Der mit der Brille Ja, genau Ich hab ein Video von dem gesehen, wie der einfach Seinen Kaffee hat rühren lassen Von der Praktik... Oha Von der Praktik... Das denn... Ohhhh Einfach Leibschild falsch herum A la Balutelli A la Balutelli Wirklich, das Ding hängt hinten raus Woher? Da Pressing gut Oh nein Dann gegen den Pfosten Und... Goal 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 Und er sagt noch vorher zu mir Warum schicken wir unseren schlechtesten Fußballer? Hör mal hier Aus einem Meter Aber einfach wirklich trocken Wieso? Wie kann man... Wie kann er den falsch rum anhaben? Es geht gar nicht Ist gut Ist gut, ne? Ist wirklich lecker Habt ihr... Also das... Mich verblüffst, dass du sagst, dass du keinen getrunken hast Nico hat mir noch erzählt, wie die so 50 davon gesneakt haben oder so Ja, für sich Der Hund Hat er nicht geteilt? Ne, war nicht im Studio Hat er nicht ins Kaltschuss geholt? Nope Ey, ich wollte dir was erzählen Was? Wir haben ja... Ich war ja letztens bei euch Ja, und ihr habt noch 3 Stunden gedartet Wir haben gedartet auf jeden Fall Und ich hab Fußabdrücke von dir gesehen an der Wand Er meinte... Er meinte... Er meinte Niklas Wenn du sauer bist, dass du dagegen trittst What the fuck? Das traut man... Das trauen viele mir nicht zu Aber ich kann... Vor allem wenn es im kompetitiven Bereich ist Sehr emotional werden Sehr emotional Gut, dass ihr im Finale seid Sonst hätte jemanden geschlagen hier Ja, ja Aber ganz ehrlich sind nicht mehr nur meine Fußabdrücke Weil seitdem Niklas das weiß, dass ich das mache Macht das bei jeder... Jeder Gelegenheit Boah, ist gut gespielt Boah Funny Und konntest du schon an deinem Average arbeiten? Boah Ich hab gehört Ich hab dir schon Pressure gemacht, wa? Ey, ich hab ja... Ich hab vor langer, langer Zeit So vor 5 Jahren Hab ich sehr viel gedartet Und... War jetzt auch okay Also... Man ist okay nach... Ich sag mal so, dass man mit... Dass man mit Doppel gespielt hat Und nicht immer ins Madhouse gegangen ist Also... Die Geschichte Aber... Schon 40er Average, sowas Ja... Teilweise sogar... Auch ein bisschen besser Aber so im Schnitt wahrscheinlich So, 40er im Schnitt Dann bist du da Genau Und jetzt aber 4 Jahre lang gar nicht gespielt Und jetzt muss ich jetzt mal wieder reinkommen Und Nico und Niklas sind echt schnell auf... Level Auf Level gekommen Muss ich ehrlich sagen Ohhhh Ich hab denen krasse Tipps gegeben vorhin Nico hat's umgesetzt auch direkt Ja Niklas war so, nee Ich mach mein Ding Ja, genau Kannst ihm keine Tipps geben Apropos Tipps Wollen wir ihm hier mal Tipps geben Weil ich glaube die liegen hinten Kein Spielstand eingeblendet Gut 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 Äh, da rum 1 zu 1 Ja, da rum Spaß zu Spaß Das ist ein Allstar Game Eigentlich müssten die so anfangen wie bei der NBA jetzt gleich Boah, das perlt aber auch So Macht er gut Das hier schwitzt hier, ne? Oder was heißt das? Ne, das ist kein V Was heißt das? Ähm, das perlt halt, ne? Hast du ein Ditsche geguckt? Kennst du Ditsche? Oliver Dietrich? Ditsche? Boah, Perl aber du Ich bin alt, oder? Äh, jung, mein ich Äh, ja vor allem aus Norddeutschland Ja, also aus Ostdeutschland Aber so Berlin halt Süddeutschland Ne, ne, nicht aus Norddeutschland Das ist das Problem Berlin hat doch eigene Regeln Die haben doch Ost, West, Süd, Ost Ich bin Süddeutschlander Chad, ist das jetzt ne Boomerfrage? Ihr kennt doch Ditsche Mann, die kennen das alle Ich bin immer diese Ahnungslose Du brauchst hier keine Sonne zu was Also Perlen heißt einfach die Kohlensäure Das perlt hoch Ah! Das perlt wieder hoch Also wegen Röbsen? Ja, ja, genau Ah! Oh, guck mal hier Niklas pumpt durch Lange, lange keinen Ausdauersport mehr gemacht Ja, stimmt Oh! Lobrecht! Ich bin nicht vor der 30er Lunde Man ist tot Ja, ja, klar Ich sag mal so Wenn ich das jetzt so sehe Oh! Oh! Das, meine Damen und Herren Ist der Prinz Eine Legende aus Berlin Ha! Ho! He! Meine Freunde Hat der mal höher gespielt eigentlich? Boah, das hat er auch direkt gesehen Oh! Oah! Ei, 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 ei Oh, die Annahme Oh, no! Shit! Also Benni Weber, wenn du das siehst Ruf ihn wieder an Hey, vor allem Ich wollte gerade sagen Gut, dass ich's nicht gemacht habe Ich wollte gerade sagen Oh, wenn ich das so sehe Hätte ich auch mitspielen können Oh, wenn ich das so sehe, hätte ich auch mitspielen können Dann hat Prinz so ne Aktion gemacht Ich sag ich non Gut, dass ich nicht mitspiele, Alter Ja, ey. Wir müssen ja auch, äh... Ich meine, Siebenhahn-Totenschuss. Oh! Ist das nicht Niklas? Ne, Trimax! Trimax! Oh, mit der Ballrolle. Oh, holy shit! Kann der mal einen machen jetzt, Jan. Die 10-100-prozentige. Ey, ich sag mal... Trimax zaubert auf ganz hohem Niveau. Also ich sag mal so, aber... Oh, Niklas mit dem... Oh, Niklas ist... Wenn er durchzieht... Hat er schon die Arme... Hat schon die Hände vors Gesicht geschlagen. Oh, Mann, oh, Mann. 2 zu 1 für Team Schwarz. Ja, also wenn nicht auch... Also das Sprint-Tempo sehen. Ich hab gesagt... Ich hab heute Vormittag noch dem Team geschrieben, ob jemand Schuhgröße 41 hat. Weil ich wollte es dir nicht sagen, warum. Aber wenn wir nicht ins Finale gekommen wären, hätte ich, glaube ich, die Schuhe geschnürt. Spontan. Die Schuhe geschnürt? Ja. Soll ich Ihnen Geld brauche antworten? Ah, okay. Ja, ich glaube, ich hab mitgespielt. Ja. Hättest du... Hätte jeder mitspielen können? Ja. Ja, ja, aber die... Die Coaches sind quasi... Die wurden quasi aufgefüllt. Oder mit denen wurde aufgefüllt. Also Nico und ich haben Nein gesagt, ja. Hast du Nico mal geschrieben? Ich hab Nico geschrieben, ja. Lieber Klossi, jawohl. Klossi ist schon unterwegs zum Übungen. Ich bin bei der Mannschaft. Ja, okay. Das ist gut so. Ja, da werde ich mich demnächst auch mal wieder hinbegeben. Definitiv. Kannst du auch machen. War schön, dass wir dich hier hatten. Was sagst du denn? Na, ich guck noch die Halbzeit. Gucken wir noch zu Ende. Nee, aber was sagst du denn zum Finale? Ähm... Können wir anfangen mit dem Halbfinale. Andersrum. Also, zum Halbfinale, das lief natürlich wie geschmiert. Also, wenn du früh in Führung gehst und dann nach der Halbzeit irgendwie... Abstands 4-0, 5-0. 4-0, ja. 5-0 zur Halbzeit. Dann gehst du halt mit einem Selbstvertrauen auch in die zweite Halbzeit. Äh, die Jungs haben sich... Also, der Coach musste nicht mal was sagen. Die haben sich selber gepusht. Die waren so on fire. Die hatten richtig irgendwie... Äh... Die haben Blut geleckt da in der ersten Halbzeit. Und dann läuft's natürlich perfekt. Und dann kannst du das auch in der zweiten Halbzeit ganz gut runterspielen. Dann irgendwie das One-on-One noch als Krönung. Ähm... Und vor allem muss man sagen, das, was wir uns taktisch vorgenommen haben, hat hervorragend funktioniert. Also, es wurde perfekt von den Jungs umgesetzt. Ähm... Wir haben... Las Liga's Ladies haben wir ein bisschen anders erwartet, weil sie haben so gespielt die letzten Wochen auch. Und wir hatten gedacht, dass sie ein bisschen was anders machen. Haben sie nicht gemacht. Das hat uns ein bisschen in die Karten gespielt. Und deswegen wussten wir ungefähr, wie sie das machen. Das lief halt einfach... Das lief halt einfach perfekt. Man muss halt auch sagen, ein bisschen unlucky für den Torwart. Der hat ja auch schon... Da kommt mal rein. Der hat ja auch schon was dafür getan, dass ihr früh stabil in Führung seid. Ja. Aber, also, ich glaube, ich verrate kein Geheimnis, wenn bei Lukas Räder, der Gegner, die die Vise hat, ihn sehr, sehr stark unter Druck zu setzen. Weil das ist ein Mann, der zwar bei Bayern gespielt, ja, aber auf Großfeld. Und der hatte schon das ein oder andere Mal am Ball Probleme. Und das war ganz gezielt von uns so gemacht, dass wir ihn echt unter Druck setzen. Na ja, klar. Na dann ist tatsächlich die Tag... Aber ja, sein Ausflug, sein Ausflug zur Mittellinie, den haben wir natürlich nicht vorher gesehen. Das war auch wirklich taff. Ja. Das war auch wirklich taff. Tatsächlich, wie er da geslidet ist kurz. Ich meinte bei... Oh. Der Penis macht gerade einen geilen Schuss, aber... Ja, einfach mal wegscheißen. Einfach mal wegscheißen. Irgendwie... Das ist doch eine Lüge, als ob ihr das so macht. Wir wollen die verarschen. Das ist ja mal so eine Lüge, das ist ja... Zwei, eins... Jetzt ist es so weit. Seid ihr bereit? Ich glaube... Niemals wird dieses Tag einiges Spiel gedreht. Niemals. Und los. Nein, 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 glaube ich auch nicht. Welcher Game Changer wird es? Das haben die... So oft wie wir. Vor allem, vor allem auch, es macht ja gar keinen Sinn. Das dauert viel zu lange. So müsst ihr ja jedes Mal drehen, bis irgendein Galaxy-Ding kommt. Entschuldigung. Vor allem hat er... Guck mal, das ist der Beweis. Das ist der Beweis. Das dreht viel zu lang. Die ist immer schon so... Und? Was wünschen wir uns? Na gut, man kann natürlich auch vorher drehen. Ne, die machen das vorher. Man kann natürlich auch vorher drehen. Also, ehrlicherweise... Was ist denn mit dem Rad los? Hä? Es ist... Onside! One on one, weil wir den Galaxy-Minutes sind. Und ich glaube, das wird viele freuen zu Hause. Eins gegen eins. Unsere Teammanager. Viel Spaß. Jetzt geht's weiter. Er hat es doch vertauscht. Eins gegen eins erst am Ende, oder? Ja, aber da sind auch beide drauf gewesen. Also, weil wir eine zweite Halbzeit spielen, bedeutet das Galaxy-Minutes... Aber eins gegen eins ist doch immer in der zweiten Halbzeit. Ja, ja, das stimmt. Aber wir spielen hier nur eine Halbzeit. Aber geil, das zieht es normal für den... Ja, die haben jetzt die Galaxy-Minutes gemacht. Normalerweise... So nämlich. Galaxy one on one, jede Mannschaft zählt, also einen Spieler am besten... Bist du bei dem eines, wenn der nochmal gedreht wurde? Aha. Na ja, gut. Hier kann man das ja machen. Aha. Hier kann man das... Wie, ich bin lost. Ich kann mir einen gewissen Kevin-Prinz-Boateng vorstellen. Wieso bin ich lost? Du bist nicht lost. Das ist lost. Und auf der anderen Seite könnte ich mir zum Beispiel einen Max Kruse vorstellen. Also, ehrlicherweise weiß ich nicht, wie es läuft, aber ich sag mal so, wir hätten schon eine statistische Unwucht so oft, wie wir one on one bekommen haben. Ja. Das wäre schon ein großer Zufall. Ja. Alright, Max Kruse gegen den Prince, dass wir dieses Duell nochmal erleben dürfen. Das ist wie Lionel Messi gegen Cristiano Ronaldo. Das hat er den Kopf hinhält. Das hätte ich... Das hätte ich niemals gemacht. Er darf halt nicht stehen, der Ball. Ich hoffe, er weiß das. Er weiß das. Er ist der Prince. Natürlich weiß er das. Kevin Prince-Boateng! Kleiner... Wie wir auch so sich anlachen die ganze Zeit. Und Kruse mit dem Chip! Den kann er noch. Den kann er noch. Und Prince auch am Klappen schon, während der Ball reingeht. Will ich ihn direkt zurückgeben. Ball muss rollen. Immer nach 15 Sekunden muss der Abschluss erfolgen. Max hat noch Zeit. Max Kruse nochmal. Den linken Hammer kennen wir! Absolut richtig gemacht von Prince, dass er da den Kopf nicht hinhält. Max kann noch nicht mehr. Wechselt. Wer kommt? Hey! Der Ball ist zurückgegangen! Wechselt! Ja, eigentlich schon. So eng sieht man das. Hier wird es nicht so eng gesehen. Oh! Krasse Parade von... Komm, aus der Luft. Komm, Kevin. Aus der Luft. Er will noch einen machen. Er will noch einen machen. Für die Ehre. Jetzt hat er ihn... Oh! Hart. Crazy. Komm mal, Prince. Herr, wer ist denn das? Ihr kennt es nicht. Ist zu klein auf dem Bildschirm. Ist doch irgendein Trainer wahrscheinlich. Na! Und jetzt aber! Wo hat er ihn? Der ist aufgetippt und drüber geflogen. Chat, wen wollt ihr haben? Wen wollt ihr drin? Coach Lobrecht, wen wollt ihr mal team gehen? Das ist der von den Protatos, der Trainer. Ah, ja, ja. Lassen die einen Trainer schießen. Mal ein bisschen Entertainment. Ich will Knossi sehen. Ich glaube, er will. Also durch die Arena hier vordert Knossi im Chat sehe ich auch ein paar, die Felix Lobrecht gerne sehen würden. Ja, ich auch. Ich würde gerne Niklas sehen. Niklas, Lobrecht. Irgendwen. Jawohl, kommt, Felix. Oh, guck mal, wie konzentriert er ist. Ja. Man sieht schon an... Oh, man sieht's... Oh! Neukölln. Coach Ludwig. Er muss im weißen Kreis sein. Ja, da darf er nicht rüber. Nee, er muss... Zählt das Bedruckte. Oh, jetzt kommt Felix. Ja! Ja! Oh! Mann! Ich hätte sie nie gehört. Ich hätte gejubelt, das fuck, Alter. Ja, jetzt. Ich schwöre, wir hatten auch keine Gründe, heute zu jubeln, Mann. Halbe Minute noch Auslachs. Ja, Coach. Hallo. War der ein bisschen zu weit? Hä, wie schießt Felix denn? Ich weiß nicht, dass du dauerst. Und Knossi kommt. Guck ihn in die Hand, Alter. Ja! 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 Konzentrier dich doch! Ich geh mal zur Mannschaft. Ja! Ja! Ich hab's nicht mehr beschreiben. 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 Viel Erfolg euch. Wir werden das als Einfrag. Ganz heftig für euch pullen. Ey, das ist der einzige Vorteil dadurch, dass wir euch im Rücken haben. Aber ich hätte es gern gesehen. Erster Spieltag, letzter Spieltag gegeneinander. Das wäre schon richtig cool. Das wäre schon schön gewesen. Hätte, hätte Fahrradkette. Euch wünschen wir natürlich ganz viel Erfolg, falls ihr, falls, achso, wann fängt euer Spiel an? Ich get it. I get it. Ciao, ciao. Und wir machen uns langsam, 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 langsam bereit fürs große Finale nachher. Habe ich ernsthaft gesagt? Ich kann nicht mehr, ja? Ich kann nicht mehr so viel bei dir. Ich kann nicht mehr so viel bei dir. Einfach nur Leser. Sascha Hellinger, der Fuchs, ne? Einfach nur Leser. Jetzt lässt er sich wieder blicken, der Sascha. Beim Spiel hab ich ihn nicht auflaufen sehen. Der Mann, der gerne mal mit der legendären Nr. 99 ausläuft. Kaischen gegen Streets. Jaja, dafür bist du mir klar, aber so objektiv wie du objektiv sein kannst. Objektiv gesehen fand ich, Streets United war gut, aber wir waren wirklich nicht gut heute. Und Kalscho ist sehr gut drauf, zu zeigen, dieser Wegen oder wie der heißt, der bei eben dieser Nr. 17 von denen, der scheppert wirklich ordentlich rein, der den Streitschuss geknallt hat da. Ich glaube, das erste Spiel hat null Aussage gehabt, weil wie er meinte. Es waren okay gespielt, habe ich sechs Minuten vielleicht. Ja. Ja. Deswegen, also das war dann einfach so, die haben auch schon aufgegeben nach der Alltag. Klar, ist die 5 zu 0 so. Ich glaube, Kalscho kann das schaffen. Ich glaube, Kalscho kann das auf jeden Fall schaffen. Ich wünsche es denen sehr. Ja. Mit rechts in Abschuss. Warum mit rechts? Warum nicht mit links? Weil normalerweise... Ja. Das ist die 2-Helf nicht. Ultrakrass. Aber, lass nicht vergessen, die hatten zwei Chancen und haben die anders gescheppert. Die hatten halt zwei, drei gute Einschläge zu. Und das reicht halt manchmal, ne? Wir hatten wirklich eine richtig gute. Das war Serio, wie er die vorbeiligt. Aber auch, wenn ich jetzt zurückdenke, ein Turgay hatte auch Chancen, ne? Wo der Tor war. Wo leider die Schüsse nicht platziert genug kamen heute. Aber wie die Chance hier hatten, hatte Streets eine, die genau... Also ich sag mal so, das Berliner Stadion, wir gehen auf jeden Fall an Mignon. Waren ja identisch. Wie bitte? Wir beide gegeneinander. Achso. Und ich das ganze Spiel nicht. Ja, aber... Das ganze Spiel auch. Der war auch noch nie so getroffen. Der war gut. Nein. Letzte Woche habe ich zwei im Stadion-Hümmel geschossen. Wäre das geil gewesen, wenn wir so last second einfach 2-2 gemacht haben. Einfach nur, damit man es auch erlebt, was da passiert. Nicht das erste Mal für mich. Schlau, aber... Ja. Aber dann hatten wir auch wirklich 30, 40 Sekunden mit dem Ball. Ja, genau. Das ist der Plan. Ja, du willst den Ball halt auch nicht abgeben. Abgebst vorbei. Ja, aber... Da kam ja nichts mehr. Es hat sich keiner mehr bewegt. Ich glaube, ich glaube... Bei deinem Schuss... Der Ball ist, glaube ich, vorgegangen. Ja, ja. Weil den hast du so schön erwischt. Ja, genau. Deswegen, es ging ja darum... Wir haben die ganze Zeit gesagt, dass wir halt die dritte Ecke nicht rausholen konnten. Alter, der hast du richtig gechippt. Ist nicht sauber, ja. Auch... Keine Ahnung. Es war einfach... Keine Ahnung. Es war einfach... Das ist, was wir aus den ersten Spielen auch so viel gesehen haben. Wo der Mann aus der Mitte konnt und sich anbietet und den Ball wieder rausgibt. Davon hat man ihn so wirklich gesehen danach, ne? Also, die ersten Spiele sahen irgendwie so ein bisschen... Endlich... Chat sagt, war ganz gut. Oder an der T-Shirts-Team. Aber darf man auch nicht sagen... Die anderen Teams wurden da einfach zusammengeworfen, ne? Die musste auch erst mal klarkommen. Ja. Das Team musste erst mal klarkommen. Und... Ordnung kann man aber sagen, war eine richtig spannende Meisterschaft. Äh, äh, äh... Ich sag mal, die Regular Season war ja richtig spannend. Bis zu den Final Four... War ja die ersten sieben, sechs Plätze oder so fast... Sieben Plätze oder so fast punktlich unterwegs. Ach, Mann, Alter. Ja, hat nicht sollen sein, ne? Hat nicht sollen sein. Oh, der hat am Spannlob gehört. Da müssen wir mal umschalten. Der hat am Spannlob gehört. In der heutigen Leistung bis jetzt eher Streets vorne. Wirklich? Obwohl man könnte meinen, bei einem 8-1, dass man eher zu Kalt schüttendiert, aber... Was meint er? Er sieht eher Streets, meint er. Ja, aber... Als Gewinner. Ja. Also ich sag ehrlich, das ist so nah beieinander, es kann alles passieren. Fußball ist so ein Momentumsspiel. Ich glaube, in der Waller League sogar noch mehr... Habt ihr euch schon die ersten Gedanken gemacht für Season 2? Im Normal-Fußball-Anführungszeichen hätte ich fast gesagt. Wenn du ein, zwei Tore schießt, ich glaube, du kannst... Dadurch, dass das Spiel so kurz ist, das Feld so klein ist, kannst du den Spielfluss gegen das viel einfacher kaputt machen. Weißt du? Wenn du gar nicht mehr mit dem Interesse rangehst, selber was zu machen, sondern einfach nur noch zu Steak? Ja, du darfst nicht vergessen. Wir haben auch letztens 2 zu 0 gespielt und konnten es nicht in der Vorzeit bringen. Ja, aber haben wirklich viel ordentlich versucht. Wir haben weiter normal gespielt, aber hast du recht. Es ist halt einfach... Mann, ich bin einfach nur fucking mad, Alter. Wirklich traurig, Alter. Ich doch auch, Alter. Rausch hat auch gefehlt. For real. Was war mit Kocka eigentlich, Alter? Warum haben wir den nicht mehr bekommen? Ja, ich glaube, Hans hat sich entschieden, die Leute, die über die Saison gespielt haben, zu nehmen. Kann ich auch verstehen. Also verstehe ich voll. Aber heute, Kocka hätte uns schon geholfen. Ja, im Nachhinein kann man das sagen, ne? Aber den Leuten, die jetzt 3 Monate geballert haben... Nee, auf jeden Fall. Okay, danke euch mal. Also, die Chance zu geben, kann ich voll nachvollziehen. Nichts zu beweisen. Aber, ja. Das ist halt das Ding. Ich will gewinnen. Ja, klar, am Ende ist gewinnen. Bei mir ist scheißegal. Das ist halt das Ding. Am Ende steht gewinnen auf Nummer 1, klar. Wisst ihr noch an dem Tag, wo Felix Lobrecht bei uns ins Stream reinkommen wollte? Ja, da haben Sola und ich sind gedippt, weil wir unseren Job verstanden haben. Da ist jetzt Relevancy, die kommt. Ja, und am Ende war dann Kevin da. Aber wir kennen unseren Spot. Nein. Wem willst du dann auch wegschicken wiederum, ne? Ja, das meine ich. So, ist schon... Diesen Toy hätte ich auch gern gesehen. Den fand ich auch immer gut. Stimmt, der war halt gar nicht dabei, ne? Sehr sehr ein Toy. Sehr sehr... Naja. Ich glaube, Chat, weil ihr nach Henno ein paar Mal gefragt habt. Ich glaube, Henno hat jetzt Feierabend, oder? Ja, ich glaube nicht, dass er nochmal kommt. Henno macht sich jetzt heute... Lass den mal... Lass den mal atmen. 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 Auch mit Duftkerzen. Lass den mal atmen. Der ist gar nicht so schlecht. Ach man, Alter. Der ist sogar ziemlich gut von der Karte. Niko ist auch da. Äh, ich könnte uns noch... Soll ich uns noch Chat... Eins in den Chat? Wollen wir noch Gamerbro da haben, Simon? Für den guten Zweck. Was machen die jetzt? Machen die jetzt, ey? Achso, die spielen keine zweite Halbzeit. Ich betäube meine Sinne. Die haben nur eine Halbzeit gespielt. Der Trainer war's. Präsident Knabe konnte es nicht einrichten. Deswegen macht's Hans Sapay, habe ich mir sagen lassen. So, da rufen wir mal kurz den Simon an. Ja, der ist gerade auf dem Feld noch, ne? Ne, Simon war einfach auf dem Feld. Doch, er war vor fünf Sekunden auf dem Bildschirm. Achso. Ist der bei den... Ah, wahrscheinlich sind alle Manager gerade... Jaja. Der war legit vor zehn Sekunden zu sehen. Aber Simon Tisi oder Gamer... Okay, du weißt ja, wer Gamerbrother war. Gamerbrother war. Du kennst ja Gamerbrother auch von irgendwoher. Hat die das da nicht gesagt so in dem Moment? Ey, so lange. Wir hatten mal Events zusammen vor Ewigkeiten. Ja, er meinte auch so lange nicht mehr gesehen oder so direkt, ne? Ich hätte gar nicht gedacht, dass er sich noch an mich erinnert. Das ist wirklich sechs, sieben Jahre her. Ja, klar erinnert man sich an dich. Du hast so ein prägnantes Gesicht, das vergisst man nicht. Ist das so, ja? Harte Kanten, lange Nase. Diese Nase hätte ich nie wieder vergessen. Ich träume anschauen. Sie hat schon einiges gerochen. Ja, tatsächlich, Materia kommt noch. Ist Simon auf dem Platz, ja? Sieht man ihn dort? Stimmt, wollte nicht noch... Sollte nicht eigentlich noch Halbzeit-Show-mäßig was kommen? Hast du geleakt gerade, oder? Nein, nein. Achso, achso. Okay, okay, okay. Und ich glaube, wenn ich das richtig sehe, es ist Klausi. Udo Lindbergh, Bigger Mentor. Oh ja. Oh ja. Aber jetzt mal ganz im Street Talk. Also das war ja ein Double. Oder? War das ein Double? Das war Udo. Nein. Nein. Was treust du jetzt gerade? Nee, ich treu nicht. Was? Ich hab keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. Ich treu nicht. Ich weiß es nicht. Die haben mir das so realistisch gesagt. Nein, nein. Das war doch so ein... So ein Joke. Nein, es gibt doch so Leute, die... Die dubeln. Die bekannte... Leute dubeln. Stimmt, Udo sieht schon anders aus nochmal, wa? Safe, das war der echte? Das war ein Double? Doch, das war ein Double, oder? Safe war das ein Double. Safe. Ey, ey, eins in den Chat, wenn ihr... For real. Ich dachte, er wäre echt die ganze Zeit. Und mir hat man vorher auch nicht gesagt... Dass es Fake ist. Mückenfett im... Ja, aber... Also mir wurde gesagt... Dann wurden wir aber wirklich konsequent getrollt. Bei uns wurde gesagt... Auf ernst? Uns wurde gesagt, Mückenfett war eigentlich geplant, aber er konnte nicht. Genau. Hat er aber auch schon gesagt. Das... Also hat er ja... Hanno schon beim letzten Stream gesagt, dass Mückenfett nicht kann. Ja, ja, ja. Aber auch privat, so weißt du? Ja, ja, genau. Also wenn er das jetzt on-stream sagt, um das so aufzubauen, und dann sagt... Ja, komm, er macht Udo. Nein, nein, es war Udo. Also es sollte auf jeden Fall Udo sein. Nein. Also es sollte Udo Lindenberg darstellen. Wenn er es nicht war. Nicht Mückenfett auf jeden Fall. Ja, das safe. Also man hat jetzt keinen geholt, der Mückenfett fake. Mückenfett ist Udo Lindenberg, stimmt. Die hat man auch noch nicht in einem Raum gesehen. Hat man die tatsächlich gesehen? Der war nicht der echte. Du bist ca. 25 Jahre jünger. Damn. Ich bin so Kultur-Banause, Alter. Ich hab keine Ahnung, Bro. Original würde locker 50k kosten. Kostet ein bisschen Matsch. Ja stimmt, wir sind ja insolvent. Wir sind insolvent. Vielleicht auch, weil wir Udo gebucht haben. Weil wir Udo gebucht haben, sind wir insolvent. Weil wir Udo gebucht haben. Stimmt, er hat gesungen, also es mussten gesagt. Ach, haben die grad so Boca gespielt? Ja. Mit den guten Derby-Stars. Eigentlich hätte ich das kommentieren müssen. Der Raspberry fucking Cheesecake. Privat ist er ein Twitch-Moderator von MontanaBlack. Das ist so meine, die leiden. Ist er von Montana, hat sich gerade noch den... Raspberry fucking Cheesecake. Geht das Geld? Auf jeden Fall irgendwie begrüßt er an dieser Stelle an Raschi. Ganz, ganz großer Respekt. Das ist ja... Wir gucken uns ganz kurz mal den Schuss nochmal an. Dann seht ihr bis zu Hause auch nochmal... Jetzt erstmal Knabbelmalz mit Eierkörsaufen. Wir sind, ich bin Anfänger. Gefährliche Kombo. Schappert, du sollst deinen Namen ändern. Der ist... Sass. Hennos Twitch-Post zeigen. Twitter meinst du das? Habe ich auf jeden Fall Bock wieder auch anzugreifen und Fußball zu spielen. Twitch-Post. Dann werden wir Käfig-Diger nächstes Jahr... Twitter-Post. Wir sind oben in der Tabelle sehen. Hoffentlich. Und damit würde ich sagen... ins Studio. Ja, bei uns ist Fullhausen. Da muss man erstmal Felix Lobrecht fragen, ob bei ihm alles okay ist. Junge, alles Bombe. Du hast aber ganz schön eine Meta gemacht hier, ne? Ich habe ja richtig durchgeflitzt. Aber ich habe jetzt... Jetzt weiß ich, wie Kruse sich fühlt. Flodo als Profi... Bo, gerade kickt auch bei mir ganz krass diese Event-Müdigkeit rein. Wenn man so angespannt ist und dann ist man dann... Dann sagt der Körper so... Beruhig dich. Na... Ich schwöre ich hätte noch so Power gehabt für das Zeitspiel. Glaubt mal. Ja, dann hätte man ein Save noch Power gehabt. Aber... Gerne mal einmal in den Chat reinhauen. Die Realität ist, Eintracht Spandau ist nicht im Finale, sondern Kalzio Berlin und Streets United. Objektive Meinung, für wen seid ihr im Chat? Eins oder Powerbahn? Kalzio oder Streets, oder? Sollen die schon schreiben? Sollen die auch mal ein bisschen was machen? Nicht nur eins und zwei, ne? So langweilig. Mal treffen und dann kann ich dir einen Flatterschuss beibringen. Ein Flatterschuss. Wir sehen mal, wir sehen dich. Nächste Saison. Oh, voll geil, ja. Oh ja. Du hast dich aber auch trainiert. Oh ja. Es war nochmal ein Test. Es war nochmal ein Test. Es war nochmal ein Test. Ignorier einfach. Der ist dein Favorit. So bleibt fußballerisch gesehen, wenn auch die Styles so ein bisschen vergleichen. Nein, du weißt ja mit wem ich Content mache öfter. Achso. Und der ist ja bei... Achso. Manchmal sind da so ein Film, dass die sagen, ja wenn man den Namen sagt von Leuten, die nicht mehr auf... Wie Max Kruse übrigens auch. Ne, check ich gar nicht. Aber ist auch egal. Aber ich fand Streets United habe ich sehr sehr stark gespielt. Kalzio natürlich hochgewonnen, aber irgendwie... Achso, aber ist nicht mehr. Krass. Es ist ne klare Zendenz zu Streets. Ja, aber die Regel gibt es nicht mehr. Die Regel gibt es nicht mehr. Ja, aber egal. Wir müssen nicht halt gehen. So Freunde, wir sind alle gemeinsam auf Kalzio Seite. Ja, man darf über Gewandte reden. Aber müssen wir ja trotzdem nicht immer die reden. Von Spandau, wieso keiner mitgemacht hat. Ich glaube die Jungs waren auch tatsächlich... Also jetzt bei dem All-Star Game. Ich glaube Hans hatte einfach keinen Bock. Ich glaube sie waren einfach nicht so heiß jetzt da dabei zu sein. Ich glaube wenn jetzt auch ein Max Kruse, Prince... Da war glaube ich auch schon einfach genug Star Power am Start. Oh, ich hab schon gern Torwart gemacht. Du, ja. Zusammengewachsen und fungiert haben, das einfach auszubauen. In meinem Moment. Also eigentlich da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Oh, ja, ja, ja. Das ganz ganz letzte Ende war natürlich nicht ideal, aber... Ich wollte jetzt erstmal jemand anderes. Okay. Ich weiß nicht, ob die Regelung jetzt schon... Der jetzt kurz bei uns reinkommt. Mit wie vielen Spielern ihr behalten? Oh, ich bin gespannt. Surprise? Ist das ein Surprise Guest? Ich sag jetzt mal Top 5, Top 6, keine Ahnung, im Kopf? Äh, ehrlich gesagt nicht. Wir wollen wirklich zu viele... Angela Merkel? Okay. Wie ist es bei euch? Ja, wir haben auf jeden Fall schon gespürt. Angie? The one and only? Wir wissen ja auch noch nicht ganz genau, wie es aussieht. Aber es wird auf jeden Fall wieder erspann werden. Auch das Draftsystem wird wieder extrem spannend. Und ich glaub, das wird auch wieder ganz cool werden. Im Hintergrund, lieber Ted, wird übrigens aufgebaut. Gleich natürlich die große Galaxy Show. Materia wird gleich hier die Halle nochmal einheizen, bevor das große Finale... Who's gonna tell him? Felix, ist es für dich denn... Who's gonna tell him? Immerhin vor der E-Zigarette, die du liebevoll so benannt hast... Ey. Was machen Sachen? So gar nicht. Ne. Der Anfang geht noch fein. Was geht? Ich werde nicht mehr genossen. Mach du mal jetzt hier... Die Stimmung ist im A... Du musst jetzt hier mit der Stimmung machen. Du musst jetzt hier mit der Stimmung machen. Das ist unfassbar. Alle vereintragsspannten auch mit dem Sweater. Der war komplett dagegen. Aber auch Spaß. Erzähl mal hier. Warum hast du das Tor da eigentlich nicht geschossen? Ne, da hab ich rübergezogen. Das war ja ne eindeutige Chance. Was ist da passiert? Der hüpft hier mehr als draußen. Der war sehr weit über das Fußgelenk. Welcher? Wo? Wann? Stell dir vor, das Ding ist drin. Eskalation. Ja. War krass. Wollte direkt nehmen, aber... Natürlich. Krass, wo der hinging, ne? Richtig krass. Bei Eintracht Spandau, bei eurem Match gerade, hatte ich die zweite Halbzeit kommentiert. Das war schon unangenehm. Ich glaub den von ProSidium, weil ich so pro euch war, weiß ich so. Das kann nicht sein. Ich hab auf Spielfeld Spiele angeschrieben. Geh auf Ecke, schieß den Arsch. Das ist so hell. Wir sind mit zwei Ecken da. Wo ich denke... Aber for real. Gut, dass du wir sagst. Wieso sagst du wir? Ja, guck mal Content Creator. Wir sind eine Allianz. Wenn am Ende nur noch einer Feinteams im Start ist, ist man mit dem Herzen dabei. Und ihr habt für so viel Entertainment gebracht. Auch die Nummer heute wieder. Ja, sonst... Und dann, sag ich euch ganz ehrlich, hab ich mir natürlich auch gewünscht, dass wir in dieses Penalty-Schießen gehen. Ausgleich noch. Penalty-Schießen. Unglaubliche Spannung. Wer zieht ins Finale ein? Ich glaub das wollten alle sehen. Ich sag auch, nach dem Eigentor hab ich auch noch dran geglaubt. Nach dem... Ich hab mir beobacht, oder? Versteh ich aber. Er ist auch ernst sauer. Ja ich halt, das sieht man ihm an. Das ist kein Spaß. Na ja klar. Ey, seid nicht traurig. Ey, du hast auch maschinell gespielt gerade. Auf der Linie, der mit dem Kopf redet. Was war das? Voller Einsatz. Voller Einsatz. Natürlich. Erklär mal die Situation. Ja, weil wenn du da bist, wenn man etwas macht, machst du es mit 100% und dann riskierst du natürlich auch dein Leben damit. Muss man. Hä, muss? Das ist die Baller-Einstellung. Sah weltklasse aus. Weltklasse. Der kam so an. Der geht nur so. Boom. Geht nur. Krass. Natürlich. Ciao. Keine Angst. Hau rein, Meister. Mach weiter so. Ey. W's in den Chat für Knossi. The only one. The real one. Raus aus der Kamera. Den konnten wir hier nochmal auf ganz, ganz entspannt reinholen. Schön, dass der da war. Ähm. Ich habe gerade die Anweisung bekommen aus der Regie zu übergeben. Sollen wir ausmachen? Wir sollen übergeben. Uns übergeben oder? Wir sollen uns. Nach der Niederlage. Du sollst dich übergeben. Physisch übergeben. Auf Knopfdruck. Ja. Ne. Du kannst auf Knopfdruck kotzen? Was? Nein. Ich habe nicht studiert. Wer kotzt denn auf Knopfdruck, Alter? Ich habe das nie gelernt. Was ist das für ein Skill, Alter? Das ist so ein Studentending. Ne? Ich war kein Student, tatsächlich. Aber ich glaube, das merkt man auch schnell. Das hast du jetzt gesagt. Ja. Ich bin einfach nur realistisch, Freunde. Okay. Dann raiden wir rüber in die Border League und dann könnt ihr euch das Finale dargeben. Ich würde sagen, wirklich nochmal. Final. Ganz, 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 ganz dickes Dankeschön an alle, die von Anfang bis Ende die Eintracht hier bei der Border League supportet haben. Ich hatte unglaublich viel Spaß. Ich hätte nie gedacht, dass das so funny wird. Ich habe ja dieses... Wir haben ja schon vor Monaten gesprochen. Ich habe das Projekt gesehen. War so, hm. Ist das geil? Ja klar, wenn du dich nicht kennst. Ich weiß nicht. Ich kannte Eintracht nicht so richtig. Und ich komme rein. Erster Tag. Es hat schon so gebockt. Ich bin wirklich dankbar für die ganze Zeit, die wir hatten. Coole Leute kennengelernt. War mega mit dir. Hat richtig Spaß gemacht. Und hoffentlich sehen wir uns alle gemeinsam wieder, wenn es in die zweite Saison geht. Und ihr seid hoffentlich weiter fleischig am supporten. Ganz, ganz dicker Kuss auch an Sola. Der hat das hier super professionell und vor allem objektiv. Sehr objektiv. Manchmal vielleicht ein bisschen zu viel objektiv. Manchmal ein bisschen zu objektiv. Ja. gemacht. Also auch ein W an Sola. Und der dickste Kuss geht natürlich an Max auch, weil der hat die Show abgerissen hier. Und das ganze Eintracht-Team auch. Und ihr da draußen natürlich. Und die Ultras, die Pressesprecherin. Alle. Digger Kuss von uns. Und an euch, an uns. Schön, dass ihr da wart. Von uns, für euch, ihr, uns, wir, dir, wir, ihr. Jeder küsst jeden. No sexual, mit Liebe. Ja. Und ich würde sagen, es ist Zeit, die Baller League zu raiden. Dankeschön, Freunde. Wir sind aber nicht eingeloggt, also ihr müsst das machen. Ah, geil. Hast du aber auch wirklich lange, wie lange soll ich diese Tschüss-Rede noch halten? Ich dachte, ich wollte mal gucken, wie lange los geht. Freunde, es ist ein wahnsinnig gutes... Danke an Knossi, Trimax, Hans Saab. Ey, Hans, die Spieler. Ja, same. Natürlich auch. Nochmal. Dicker Kuss an alle Eintracht-Spieler. Geh weg. Du legst Auge. Immer wenn du da bist, verlieren wir. Mann, Alter. Alter. Ja, wir sind noch hier, so lange, wie wir hier sind. Ja. Ansonsten könnt ihr euch aber auch schon mal so ein bisschen auf den Weg Richtung Baller League Twitch-Kanal machen. I don't know. Oh, warte mal. Undertaker jetzt, glaube ich. Nein, Materia, oder? Galaxy Show. Ja. Werden wir noch raiden? Nö, lass rüber, 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 rüber. Na dann, viel Spaß mit Materia, Freunde. Die Galaxy Halftime Show. Nee, du hast keine Berechtigung. Es muss doch irgendeinen Raider hier geben. Dritten Mal Tschüss gesagt. Any Raiders? Ich sag nochmal. Okay, wir gucken so lange, bis wir raiden können. Sieht doch geil aus von außen. Dankeschön. Wir bleiben wach, bis die Wolken wieder liegen. Worauf hättest du am meisten Bock von ihm? Ja, ich kenn original nur das eine. Nur lila Wolken? Also vom Hören weiß ich bestimmt... Womit er richtig bekannt geworden ist. Dieses... Dieses Video davon war auch so geil. Ich kann mich auch genau dran erinnern. Chats, schreibt mal rein. Euren Favorite Song von Materia. Bengali. Sowieso, davor war ja Materia. Also das ist davor. Er war ja auch Masimoto. Wusstest du das? Es gab noch so einen Rapper, so einen grünen Rapper. Den Namen kenn ich ja. Masi, Masi, Masi. Der war das? Ja, der ist auch... Ich bin nicht so drin in dem Game, aber... Verstrahlt war ich, was ich meinte. Ah doch, das sagt mir was. Ja, das sagt mir auch was. Was passiert jetzt hier? Ja, den Verein, den er supportet, fühle ich auch nicht, Chad. Wie supportet? Der ist Rostock-Fan. Aber er war auch Spieler. Das ist nochmal eine andere Bindung dann. Er war Spieler? Is graded? Ah, geht gerade, ja. Alright. Ihr seht's. Ist schon weg. Aber der Counter muss noch ablaufen. Egal, was ist der längste Countdown der Erde, Digga? Genauso lang wie das Intro hier gerade. Kommt der eigentlich noch, oder? Wäre er nicht da, wäre auch witzig. Das wäre auch krass. Einfach nicht das. Dann kommt Udo nochmal raus. Aber Knossi hat sofort erkannt, dass es dubbel ist. Ja, Digga. Ich glaube, jeder normale Alman müsste sofort erkennen. Man of Culture. Also jeder, der Udo gesehen hat, gehört hat, so... Ja, ja. Ich glaube auch. Wir waren da schon sehr los. Ihr habt mich da mies verarscht auch, ne? Mit Udo. Ich hab's bis zum Ende geglaubt. Ich hab's nicht gerafft. Wirklich? Wirklich? Ja, ich bin wack. Wack. Wie lange habe ich auch geraten, bis Udo Lindenberg kam? Ich fand die Story mit dem Geburtstag aber auch mega authentisch. War schon cool, ne? Also... Das ist schön. Hätte ich voll abgekauft. So, also alle nochmal ready machen hier, Freunde. Es geht gleich los. Ne, wir sind ja nicht eingedockt. Ja, wir sind nicht... Wir sind nur Chatter gerade. Wir können nur verlassen drücken, dass wir's nicht wollen. Wir sind nicht eingedockt, hier. Ja, okay. Check, 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 check. Ich will gleich, dass wir uns anmelden, Digga. So ne Taktik von Twitch. Scam. Alright, Freunde. Also, final sage ich jetzt nochmal, Kuss, dass ihr am Start wart. Diesmal wirklich. Danke für den Support über die ganze Saison und tschüss.